So, liebe Versammlung, es ist 9.32 Uhr. Ich eröffne hiermit wieder die Versammlung und würde euch um Ruhe bitten. Ich habe nämlich einen Vorschlag von der Versammlungsleitung für euch. Und zwar würden wir gerne ein bisschen an der Tagesordnung friemeln. Ich erkläre euch warum. Der Punkt ist, wir müssen noch Bufo-Ämter wählen, die verpflichtend sind. Ihr habt gestern einen Satzungsänderungsantrag angenommen, dem würden wir gerne nachkommen. Es ist auch unsere vornehmliche Aufgabe als Versammlungsleitung dafür zu sorgen, dass wir am Ende dieses Parteitags einen funktionierenden Bundesvorstand haben. Davon abgesehen ist es so, dass der Tag heute ja nicht ewig lang ist. Wir leider keine Zeitreise angenommen haben bisher. Ich also jetzt auch noch nicht entscheiden kann, ob wir sie benutzen dürfen und wir deswegen ein bisschen mit der Zeit schauen wollen. Ich hoffe, das Backoffice hat uns inzwischen diese Folie gemacht. Was ihr da oben seht, ist unser Vorschlag für die Tagesordnung. Ich mache das jetzt so, dass ich den ersten Punkt, den muss ich sowieso behandeln, weil wir als letztes Jahr die Schatzmeisterin-Wahl hatten, in dem Fall Stefan Bartels übrigens. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist unser neuer Schatzmeister. Wir müssen noch eine Ämterkumulation beschließen oder ablehnen. Stefan Bartels ist gleichzeitig Schatzmeister des Landesverbands Schleswig-Holstein und hat gestern die Wahl zum Bundesschatzmeister angenommen. Und ihr müsst als Gremium bitte entscheiden, ob ihr möchtet, dass er diese beiden Posten gleichzeitig ausfüllen darf. Ich frage euch deswegen, möchtet ihr der Ämterkumulation von Stefan Bartels zustimmen? Dann bitte die gelbe Karte. Wenn ihr diese ablehnen wollt, bitte die rote Karte. Das ist sehr eindeutig positiv. Damit ist die Ämterkumulation gestattet. So, das war der letzte Punkt von der TO, wie wir sie gestern geplant hatten. Das ist der Änderungsvorschlag der Versammlungsleitung. Wenn ihr euch den mal anguckt, steht da drauf, dass wir erst den Generalsekretär wählen oder die Generalsekretärin, dann den politischen Geschäftsführer oder die politische Geschäftsführerin, dann die Stellvertretung für die gewählte oder den gewählten Generalsekretär. Dann kommt der Bericht des scheidenden Schiedsgerichtes, damit das vor der nächsten Schiedsgerichtswahl ist. Ich sehe da winken. Was möchtest du mir sagen? Stimmt. Liebes Backoffice, da fehlt der Stellvertreter Generalsekretär. Ich lasse das einfliegen. Wir haben das heute Morgen mit der Wahlleitung besprochen und gerade eben erst die Folie gebaut. Ich erzähle es euch deswegen jetzt nochmal. Gensek, Polgf, Stellvertreter Gensek, dann BSG-Bericht, dann BSG, dann Kassenprüfer, dann Ersatzrichter und dann die optionalen Bufo-Ämter. Hat einen relativ einfachen Grund, du kommst sofort dran, hat einen relativ einfachen Grund. Es ist abhängig davon, wer als Gensek gewählt wird, ob Menschen, die vielleicht nicht gewählt worden sind, als Stellvertreter antreten wollen. Deswegen haben wir da den Polgf eingeschoben und wollen deswegen den Polgf quasi eine Position weiter hinterschieben auf der aktuellen Tagesordnung und bei den Schiedsrichtern genau das Gleiche. Erst die ordentlichen Richter und dann Kassenprüfer einschieben, damit Zeit ist, die Wahl auszuzählen und die Leute, die eventuell nicht gewählt worden sind, die Möglichkeit haben, als Ersatzrichter zu kandidieren. Ich werde das jetzt einmal kurz besprechen lassen. Ich bitte euch, dass ihr das kurz haltet. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen etc., bitte zu dem mittleren Mikrofon. Ich finde den Vorschlag gut. Ich würde vorschlagen, dass wir in den Auszählpausen die Anträge zum Europaprogramm stückweise abarbeiten. Das heißt X04, WP 035 und so weiter und so fort. Ansonsten finde ich den Vorschlag... Ich antworte darauf direkt. Wir haben die TO gestern ja geändert mit dem Europawahlprogramm und das nach hinten geschoben. Wir haben von uns gesagt, dass wir in den Auszählpausen schon die Vorstellung der folgenden Ämter machen, um danach das Europawahlprogramm im Gesamten besprechen zu können. Also wenn wir durch sind mit den Wahlen, hat ein Grund und zwar sind es sehr viele konkurrierende Anträge, sodass das in kurzen Auszählpausen, was dieses Mal so sein wird, das hat die Wahlleitung mir versichert, die Zeit einfach zu knapp ist und wir dann keinen neuen Wahlgang anfangen können. Gerne als Alternativantrag so stellen, weil ich weiß, dass es zwar ein Stück weit die Wahl verschiebt, aber wir haben die Zeit eh vorgesehen und diesen Block vorzuholen ermöglicht es uns, in den nächsten Auszählpausen dann Einzelanträge zum Wahlprogramm zu machen und die sind wiederum kurz. Du kannst den Antrag gerne einbringen. Kannst du den bitte schriftlich vorne am Frontoffice einreichen, damit wir wieder so eine Folie bauen können bei Bedarf? Hallo, eine Frage. Warum wählen wir die stellvertretenden Generalsekretäre nicht auf einmal? Es ist doch nur ein Arbeitsschritt. Weil es es nicht geht, du kannst immer nur Ämter mit gleicher Bezeichnung und Gewichtung gleichzeitig in einem Wahlgang wählen. Beim Generalsekretär und der Stellvertretung dazu ist das nicht gegeben, deswegen können wir die nicht in einem Wahlgang wählen. Aber wir haben ja zwei stellvertretende Generalsekretäre und ich habe die an verschiedenen... Ja, aber das eine ist ein Mussamt und das andere ist ein Kannamt. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das entgangen ist, aber was ist aus der Wahrheit des stellvertretenden Schatzmeisters geworden? Der stellvertretende Schatzmeister ist ebenso ein Kannamt. In der Satzungsänderung wurde der nicht als ein Mussamt gewählt. Alle optionalen Ämter kommen am Ende noch dran und werden dann abgefragt, weil ihr auch abstimmen müsst, ob ihr überhaupt ein optionales Amt wählen wollt. Ich würde allgemein darum bitten, die Wahlprogrammvorschläge nicht in irgendwelche Auszählungspausen zu quätschen insgesamt, weil die Wahlhelfer auch mitstimmen möchten. Aussprache zu dem folgenden GU-Antrag folgt noch. Dann kannst du gerne deinen Redebeitrag dazu nochmal wiederholen. Das ist jetzt erstmal nur der Antrag, den wir haben. Da würde das EU-Programm ganz hinten kommen. Okay, danke. Die optionalen Wahlämter sind optional. Das Wahlprogramm ist Pflicht. Deswegen bin ich der Meinung, dass man die Wahlprogrammanträge vor den optionalen Bufferämtern machen sollte. Also bitte diesen Geschäftsordnungsantrag zur Tagesänderung nicht zustimmen. Weitere Wortmeldungen? Ich verstehe gerade nicht, wie wir den ersten Punkt... Kannst du bitte näher ans Mikrofon gehen? Ich verstehe gerade nicht, wie wir den ersten Punkt dieser geänderten Tagesordnung schon abgehakt haben können, wo wir diese Änderung noch gar nicht beschlossen haben. Und das in einem Nebensatz... Pass auf, ich habe gerade eben schon gesagt, der erste Punkt, der da drauf steht, nur für euch zur Erinnerung, den mussten wir noch von der laufenden Tagesordnung machen. Das ist die Ämterkommulation, der steht da nur drauf, weil wir den heute Morgen noch mit besprochen haben, dass der noch gemacht werden muss. Und ohne, dass geklärt wird, ob da noch Gesprächsbedarf oder Klärungsbedarf besteht? So mal eben im Nebensatz... Zur Ämterkommulation? Bitte? Die Ämterkommulation ist bereits besprochen und schon geklärt worden. Ich habe die auch schon abstimmen lassen. Ja eben, das ist es ja, was mich irritierte. Melde dich bitte beim Front Office, weitere Erklärungen bekommst du da. Hinweis, bevor wir überhaupt abstimmen, ob wir ein optionales Amt wählen, müssen da überhaupt erstmal Kandidaten sein. Das heißt, wir müssen erstmal eine Kandidatenliste aufmachen, sagen, das sind die Leute, die zur Verfügung stehen. So, und nochmal, ich verstehe das nicht. Klar sind programmatische Anträge sehr, sehr wichtig. Aber wir sollten wirklich uns mal auf die Dinge kümmern, die wir jetzt umsetzen müssen. Und das ist eine vernünftige interne Struktur und nicht immer Programm, 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 was wir eh nicht umgesetzt bekommen. Also ich denke, es ist ein bisschen komisch, gestern haben wir ein Tagesordnungsänderungsding gemacht, dass wir jetzt mehr mal Inhalte auch reinkriegen über EU-Wahl. Und ich verstehe, dass wir die Pöstchen wählen müssen, bin aber nicht so ganz klar, warum brauchen wir so lange. Wie lange wird es ungefähr dauern, bis wir mal anfangen, über Europawahl mal inhaltlich anfangen, irgendwas derartiges zu machen. Also mal so eine Zeitabschätzung. Ich habe dich leider akustisch nicht verstanden. Okay, dann probiere ich es nochmal. Wir machen jetzt die ganze Zeit diese Postenwahlen, diese verschiedenen Formalia, die wir abarbeiten müssen. Wir haben verschiedene Satzungsänderungen gehabt gestern. Jetzt haben wir sehr viel Meta-Arbeit geleistet. Und ich würde gerne mal wissen, wie lange brauchen wir wohl ungefähr, bis wir zu den eigentlichen Inhalten kommen, die Europawahl, und zwar nicht nur programmatisch, sondern tatsächlich auch mal ein bisschen inhaltliche Diskussionen. Das kann ich dir nicht sagen. Das kommt darauf an, wie diszipliniert die Versammlung ist, wie diszipliniert die Wahlen ablaufen. Ich habe keine Ahnung, es ist schwierig zu sagen, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass wir da überhaupt noch zu kommen und nicht, dass wir dann nach Hause kommen und dann war es das. Wir haben halt Formalkram gemacht. Ja, die Hoffnung haben wir auch. Also der nächste Redebeitrag, wenn wir jetzt weniger diskutieren und mehr machen. Markus, du musst näher ran. Wenn wir jetzt weniger diskutieren und jetzt einfach das so machen, dann kommen wir schneller voran. Also ich würde jetzt mal, weil ich das darf, die Redeliste nach dir schließen. Wer noch auf die Redeliste möchte, soll bitte jetzt wildfuchtend dahin rennen. Ansonsten schließe ich sie. Okay, ich habe gleich noch einen Antrag zur Tagesordnung, Konkurrenzantrag. Ich habe schon 25 Unterschriften zusammen. Martina Pöser und Patrick Schiffer sind auch noch Mitantragsteller und wir beantragen, dass also in den Auszählungspausen ab sofort keine Satzungsänderungsanträge mehr beantragt werden, sondern Europawahlprogrammanträge. Hast du den im Front Office abgegeben? Den gebe ich jetzt in dem Moment ab und ich bitte die Versammlung, die gelbe Karte zu zeigen, wenn der Antrag behandelt wird. Danke. Bei Annahmen dieses Antrags droht die Gefahr, dass eine geheime Abstimmung dazu führt, dass die gesamte Versammlung lahmgelegt wird, weil wir dann nämlich zwei geheime Abstimmungen gleichzeitig auszählen müssen, was die Versammlung schlichtweg nicht kann, weil es nicht genug Wahlhelfer gibt. Das kann man mit kontroversen Anträgen schlichtweg nicht machen. Okay, also ich erkläre euch das jetzt nochmal. Wenn ihr GO-Anträge an uns habt, bringt es uns wenig, gerade wenn es Änderungen der TO sind, die am Saalmikrofon zu sagen, weil wir das nicht nachvollziehen können und auch sonst niemand in der Versammlung. GO-Anträge, die nicht fristgemäß bei uns eingehen, sprich im Front Office, können wir leider nicht behandeln. Ich mache jetzt dieses eine einzige Mal eine Ausnahme. Ich werde jetzt diese Versammlung so lange unterbrechen, bis dieser GO-Antrag hier oben ankommt. Okay, ich habe eine wichtige Durchsage für euch. Wir haben ein Server-Problem, deswegen können wir aktuell nicht akkreditieren. Dieses Problem besteht seit Anfang der Versammlung. Wir müssen die Ämter-Kumulation, gerade eben wurde das geklärt, die Server laufen jetzt. Nichtsdestotrotz müssen wir, weil wir sonst Menschen eventuell ausschließen könnten, die ihre Rechte nicht wahrnehmen könnten als Parteimitglieder, die Abstimmung über die Ämter-Kumulation wiederholen. Weil wir bis dahin nicht akkreditieren konnten. Wir können jetzt akkreditieren, das Problem ist also gelöst, wir müssen nur diese Wiederholung machen. Ich bitte euch also... Okay. Mir wird gerade von der Akkreditierung gesagt, wir sollen bitte nochmal fünf Minuten warten, damit die Leute, die akkreditiert werden, auch noch mit abstimmen können. Ich stimme dem zu. Das heißt, ich unterbreche die Versammlung jetzt bis 50, das sind vier Minuten. Ich werde in einer Minute weitermachen, ihr könnt schon mal wieder anfangen, leise zu werden. Okay, wir fangen an. Ich habe euch das gerade eben schon erzählt. Wir müssen die Ämter-Kumulation, die Abstimmung darüber wiederholen, weil die letzte Abstimmung nicht gültig ist. Es geht um die Ämter-Kumulation von Stefan Bartels, der ist derzeit Schatzmeister im Landesverband Schleswig-Holstein und gestern zum Bundesschatzmeister gewählt worden. Wenn ihr dieser Ämter-Kumulation zustimmt, bitte die gelbe, bzw. ja genau, die gelbe Karte. Wenn ihr die ablehnt, bitte die rote Karte. Das ist sehr deutlich positiv, damit ist die Ämter-Kumulation abgestimmt. So, jetzt nochmal das mit der Tagesordnung. Könnte bitte der Pulk vor dem Front Office leiser werden und da weggehen? Kannst du das mal bitte regeln? Es ist aktuell so... Dankeschön. Es ist aktuell so, dass die Tagesordnung, liebes Backoffice, kann ich mal bitte die Folie mit der Tagesordnung auf dem Beamer haben? Das ist unser Vorschlag. Den ersten Punkt haben wir schon abgearbeitet. Den mussten wir von gestern von der Wahl noch abarbeiten. Das ist unser Vorschlag. Wir würden, wenn Lücken entstehen sollten zwischendurch, weil das Team noch beschäftigt ist mit Auszählen, weil irgendwas, würden wir Einzelanträge dazwischen ziehen. Und ich würde darum gebeten, speziell zu sagen, das würde auch den X004, das ist der nur Flyer, kein Programm aus dem Wahlprogramm Europa-Antrag und der Wahlprogramm 035, Struktur des Wahlprogramms, auch diese beiden würde das betreffen. Wenn ich also davon rede, wir können die Europa-Programme nicht in den Pausen besprechen, rede ich von diesem großen Block mit den vielen konkurrierenden Anträgen, die wir müssen, wir alle gleichzeitig behandeln, weil sie eben konkurrieren. Einzelanträge können wir bei Bedarf nach vorne ziehen. So. Gibt es noch Fragen zu der Tagesordnung, die wir vorgeschlagen haben? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich gerne darüber abstimmen, ob wir so verfahren, wie wir das vorgeschlagen haben. Wenn ihr mit der vorgeschlagenen Tagesordnung zufrieden seid, bitte die gelbe Karte. Wenn ihr das so machen wollt, wie das auf der jetzigen Tagesordnung steht, bitte die rote. Das ist sehr, sehr deutlich positiv. Dankeschön, dann machen wir das genau so. Dann übergebe ich jetzt an die Wahlleitung. Ja, dann kommen wir jetzt zur Wahl des Generalsekretärs und ich eröffne damit die Liste und bitte um entsprechende Vorschläge. Am Frontoffice, wie wir das bisher kennen, mit den Unterschriften natürlich. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Kandidierende für das Amt des Generalsekretärs, der Generalsekretärin, bitte vorne am Frontoffice ihre Bewerbung abgeben. Ihr dürft auch Vorschläge machen. Das ist ja nicht so beliebt, das Amt. Die Wahlleitung bereitet mir gerade die Urne für die Vorstellung vor, damit ich das ziehen kann. Nur damit ihr euch nicht wundert, warum das kurz dauert. So, sobald Jochen die Lose fertig hat, werden wir die Kandidierendenliste schließen. Wer jetzt noch möchte, dann aber flott bitte, Unterstützungsunterschriften bitte beim Frontoffice abgeben. Während die Wahlleitung noch wuselt, hätte ich gerne mal Thomas Sahner wegen seines Redebeitrags hier vorne auf der Bühne. Der dauert nur eine Minute. Ja, ähm, hallo, ich wollte mich relativ kurz fassen. Das ist eine Sache, die mich ziemlich aufregt. Ich habe einen weiten Weg auf mich genommen, aus NRW, um hier zu sein, um das Ganze hier vernünftig zu machen. Und jetzt ist meine Tasche weg. Ich weiß nicht, wo sie ist. Vermutlich in der Schlafhalle verschwunden. Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand von den vielen Leuten, die ich hier kennengelernt habe, Lust hat, mich zu trollen. Ich habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, hier aktiv zu sein, weil diese Tasche weg ist. Und wenn irgendjemand diese Tasche gesehen hat, weil ich sie vielleicht verloren habe, vor der Tür vergessen habe gestern Abend oder weil irgendjemand sich einen Spaß erlauben wollte, würde ich diese Person bitten, sich entweder beim Fundbüro zu melden oder bei mir. Ihr würdet mir einen ganz, ganz großen Gefallen tun. Die Tasche ist eine Bundeswehrtasche. Feldjäger etwa so breit. Zwei Seitentaschen. Hinten nochmal eine kleine Tasche. In dieser Tasche befindet sich eine Rammstein-Tasche, in der geordnet Unterlagen liegen, mit denen ich hier arbeiten möchte. Weitere Fragen? Okay, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Okay, ihr habt es also gehört, es wird eine Tasche vermisst, die ist aus der Schlafhalle wahrscheinlich verschwunden. Vielleicht hat sie jemand aus Versehen mitgenommen, weil er eine so ähnliche Tasche hat. Bitte guckt nochmal, wenn ihr eine so ähnliche Tasche habt. Das ist eine Bundeswehrtasche, wenn ich das richtig verstanden habe. Ob das wirklich eure ist oder ob ihr vielleicht aus Versehen eine falsche eingesteckt habt. Dann kann ich jetzt die Reihenfolge losen. Genau, bevor wir anfangen zu losen. Ich habe jetzt sechs Lose geschrieben. Gibt es mehr Kandidaturen? Nein, gibt es nicht. Damit schließe ich jetzt die Liste und wir kommen zur Reihenfolge. Als erstes wird sich Gefion vorstellen, Gefion Thürmer. Gefion kandidiert nicht, wird mir hier gerade von ihr zugerufen. Als zweites Thomas Gaul. Dann Ralf Hurek. Dann Christian Werner. Stephanie Schmidke. Und dann Sven Schumacker. Okay, die Kandidierenden würde ich zur Bühne bitten. Und zwar insbesondere Thomas Gaul, du bist nämlich der Erste. Thomas Gaul bitte zur Vorstellung auf die Bühne. Ich darf einen wunderschönen guten Morgen erst mal an dem Bundesparteitag hier in Bremen. Mein Name ist Thomas Gaul, ich bin 48 Jahre alt. Manche kennen mich derzeit schon, weil ich zurzeit auch internationaler Koordinator bin in der Beratenpartei. In der Vergangenheit habe ich zumindest mal ein Jahr lang den stellvertretenden Vorsitzenden in Niedersachsen gemacht. Und auch ist hoffentlich ordentlich gemacht. In dem Bereich galt zumindest auch der Zuständigkeitsbereich für die Mitgliederverwaltung auch bei mir mit rein. Zurzeit bin ich auch noch parallel, wie heißt das, COO bei der PPI, also Pirate Parties International, im Endeffekt auch Generalsekretär. Wir müssen aber auch jetzt gucken, dass wir auch für das kommende Jahr die Mitgliederverwaltung für die gesamte Partei weiter auf vernünftige Beine stellen, weiter ausbauen. Auch das, was bisher gelaufen ist, was Sven ordentlich gemacht hat, sinnvoll weitermachen. Danke. Und schauen, dass wir auch im kommenden Jahr wirklich auch die über 30.000 Mitglieder gut verwaltet haben, dass wir auch dort an den Weg der Professionalisierung weitergehen und schauen, dass wir auch im Hinblick auf die Zukunft auch den Landesverbänden die Möglichkeit geben, zu schauen, dass wir hoffentlich irgendwann auch mal mit hauptamtlichen Kräften die eigentliche manuelle Arbeit erledigt haben und weitermachen können. Ich mache das jetzt in Kurzfassung. Ansonsten noch als Zusatz. Ich stehe momentan noch auf der Europaliste drauf als Kandidat. Das ziehe ich jetzt hiermit zurück. Ich danke euch. Dankeschön. Dann frage ich euch, wollt ihr den Kandidaten befragen? Dann bitte die gelbe Karte. Wenn ihr nicht befragen wollt, dann bitte die rote Karte. Dann frage ich euch, wenn ihr nicht befragen wollt, dann bitte die rote Karte. Okay. Die Entscheidung fällt sehr knapp aus. Im Zweifel für den Kandidaten. Insofern wird befragt. Ich gebe euch ab jetzt zwei Minuten Zeit, Fragen in die Urne zu werfen. Die steht zwischen Pro und Contra. Mikro. Möchte noch jemand Fragen einwerfen? Wenn ja, bitte wedelnd Richtung Urne rennen. Gibt es noch mehr Menschen, die unbedingt eine Frage einwerfen wollen? Okay, dann würde ich bitten, die Urne nach vorne zu bringen, wenn diese eine Frage eingeworfen ist. Ich weise nochmal darauf hin, die Urne für Fragen ist die zwischen der Pro und der Contra-Schlange. Bloß weil irgendwo irgendwelche Wahlurnen rumstehen, heißt das nicht, dass das die sind, wo Fragen eingeworfen werden. Ihr dürft für den nächsten Kandidierenden auch schon Fragen bei der Wahlurne in der Mitte einwerfen. Auch schon währenddessen. Das nächste Mal werde ich nämlich direkt nach der Vorstellung auch die Wahlurne hierherordern. Die erste Frage ist, wie gut ist dein Kontakt zu anderen Verwaltungspiraten? Mit einigen Verwaltungspiraten habe ich zumindest Kontakt. Ich habe auch zum Beispiel vorhin gerade nochmal bewusst mit Hendrik gesprochen. Ich bin auch in Niedersachsen immer noch ganz kräftig dabei. Ich werde nicht alle kennen, das bleibt nicht aus. Aber man kann auf jeden Fall, wenn kein Kontakt da ist, den auch vernünftig aufbauen, weil im Grunde genommen arbeiten bisher alle im Team, auch in der gesamten Verwaltung, auch in der Vergangenheit. Das war ja auch im vergangenen Jahr schon so, als ich dann für Niedersachsen zuständig war. Der Kontakt ist sicherlich nicht der beste, weil man sieht sich ja auch nicht. Und ich war auch nicht bisher bei dem Verwaltungstreffen, weil das die Aufgabe war von anderen, die das auch bewusst mit übernommen haben. Das kann man aber vernünftig nach vorne bringen. Es wird darum gebeten, dass du lauter antwortest. Die zweite Frage ist, wie stehst du zu der Aussage, ohne Hinterzimmer geht es auch in unserer Partei nicht? Eine wunderschöne Aussage. Was ist ein Hinterzimmer? Das ist immer eine herrliche Sache. Es gibt in diesem Bereich der Piratenpartei immer Vertrauensschutzbereiche, wo man sich mal unterhalten muss. Das gilt auch für die Verwaltungspiraten. Auch da werden Sachen erzählt im Hintergrund. Ein sogenanntes Hinterzimmer. Das hat auch wieder mit dem berühmten Begriff intransparent nichts zu tun. Es geht um effektive Arbeit, um Strukturen, die dort vorhanden sind, wo man einfach gucken muss, dass Dinge vorbereitet werden, damit sie denn auch öffentlich grundgetan werden können. Was? Was? Hallo? Ah, okay. Was denkst du über Auslandseinsätze der Bundeswehr? Eine spannende Frage. Da mich ja einige auch kennen. Ich bin auch bewusst ja gerne dabei gewesen, Potsdamer Konferenz und dergleichen. Ich kann damit leben, dass wenn wirklich Leib und Leben in Gefahr ist, dass auch im Ausland Einsätze stattfinden von der Bundeswehr. Aber das hat in der Regel nichts mit Generalsekretärtätigkeit in der Piratenpartei zu tun. Das hat etwas mit politischen Grundeinstellungen zu tun. Kennst du die Probleme im Sage CRM? Hier spricht es von Bugs und Softwaredesign. Und was willst du davon wie lösen? Also es gibt da mit Sicherheit einige Bugs in Softwaredesigns. Das war in der Vergangenheit schon so. Das war auch, als die Software angeschafft wurde, der Fall. Da wurde auch in der Vergangenheit daran gearbeitet. Da war auch Sven ganz ordentlich fleißig dabei, Henrik ordentlich dabei. Die Probleme sind dort bekannt. Ich kenne auch nicht alle im Detail. Wie auch? Vor allem, weil man aktuell ja auch keinen Zugang hat. Aber das ist ja alles bewältigbar. Man kann ja auch mit den Personen reden, die sich da hauptsächlich darum kümmern und gucken, dass das auch zusammen mit dem Hersteller weiterentwickelt wird, sodass es auf die Bedürfnisse der Piratenpartei wirklich komplett zugestanden ist. Okay. Ich habe hier eine Frage, die unter anderem Unterstellungen beinhaltet. Ich werde sie neutral umformulieren. Du hast mehrere Posten. Kannst du diese alle bedienen und gleichzeitig gut ausfüllen? Also ich habe momentan einen Posten. Das nennt sich, wie gesagt, CAO. Das ist also quasi der Generalsekretär in der PPI. Das Amt ist bis nächstes Jahr im April. Da wird also Neuwahlen stattfinden. Das ist momentan definitiv bewältigbar, weil die Arbeit ist nicht immens derzeit. Da wird sich auch wahrscheinlich bis nächstes Jahr nicht viel tun. Ich habe ansonsten noch einen Posten, wie das so schön heißt. Nennt sich internationaler Koordinator. Ich werde das Amt sicherlich ruhen lassen bis auf weiteres, aber trotzdem Gregory weiter unterstützen, weil die Arbeit ist auch da und der Kontakt zu den Auslandspiraten wird so oder so gegeben sein. Also man macht das einfach nebenher ordentlichen Mitarbeiter mit. Das klappt schon. Okay. Es hätte noch eine weitere Frage beziehungsweise mehr ein Statement gegeben. Ich bitte euch, das zu unterlassen, zu Kandidaten Statements in die Urnen zu werfen. Ich kann daraus keine Frage lesen. Insofern verfällt das. Es gibt keine weiteren Fragen aus der Urne. Möchtet ihr den Kandidaten weiter befragen? Bitte Ja für Wollt ihr und Nein für Wollt ihr nicht. Das ist überwiegend nicht der Fall. Dann Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Dann kommt als nächstes Ralf Hürnig. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Ralf Hürnig. War vorhin kurz falsch geschrieben. Ist jetzt korrigiert worden. Das ist alles richtig. Ich bewerbe mich hier als Genseck erst mal aus folgenden Grund. Am Donnerstag war kein beziehungsweise der Thomas als einziger vorgeschlagener Kandidat auf der Liste. Daraufhin habe ich mich dann auch eingetragen im Wiki. Meine persönlichen Daten kann jeder gerne im Wiki nachlesen. Ich möchte die Zeit hier dafür verwenden, das zu sagen, was für euch wirklich wichtig ist. Also ich habe noch kein politisches Amt innerhalb der Piratenpartei ausgeführt. Ich habe auch kein Mandat. Ich bin beruflich in einem Bereich tätig, wo ich permanent mit Mitarbeiterdaten zu tun habe, die verwalten muss, mit Ausnahme Personalkosten. Daher weiß ich, wie viel Arbeit das ist, das Genseck-Amt. Ich habe mich vorher bei Carsten Trojan informiert, wie viel Arbeit da wirklich drinsteckt. Er hat mir eigentlich auch abgeraten. So nach dem Motto, willst du das wirklich antun? Nicht abgeraten, weil ich könnte das nicht. Und ich habe mich dazu entschlossen, ich habe die Zeit, ich kann die Arbeit machen. Ich bin voll berufstätig, habe aber keine Kinder, bin verheiratet. Meine Frau unterstützt mich, ist ebenfalls voll berufstätig. Es gibt da keine zeitlichen Probleme bei mir. Belastbar bin ich auch. Und jetzt möchte ich auch die Zeit hier euch zur Verfügung stellen, mir dann gegebenenfalls Fragen zu stellen. Danke. Alles klar. Dann die Frage an die Versammlung. Wollt ihr den Kandidaten befragen, dann bitte die gelbe Karte. Wenn ihr nicht befragen wollt, bitte die rote Karte. Ihr wollt den Kandidaten befragen. Die Urne steht jetzt noch eine Minute zwischen Pro- und Kontraschlange. Gibt es noch Menschen, die Fragen in die Urne einwerfen wollen? Wenn ja, bitte wedelnderweise, ihr kennt das zur Urne rennen. Ich sehe niemand weiter. Wenn also diese letzte Abgabe beendet ist, bring bitte die Urne vor. Es gibt die Frage, die auch gerade schon gestellt worden ist. Sage ist voller Bugs und Sicherheitslücken. Welche davon kennst du und möchtest du schnellstmöglich beheben? Hört man mich jetzt? Ja. Gut. Ich kenne Sage nur von dem, was mir berichtet worden ist. Ich habe selbst damit noch nicht gearbeitet. Und ich kenne diese Sicherheitslücken auch noch nicht. Ich weiß es nicht, ob es Bedienerfehler sind. Ich weiß es nicht, ob es ein Bug in der Software ist. Muss man sehen. Ich bin gelernter Technikinformatiker. Ich arbeite mit ähnlichen Programmen permanent zusammen. Die Bugs und was da genau anliegt, muss ich sehen, um dann gegebenenfalls auch reagieren zu können. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 links und 10 rechts ist, sollten die Piraten sich wo einordnen? Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 links und 10 rechts ist, sollten die Piraten sich wo einordnen? Meiner Meinung nach bei 3. Was sind deine Ziele als Generalsekretär? Gut. Da die Versammlung gestern beschlossen hat, dass wir mit zwei Stellvertretern arbeiten, was ich persönlich sehr gut finde, würde ich für mich sagen, speziell die Mitgliederverwaltung an sich und die Zusammenarbeit mit der Staatsmeisterei. Und speziell Sachen wie Vorbereitung von Veranstaltungen, Bundesparteitagen und Ähnliches, sowie alles das, was mit SMV, BO, dezentrale Parteitage und so weiter zu tun hat, mehr auf die Stellvertreter legen und mich selbst speziell um die Grundlagen des Generalsekretärs, also Mitgliederverwaltung und Zusammenarbeit mit der Staatsmeisterei. Was macht dich geeigneter als die anderen? Eigentlich nichts. Außer, dass ich beruflich sowas schon mal gemacht habe und zwar über 23 Jahren. Wenn der Sven da nicht gerade zurückgezogen hätte, dann hätte ich gesagt, bitte wählt den Sven und ich trete dann als Stellvertreter an. Er hat aber leider zurückgezogen. Deshalb muss ich sagen, ich bin genauso wenig geeignet, wenn man es mit dem Sven vergleicht. Ich finde es sehr schade, dass er es nicht mehr macht. Hast du Carsten Trojan in seiner Arbeit bereits unterstützt und wenn ja, wie? Und für mich als Versammlungsleitung, erwähne bitte, wer Carsten Trojan ist, also welche Funktion er wo erfüllt, damit die Versammlung auch weiß, wovon du redest. Nein, ich habe den Carsten noch nicht unterstützt. Ich habe sie ihm angeboten, er hatte sie nicht nötig, er hat den Job alleine geschafft. Carsten Trojan ist der Gensek von Nordrhein-Westfalen. Alles klar, danke schön. Das sind alle Fragen, die wir bekommen haben. Möchte die Versammlung den Kandidaten weiter befragen? Bitte gelb, wenn nicht, dann bitte rot. Das ist mehrheitlich nicht der Fall, danke schön. Als nächstes stand ursprünglich auf der Liste Christian Werner, der kandidiert aber nur für den Stellvertreter. Insofern wäre jetzt Stefanie Schmidke dran. Ja, hallo. Stefanie Schmidke, die meisten von euch kennen mich als H3RMI auf Twitter, Hermi. Ich komme aus Kerpen, das dürfte auch irgendjemand bekannt sein. Wir sind berühmt für unsere Seminare in NRW und auch außerhalb davon. Ja, warum Gensek? Ich bin kein Tank, ich bin kein Damage-Dealer, aber ich kann supporten. Wir sind alle unzufrieden mit unseren parteiinternen Strukturen. Wir alle sagen, wir wollen uns professionalisieren. Aber bevor wir anfangen, irgendwas zu optimieren, müssen wir erstmal unseren Ist-Zustand abbilden. Im Moment sieht es doch so aus, dass NRW nicht weiß, was Bayern macht. Bayern weiß nicht, was Schleswig-Holstein macht und jeder hat irgendwie eine Meinung, wie Dinge zu regeln sind, vor allem organisatorisch. Ich will zuerst mal den Ist-Zustand abbilden, damit wir zusammen einen Soll-Zustand definieren können und gemeinsam überlegen, wie wir den erreichen. Ja, ich weiß, das hat keiner Bock drauf, aber das sind Dinge, die einfach mal gemacht werden müssen. Ich bin seit 2009 dabei und irgendwie dümpelt es halt immer so vor sich her, weil jeder andere Ideen hat. Wir brauchen ein minimales Gerüst, das verbindlich ist, damit wir effizienter werden können und damit wir als Basis ein gemeinsames Narrativ entwickeln können. Irgendein Gerüst, mit dem wir zusammenwachsen können. Wir brauchen ein Organisationshandbuch. Ich weiß, ich mache mich damit jetzt nicht unbedingt beliebt. Ein solches Organisationshandbuch kann eine Basis sein, zum Beispiel für effizientere Kommunikation und Vernetzung, denn nur transparente und dokumentierte Prozesse können leichter analysiert werden, optimiert werden und adaptiert werden. Ein Organisationshandbuch wäre eine Erleichterung und ein Leitfaden für die Vorstände auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene. Häufig ist das ja so, dass man auf Orts- oder Kreisebene keinen Vorgänger hat, der einen eingearbeitet hat oder die Vorgänger sind plötzlich weg. Meiner Meinung nach würde das die Arbeit vor Ort erleichtern und auch die Arbeit in den Landesvorständen, vor allem auch der Schatzmeister, wenn es einen Leitfaden gäbe, nach dem sich die Leute richten können, dass sie nicht immer fragen müssen, wie geht das, wie geht jenes. Auch für bezahlte Vorstände wäre das eine Basis. Der Pavel hat sich gestern eingesetzt für die Bezahlung von Vorständen. Ja, bin ich eigentlich dafür, wenn die finanzielle Frage geklärt ist, aber vor allem wichtig ist es, dass wir klare Stellenbeschreibungen machen. Stellenbeschreibungen leiten sich nun mal ab von dokumentierten und klar definierten Prozessen. Ich habe keine Lust, dass dann alle Teilzeitrolle von Konstanz bis Kiel anfangen, unsere Schiedsgerichte zu fluten, bloß weil wir Vorstände bezahlen, aber nicht klar sagen, was ihre Rechten und ihre Pflichten sind. Ja, Stefanie Schmidke, Genseck, Hermi, danke. Dankeschön. Möchte die Versammlung die Kandidatin befragen, bitte die gelbe Karte, wenn ihr sie nicht befragen wollt, bitte die rote Karte. Das ist sehr, sehr deutlich positiv. Die Urne für Fragen steht zwischen dem Pro- und Kontra-Mikrofon. Ihr habt noch eine Minute Zeit, da welche reinzuwerfen. So, nach dieser Fragerunde werden wir eine Wahl haben. Also, liebe Wahlhelfer, falls ihr pinkeln müsst, macht das jetzt. Falls ihr das nicht müsst, begebt euch zu euren Urnen. Wahlhelfer, es geht los. Eine Durchsage an die aktuellen Landesvorstände und vor allem die jeweilige Vorsitzende, den jeweiligen Vorsitzenden der Länder, die sollen sich bitte um 11 Uhr im Raum 2 treffen. Wenn ihr nicht wisst, wo der Raum 2 ist, fragt bitte nicht mich, ich weiß es auch nicht. Gibt es noch Fragen? Dann bitte jetzt wedeln Richtung Urne. Und dann die Urne bitte zu mir. Welche Ämter hattest du schon und bist du belastbar? Wenn ihr leserlich schreibt, wäre das total super. Ja, also ich hatte keine Ämter in der Piratenpartei. Ich bin mal Büropirat gewesen. Aber ich glaube, das ist teilweise auch genau meine Stärke, weil ich nicht betriebsblind bin und weil ich die Vorgänge von außen kenne. Ob ich belastbar bin, würde ich sagen, ja, weil sonst stände ich nicht hier oben. Kennst du Mumble und nutzt du es? Ja, ja. Wie siehst du inhaltlich deine Arbeit als Genseck? Ja, wie ich schon sagte, ich glaube, die Erstellung eines Organisationshandbuch, finde ich, gehört dazu. Das wurde vernachlässigt. Ansonsten natürlich die Mitgliederverwaltung und den Schatzmeister und auch den Vorstand zu unterstützen mit Dingen, die anfallen. Welche Erfahrungen hast du im Bereich Verwaltung? Im Bereich Verwaltung an sich habe ich keine Erfahrung. Ich habe aber Erfahrung im Projektmanagement. Ich bin ausgebildeter Betriebswirt, staatlich geprüft mit Fachrichtung Rechnungswesen. Wie willst du die Leute dazu bringen, das Handbuch auch zu lesen? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich denke, es kommt immer darauf an, wie das an die Leute kommuniziert wird. Und wenn man den Leuten erklärt, dass es ihnen nützt und wenn sie selber darauf kommen, dass es irgendwas bringt, wenn sie es lesen, dass es ihnen weiterhilft, dann werden sie das auch tun. Was hast du bei den Piraten schon gemacht? Ja, wie gesagt, Büropirat. Ich habe bei uns im Rhein-Erft-Kreis 2009 mit dem ersten Stammtisch angeleiert. Ich bin seitdem immer dabei, wenn es darum geht, Straßenwahlkampf zu machen, zu plakatieren. Ich bin also eine richtige Basisgurke. Ich habe schon Flyer designt, ich habe unseren Direktkandidaten geholfen. Das waren die vorgesehenen sechs Fragen. Möchtet ihr die Kandidatin weiter befragen, dann bitte gelb. Wenn ihr sie nicht weiter befragen wollt, dann bitte rot. Das ist nicht der Fall. Dann danke schön. Dann übergebe ich jetzt an die Wahlleitung. Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid hochgefahren. Ich glaube, mein Team ist hochgefahren. Wir wählen jetzt und zwar wählen wir durch Wahl durch Zustimmung, benutzen den Stimmzettel Nummer 5. Der ist grau. Wahl durch Zustimmung heißt, ihr dürft zwischen 0 und eigentlich 3 Kreuze machen. Wenn ihr die Positionen, die zurückgezogen haben, ankreuzt, dann ignorieren wir das einfach. Habt ihr Fragen? Fragen? Folgende Frage. Wenn ich keinen der Kandidaten wählen will, kann ich dann einen leeren Stimmzettel abgeben? Danke. Bitte wiederholt es nochmal. Wenn ich keinen Kandidaten wählen will, kann ich dann einen leeren Stimmzettel abgeben? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt die Tabelle da oben sehe, dann ist die nicht richtig jetzt, sondern ich muss halt die Leerstelle streichen. Dann habe ich dann 1 ist Thomas, 2 ist Ralf und 3 ist Stefanie auf dem Wahlzettel dann. Bitte seid leise. Es ist wichtig, es geht um die Wahl. Hört eurem Wahlleiter zu. 1 ist Thomas, 2 ist Ralf, 3 ist Lea, 4 ist Stefanie, 5 ist Lea, 6 ist ungültig. Wie viele Kreuze kann ich machen? Zwischen 0 und je nach Verteilung 5. Eigentlich nur 3 auf den drei besetzten Zeilen. Auf den unbesetzten Zeilen haben Kreuze keine Aussage. Kreuze in anderen Bereichen des Stimmzettels führen zur Ungültigkeit des Stimmzettels. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich jetzt mit der Wahl beginnen. Also liebe Wahlhelfer, die, die ihr schon da seid, öffnet die Urnen, hebt sie hoch, zeigt sie dem Publikum, dass diese leer sind. Danke. Die Urnen wieder runter. Verschließen. Nochmal ein Hinweis, Wahlzettel Nummer 5 in Grau. Urnen zumachen bitte. Wenn irgendjemand von ganz hinten hier irgendwas vorruft und die Illusion hat, dass ich ihn höre, tut mir schrecklich leid. Der Wahlgang ist noch nicht eröffnet. Wenn ihr jetzt irgendwie schon Stimmzettel eingeschmissen habt, er möchte den nächsten Stimmzettel. Alles klar. Diese kurze Verwirrung nutze ich, um die Versammlungsleitung an Julia zu übergeben und außerdem noch die 17 für die 15, bitte. Immer diese Frühstarter. Liebe Wahlhelfer, öffnet die Urnen, entfernt alle darin befindlichen Stimmzettel. Liebe Wähler, reißt den Stimmzettel 5 ab, zerknüllt ihn, schmeißt ihn weg. Wir wählen mit der Nummer 6 in Blau. Also, noch einmal die Urnen hochheben. Da rennt schon wieder jemand mit ausgebreiteten Armen. Urnen hochheben. Nein, gut. Urnen hochheben. Vielen Dank. Urnen wieder runter. Urnen verschließen. Noch nichts einwerfen. Urnen wieder runter und verschließen, bitte. Und jetzt eröffne ich den Wahlgang. Jetzt dürft ihr Stimmzettel abgeben. Noch einmal zur Wiederholung. Die Nummer 5 haben wir übersprungen. Wir wählen mit der Nummer 6 in Blau. 6 in Blau. Außerdem haben wir das BIMA-Bild angepasst. Dort könnt ihr das nachlesen, welchen Stimmzettel wir benutzen. Übliche Ansage, ich warte auf meine Wanderurne. Wenn die wieder da sind, würde ich gerne schließen. Das sollte möglichst zeitnah stattfinden. Wer mich jetzt also hört und noch wählen will, kann sich eine der vielen Freihinden-Urne aussuchen und seinen Zettel dort einwerfen. Eine Ansage für die Presse. Gleich nach dem Ende dieses Wahlgangs beginnt die Rede von der Europaabgeordneten Amelia Andersdotter. Wenn die Wanderurne, die wieder im Saal sind, an ihre Ausgangsposition zurückgehen, von wo ich sie losgeschickt habe, dann kann ich sehen, dass sie wieder da sind. Und leider habe ich kein Fernglas. Ist die Urne aus dem Pressebereich wieder da? Wenn ja, bitte winken. Ich weiß, dass ich Katzenbilder nicht schlagen kann. Aber wer noch wählen will, bitte jetzt winken, falls irgendwo noch gewählt wird. Bitte winken. Ich sehe das Winken eingestellt. Ah, gut, dort hinten wird noch gewählt. Dort hinten ist die Wahlhandlung abgeschlossen. Damit hoffe ich, dass jetzt alle Wahlhandlungen abgeschlossen sind. Ich schließe diesen Wahlgang und bitte meine Helfer auszuzählen. So, wir machen jetzt weiter mit einem Redebeitrag der Europaabgeordneten der schwedischen Piratenpartei Amelia Andersdotter. Next up, a speech by our parliamentarian from the European Parliament of the Swedish Pirate Party, Amelia Andersdotter. Ein Hinweis noch. Auf mehrfachen Wunsch werden wir die Rede nach wenigen Sätzen jeweils ins Deutsch übersetzen, damit es barrierefrei bleibt für diejenigen, die kein Englisch können. Nur mal vorab als Hinweis. Einfach. Honorable Chairperson, Meeting Representatives, Dear Pirates, Friends, It's been more than six months since I have last spoken before you. You have went through wonderful times in the campaign and tough times when you didn't secure the delegation in the Bundestag. At the same time, Demokratie moves on and we now face new challenges. In the next year, we will be running all together for the European elections and they have never seemed to be more important than this time. Gleichzeitig geht der demokratische Prozess weiter. Es sind neue Herausforderungen. Nächstes Jahr werden wir zusammen in den europäischen Wahlkampf eintreten. Und diese Herausforderungen sind noch nie mehr wichtig für die Piraten als heute. Many of the discussions in the public media of the past year call into question the utility of the Internet. What are we doing with this thing that we built? Can we trust it? Is it where a common future for all of us can be made or is it just a place where manipulation can happen of the many by the few? Viele der Diskussionen in den Medien der letzten Jahre stellen die Nüttlichkeit des Internets infrage. Was tun wir damit? Können wir dem Internet vertrauen? Liegt hier eine gemeinsame Zukunft für uns alle oder ist es ein Mittel zur Manipulation der Massen durch einzelne wenige? Das Internet ermöglicht den weltweiten Austausch von Kulturen und Wissen. Und wir beraten haben das Netz genutzt um völlig neue Möglichkeiten grenzenlose Gemeinschaft auf einem globalen Level zu ermöglichen. It seems less good and less adequate to be using the Internet for some of the other things that we use it for. Healthcare, electricity, sometimes even political discourse. Es scheint weniger gut dazu geeignet zu sein es für andere Dinge zu benutzen wie Gesundheitswesen, Elektrizität, vielleicht sogar für die Demokratie selber. Diese Herausforderung für eine... Entschuldigung. Sorry. I have to fart. So our task for these elections is to find a way to explain why the Internet still kicks ass. We pirates define the problems on that face the Internet and we have the solutions. I stand before you now to request support for European Internet Peace Agenda. We beraten, sprechen the problems and also the solutions that we want to bring to you. and I speak for you and I speak for you and I speak for you to offer for support for a global peace agenda. Vielen Dank. Und anstatt, dass die Regierung und die Polizei die Möglichkeiten nutzt und wir sollten sicherstellen, dass diese Probleme, die die Massenüberwachung und die Sicherheitsprobleme mit sich bringt, diese Probleme gelöst werden von dem Grund. What we need is consumer protection, responsibility, transparency and a level playing field for the market. Peace through trade was always the founding idea of the European Union and this is where we need to go also on the internet. Applaus Verbraucherschutz, Verantwortung und Transparenz auf dem globalen Weltmarkt ist die Zukunft. Frieden durch Handel, das war die Gründungsidee in der Kinderstube des Europäischen Union und und das ist da wo wir jetzt wieder hingehen müssen. But we need also to hold our governments accountable for when they are acting hypocritically. Many European governments are blocking negotiations for stronger and forcible data protection rules. They cannot do this if they at the same time claim that they are supporting human rights and we cannot have an internet of trust, confidence and future without upholding these rights. Applaus Und gleichzeitig müssen wir unsere Regierung zuständig und kontrollieren, während sie hypokritisch handelt. Viele europäische Länder blockieren Verhandlungen für einen stärkeren, verbindlicheren Datenschutz. Diese kann nicht der Weg sein, wie manche behaupten, um Menschenrechte zu schützen. Und wir können dem nicht vertrauen haben in die Zukunft, ohne dass diese Rechte gewahrt werden. The internet can never be the driver of a European economy and can't be a tool to get out of the financial crisis without clear and forcible laws and human rights. Peace through trade, the old idea of the European Union re-manifesting itself through strong laws in favor of the individual and her rights and with a clear leadership for all of society. Applaus Der Internet alleine kann nicht die Zukunft der europäischen Ökonomie sicherstellen. Und es kann nicht das Werkzeug sein, um aus der finanziellen Krise rauszukommen, ohne dass es klare, verbindliche Regeln für Menschenrechte gibt. Frieden durch Handeln. Diese alte Idee der Europäischen Union remanifestiert sich selber viel stärker in den Problemen, anstatt die mittelalterlichen Vorstellungen über die Rechte durchzusetzen und mit klaren Vorbild für unsere Gesellschaft. Sorry. The net peace agenda is our idea for how we want to coexist. But equally important for friendship, peace and cooperation is building the bridges for understanding each other across borders. This is why we need file sharing and why it needs to be legal. The net peace agenda is our idea and it is how we want to coexist. But at the same time is important for friendship, peace and cooperation for Brücken to build, for understanding over the borders. It's never been so easy, technically, to create communities around culture and to be friends across borders. Yet large companies try to make it technically impossible and politicians make it illegal to stop these companies from stopping us being friends. This is not in the European tradition. It's not in the European interest. And it's against our values of transparency, empowerment, cooperation and peace. Es war noch nie technisch so einfach, Gemeinschaften zu kreieren, die über die Freunde verbinden würden und Grenzen überspannen würden. Und trotzdem versuchen große Unternehmen, alles zu tun, um das technisch unmöglich zu machen. Und das ist nicht in der Tradition des europäischen Friedens. Und das ist nicht in unserem Interesse. Es ist gegen unsere Werte von Transparenz, Empowerment, Kooperation und Frieden. So this is what I want to bring today. The net peace agenda is our right to decide about ourselves and our right to decide to be together. It's a pirate roadmap for the future of cooperation, transparency, human rights and European entrepreneurship. It is us creating the economy and the communities that we want. Es ist unser Piratenweg in die Zukunft für Kooperation, Transparenz, Menschenrechte und europäisches Unternehmentum. Es ist unser Beitrag für die Ökonomie von der Gesellschaft, die wir wollen. We make the future and we are the future. Internet peace is what I hope that we the pirates will bring to the European elections in 2014. Thank you very much for listening. Ihr könnt gleich noch mal klatschen. Lass mich noch mal kurz für die Leute, die es nicht verstanden haben, sagen. Wir sehen diese Zukunft. Wir machen diese Zukunft. Und wir sind diese Zukunft. Internet Frieden. Das ist das, was Piraten euch bringen werden in den Wahlen 2014. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Amelia Andersdotter. Wir machen jetzt weiter mit einer Ansage von Silvi bezüglich der Europawahlen. Genau. Also Amelia ist ja Europakandidatin und einige von euch wollen das auch werden. Und dafür ist es wichtig, dass ihr das Vorstandsblock des Bundesvorstands lest. Also alle, die schon Kandidaten sind oder noch auf die Idee kommen, Europakandidat werden zu wollen, lest das Vorstandsblock. Dankeschön. Als nächstes möchte die Versammlungsleitung etwas sagen. Ja, das Übliche. Dieses Mal mit der Frage, in welchem Teil der Hausordnung oder aus welchem Teil der Haus- oder Geschäfts- oder irgendwas Ordnung entnehmt ihr, dass es eventuell eine gute Idee sein könnte, in dieser Halle Drohnen fliegen zu lassen. Ich wurde von der Security darauf hingewiesen, dass ich euch bitten soll, keine Flugobjekte in dieser Halle fliegen zu lassen. Ich kann verstehen, dass es irgendwie im ersten Augenblick nach einer lustigen Idee klingt. Ist nicht lustig. Bitte lass das. Gut. Keine Drohnen. Alles klar. Wir haben einen GO-Antrag. Okay, wir kriegen vielleicht später einen GO-Antrag. Bevor wir jetzt mit der Wahl des politischen Geschäftsführers oder der politischen Geschäftsführerin weitermachen, gibt es noch ein paar organisatorische Durchsagen. Und zwar, zunächst soll ich euch darum bitten, bitte nicht unmittelbar vor den Eingängen zu rauchen. Außerdem haben wir einen USB-Stick gefunden von Jeffrey. Den haben wir am Fundbüro abgegeben und der kann dort abgeholt werden. Weiterhin soll ich durchsagen, die AG Kultur trifft sich um 12 Uhr. Also in einer Stunde im Raum 2. Nächste Durchsage. Gestern Abend im Schlachthof nebenan ist eine Rechnung von insgesamt 50 Euro offen geblieben. Diese wurde von anderen Piraten beglichen. Wer vergessen hat, etwas zu bezahlen, kann die Nachzahlung jetzt am Eingang zum Pressebereich tätigen. Außerdem, Ed Bommel auf Twitter sucht CC-Bilder vom Bundesparteitag. Also wenn ihr Bilder gemacht habt und die unter einer CC-Lizenz veröffentlicht, meldet euch bei Twitter bei Ed Bommel mit Doppel-O. Wir kommen jetzt gleich zur Kandidatenvorstellung für das Amt der politischen Geschäftsführung. Ich möchte euch daran erinnern, da es ja die Option gibt, für dieses Amt auch eine Stellvertretung zu wählen. Bitte macht euch Notizen zu allen Kandidierenden, weil durchaus ja die Chance besteht, falls wir zwei, also später eine Stellvertretung für dieses Amt wählen, dass dort ähnliche oder die gleichen Leute nochmal kandidieren. Also macht euch Notizen, passt gut auf. Zwischen den Wahlgängen ist möglicherweise etwas Zeit. Dann übergebe ich jetzt an die Wahlleitung. So, wir haben ein Ergebnis von 676 abgegebenen Stimmen waren 648 gültig. Es entfielen auf Stefanie Schmidke 369 Stimmen, das sind 56,9 Prozent. Stefanie. Und damit zurück an die Versammlungsleitung. Gut, also wir machen gleich weiter mit dem nächsten Wahlgang. Wie gesagt, die Leute, die für das Amt der politischen Geschäftsführung kandidieren, halten sich bitte bereit. Aber vorher haben wir noch einen GO-Antrag. Ich hätte einen GO-Antrag auf dem Meinungsbild, würde gerne ein Meinungsbild abfragen. Dann formuliere bitte das Meinungsbild. Ja, ich wollte den Bundesparteitag fragen, ob er ein Problem darin sieht, wenn freiverkäufliches Kinderspielzeug, wie es ja auch auf anderen politischen Veranstaltungen eingesetzt wird, hier in der Halle, solange es natürlich nicht gefährlich ist, also es sich um freiverkäufliches Kinderspielzeug handelt, hier eingesetzt werden darf. Wird ja auch auf anderen politischen Veranstaltungen in Deutschland durchaus gerne mal eingesetzt. Das ist kein Meinungsbild im Sinne der Tagesordnung. Meinungsbilder müssen sich immer auf den aktuellen Tagesordnungspunkt beziehen. Wenn du Fragen zur Sicherheitslage hier in der Halle hast, wende dich bitte ans Frontoffice. Danke. Gut, dann übergebe ich jetzt an die Wahlleitung für die Kandidaturen zur politischen Geschäftsführung. Ich werde die Kandidatenliste für die politische Geschäftsführung gleich schließen. Ich fange jetzt schnell an, Lose zu malen. Das heißt, ihr habt noch ein paar Minuten Zeit. Wir haben einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Die Akkreditierungsnummer 48058. Wir haben dein Rundum-Sorglos-Paket. Karten, Block, kann alles beim Frontoffice abgeholt werden. Die 48058. So, wir losen jetzt die Reihenfolge der Kandidierenden. Entschuldigung, noch nicht. Bevor wir die Reihenfolge machen können, müssen wir natürlich erst die Liste abschließen. Das Frontoffice hat keine neuen Kandidaturen erhalten, während ich Lose gemalt habe. Damit bleiben wir bei neuen Kandidaturen und ich schließe die Liste. Und jetzt losen wir. Gut, dann losen wir jetzt. Zuerst Florian André Unterburger. Bernd Kasperidus. Björn Niklas Semrau. Florian Lang. Christoph Canhyn. Paul Weiler. Klaus Sommerfeld. Mirko Da Silva. Ali Utlu. Klaus Sommerfeld. Und das wären alle für diesen Wahlgang. Dann beginnen wir jetzt mit der Vorstellung des ersten Kandidaten. Das ist Florian André Unterburger. Florian hat noch auf kein Amt kandidiert und hat deshalb eine Vorstellungszeit von drei Minuten. Ich bitte euch um Ruhe, damit wir beginnen können. Dann beginnt die Vorstellung jetzt. Liebe Versammlung. Mein Name ist Florian und ich kandidiere als politischer Geschäftsführer. Ein Jahr der Rückschläge geht zu Ende. Dem kommenden Bundesvorstand stehen schwierige Aufgaben bevor. Um die Piratenpartei nach innen und nach außen zu stabilisieren, um die Grundlage für einen neuen Aufbruch zu legen, muss vieles anders werden. Neben vielen innerparteilichen Weichenstellungen, die ich im Vorfeld des Bundesparteitages bereits vielfach erläutert habe, müssen wir allen voran unsere Kommunikation nach außen verändern. Bislang standen unsere einzelnen Programmpunkte zusammenhanglos nebeneinander. Aber wir müssen anfangen, jeden einzelnen Punkt in den Kontext zu setzen. Den Menschen das große Ganze zu erklären. Unsere Identität. Unsere politische Vision. Den Überbau für das, wofür wir stehen. Und immer wieder erklären, erklären und erklären. Wir sind keine Internetpartei mehr. Lauter. Lauter. Jetzt. Wie geht es mit dem Mikro? Wir sind keine Internetpartei mehr. Danke. Sondern eine Partei, die im Netz ihren Gesellschaftsentwurf gefunden hat. Wir haben einen Gesellschaftsentwurf, bei dem jeder Mensch diskriminierungsfreien Zugang und bedingungslose Teilhabe genießt. Und deswegen fordern wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir haben einen Gesellschaftsentwurf gefunden im Netz, bei dem sich alle Menschen frei und unbeobachtet entfalten können. Und deswegen kämpfen wir gegen staatliche Überwachung. Wir haben im Internet einen neuen Gesellschaftsentwurf gefunden, bei dem alle Menschen grenzenlos und solidarisch miteinander sind. Und deswegen fordern wir eine progressive Asylpolitik und ein vereintes, offenes und grenzenloses Europa. Diese Partei ist aus Angst geboren. Doch wir dürfen keine Partei sein, die Angst macht. Wir müssen zu einer Partei werden, die Mut macht und die Hoffnung gibt. Und dann werden wir im nächsten Jahr wieder in die Parlamente einziehen, in die Stadträte, in die Landtäge und ins Europaparlament. Mit unserer Idee von Zukunft, mit unserer progressiven Vision für die Gesellschaft und mit unserem neuen Gesellschaftsentwurf. Die Piratenpartei steht erst am Anfang. Dankeschön. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, Fragen in die Urne dort vorne einzuwerfen. Bitte macht das recht zügig. Ich habe es leider vor der Rede nicht angesagt, aber wie immer gilt, man kann auch während der Rede schon Fragen einwerfen. Aber was ich schon mal machen kann, ist die Frage stellen, ob der Kandidat befragt werden soll. Hebt bitte dafür jetzt eure Stimmkarten. Das ist mehrheitlich der Fall. Der Kandidat wird befragt. Ich gebe euch jetzt noch zwei Minuten, um eure Fragen in die Urne einzuwerfen. Und dann machen wir weiter mit der Auslösung der Fragen. Dann gibt mir bitte das Zeichen, wenn da alle eingeworfen haben. Da kniet noch jemand, schreibt der noch eine Frage? Nein? Gut, dann bringt mir jetzt bitte die Urne nach vorne zur Auslösung der Fragen. So, wir ziehen jetzt wieder sechs Fragen und sofern diese unterschiedlich sind, werden die dann nacheinander gestellt. Ich bitte euch um eure Aufmerksamkeit. Die erste Frage. Der politische Geschäftsführer ist unser Vertreter nach außen. Kannst du dir vorstellen, bei Günter Jauch gegen Lindner oder Gysi anzutreten? Ja, ich kann mir das vorstellen, sonst wäre ich hier nicht angetreten. Ich war ein Jahr lang Landesvorsitzender in Sachsen und habe dort schon Erfahrungen mit Interviews und Pressearbeit gesammelt. Die zweite Frage. Wie grenzt du die Piraten von den Linken und den Grünen ab? Ich glaube, dass die Piraten mit Linken und Grünen am ehesten noch was gemeinsam haben auf der politischen Ebene. Ich sehe da, also ich sehe die jetzt in vielen Bereichen als Verbündete, aber es gibt natürlich Unterschiede. Wir haben mit dem neuen Gesellschaftsentwurf, den ich ja vorhin erwähnt hatte, ein umfassendes Konzept, eine umfassende Vision für die Zukunft. Das sehe ich bei Linken und Grünen leider halt nicht. Die haben einzelne Schwerpunkte, die da interessant sind, mit denen man zusammenarbeiten kann. Aber ich denke, wir haben eine umfassende Vision, die die Grünen und die Linken nicht haben. Die dritte Frage. Skizziere bitte, wie du das Verhältnis von Bundesvorstand und den Landesvorständen prägen und gestalten willst. Mir ist ganz wichtig, dass eine stärkere, ständige Vernetzung stattfindet zwischen den verschiedenen Vorständen. Zwischen den Landesvorständen und ich erwarte auch vom Bundesvorstand und von mir dann, dass er eine Bringschuld hat, gegenüber den Ländern, auf die Länder zuzugehen. Und viel stärker, was ich auch in meiner Kandidatur geschrieben hatte, viel stärker auch auf die Präsenz treffen zu gehen, weil ich glaube, dass virtuelle Kommunikation leider immer noch technisch begrenzt ist aktuell. Und wirklich persönliche Kontakte, wir sehen das bei jedem Bundesparteitag, sind viel effektiver. Und dann kann auch ein besserer Kommunikationslust entstehen und dann entstehen auch wenige Konflikte. Und das muss der Bundesvorstand von sich aus auf die Länder zutragen. Die nächste Frage. Wie ist deine Haltung zur Häkelkon? Ja, die Häkelkon war eine Konferenz, die diesen Sommer stattgefunden hat. Am Anfang habe ich daran mitgewirkt und habe sie mitgestaltet. Am Ende war ich nicht mehr an der Orga beteiligt. Ich finde die Häkelkon ist eine super Sache. Ich weiß nicht jeder, ob jemand nicht weiß, was das ist. Das ist eine Konferenz zum Thema Inklusion im weitesten Sinne. Inklusion bedeutet, dass alle Menschen gleichgestellt sind, unabhängig von irgendwelchen körperlichen Merkmalen. Und die Frage lautet ja, wie ist meine Haltung dazu? Ich finde das sehr gut und sowas sollten wir öfter machen. Die fünfte Frage. Wie stehst du zu Stuttgart 21? Das ist jetzt eine Frage. Ja, ich kann da im Sinne des Parteiprogramms antworten. Wir sollten Bürgerbeteiligung ermöglichen, vor Ort bei solchen Bauvorhaben. Und wenn dann diese Bürgerbeteiligung umgesetzt wird und beschlossen wird, dann ist es zu akzeptieren. Insofern, ja, das ist meine Meinung zu Stuttgart 21. Und die letzte geloste Frage. Traust du dir spontane Interviews fachlich zu? Ja, also ich traue mir spontane Interviews auf jeden Fall fachlich zu, weil ich glaube, dass ich eine sehr breite Kenntnis des Programms habe. Aber wenn ein Interview ansteht, würde ich mich natürlich vorher recherchieren und noch viel detaillierter einarbeiten in die Themenschwerpunkte. Aber trotzdem traue ich mir spontan da auch zu, einiges zu sagen. Das war die letzte der gelosten Fragen. Seid ihr der Ansicht, dass der Kandidat damit ausreichend befragt wurde? Bitte die Karten heben. Das ist mehrheitlich der Fall. Damit ist die Befragung beendet. Dankeschön. Noch mal ein kleiner Hinweis von mir. Ich zähle gerne eure Stimmen. Dazu muss ich sie sehen. Wenn ihr die Karten quer haltet, sodass ich die schmale Seite sehe, kann ich sie nicht zählen. Also achtet ein bisschen drauf, wie die Dinger orientiert sind. Und bitte hebt immer nur eine Karte. Danke. Wir kommen zur Vorstellung des nächsten Kandidaten. Das ist Bernd Kasperidus. Bernd hat bereits für ein anderes Amt kandidiert, hat also eine Vorstellungszeit von einer Minute. Auch hier wieder, wenn ihr Fragen einwerfen wollt, könnt ihr dazu auch die Zeit während der Vorstellung nutzen. Also Bernd hat jetzt eine Minute Zeit, sich noch mal vorzustellen. Und die beginnt jetzt. Ich weiß, ich müsste jetzt hier Öl auf die Primadonnen träufeln und meinen Hahn blasen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe keine Lust dazu. So was macht man, wenn man denkt, man redet zu Erwachsenen. Was ich gestern und heute über mich im Internet gelesen habe, das lässt mich zweifeln, ob ich mit Erwachsenen zu tun habe. Deswegen drehen wir das Ganze mal rum. Wer ernsthaft an mir interessiert ist als Kandidaten, der fragt mich direkt. Ich bin nicht zu übersehen. Der kann mir dann auch Kritik direkt ins Gesicht sagen. Danke. Dankeschön. Jetzt die Frage, möchtet ihr den Kandidaten befragen? Bitte um die Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Der Kandidat wird nicht befragt. Wir kommen zur Vorstellung des nächsten Kandidaten. Das ist Björn Niklas Semrau. Björn hat noch für kein weiteres Amt kandidiert, hat also eine Vorstellungszeit von drei Minuten. Und ihr könnt wie immer diese Zeit nutzen, um bereits Fragen in die vorgesehene Urne einzuwerfen. Dann hat Björn jetzt das Wort. Hallo. Ich bin Björn Niklas Semrau. Ich bin 34 Jahre. Ich werde morgen 35 Jahre. Gut. Ich will mich nicht zu weit vorbeugen. Gut. Ich bin 35 Jahre. Ich bin Grundungsmitglied von den Piraten. Ich habe 2007 mit Thorsten Wirth zusammen den Hessischen Landesverband mitbegründet. War auch dort mit Thorsten zusammen im ersten Vorstand. Ich habe den KV Darmstadt mitbegründet und war auch Kandidat für die hessische Liste und für Darmstadt in der Bundestagswahl. Ich bin Gründer der AG Außenpolitik und dort auch derzeit Koordinator. So viel dazu zu dem, was ich schon mal gemacht habe. So ganz kurz. Die Partei ist im Umbruch. Richtig. Aber wir haben auch einiges, worauf wir zurückblicken können, was gut ist. Wir sind nicht am Boden. Wir haben eine gute Basis, auf der wir stehen. 2,2 Prozent in Umfragen, nach Quatsch, in Ergebnissen. Das muss man erst mal erreichen. Und wir haben schon etwas bewegt. Und das ist ein gutes Gefühl. Netzpolitik muss sich heute nicht mehr hinter anderen Themen verstecken. Das haben wir salonfähig gemacht. Aber das sind ja nicht alle unsere Themen. Im Wachstum der letzten Jahre haben wir viele Themen dazubekommen, die genauso wichtig sind und die Menschen in diesem Land interessieren. Und die müssen wir auch nach vorne bringen. Das alles möchte ich tun. Ich möchte diese Themen, die wir als Basis zusammenarbeiten, nach außen projizieren als Vorstand. Das ist nämlich, wie ich unsere Aufgabe sehe, als Projektor, als Außendarsteller. Nun, ich halte mich dafür in der Lage. Ich habe Presseerfahrung. Ich habe das schon gemacht. Und ja, biete mich dafür an. Was möchte ich in meinem Amt tun? Wie gesagt, ich möchte die Außenwirkung von uns verstärken. Ich möchte die Themen und die Menschen versuchen zu einigen in dieser Partei, um sie zur Zusammenarbeit zu bewegen. Wir sind nicht weit voneinander entfernt, liebe Freunde. Wir sind uns nah und unsere Themen schließen sich weitgehend nicht einander aus. Wir müssen uns nur gegenseitig unterstützen. Wir müssen loyal zusammenstehen. Und das können wir. Und ich möchte das vorleben. In einem Bufo, der ein Team ist. Ich möchte, dass wir einen starken, gemeinsam arbeitenden Bufo haben. Dafür möchte ich mich auch dort einsetzen, dass wir ein Team haben. Auch das können wir. Danke. Die Zeit ist vorbei. Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Ich bitte jetzt um das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich der Fall. Der Kandidat wird befragt. Dann begebt euch jetzt bitte zu der Urne und werft noch eure Fragen ein. Wenn ihr noch eine Frage einwerfen wollt, begebt euch jetzt bitte gut sichtbar zur Urne. Da läuft noch jemand. Möchtest du einen GO-Antrag stellen? Dann bitte beide Arme. Aber okay. Moin. Ich möchte gerne einen GO-Antrag zum Wahlverfahren stellen. Und zwar, dass wir diese Wahl im Präferenzwahlverfahren oder wie auch immer das korrekt heißt, abstimmen. Alles klar. Bitte schreibt das nochmal auf. Wir machen das, wenn wir mit der Kandidatenvorstellung durch sind. Gut. Jetzt sollten alle ihre Fragen eingeworfen haben. Dann bitte ich, die Urne nach vorne zu bringen. Dann kommen wir jetzt zur ersten Frage. Ich bitte um Ruhe. Definiere bitte für dich die Begriffe linksliberal und sozialliberal und verorte mit diesen Begriffen die Piraten. Also für mich ist halt linksliberal eine politische Richtung, die halt sowohl aus freiheitlichen Themen besteht als auch aus sozialen Themen. Das ist das, was ich primär darunter selbst verstehe. In aller Kürze. Sozialliberal trifft für mich eigentlich das relativ ähnlich. Die nächste Frage. Wie willst du dich als Person in der Partei und der Öffentlichkeit bekannt machen und was bist du bereit, dafür zu investieren? Also ich werde mich natürlich durch Präsenz damit, mit Präsenz einsetzen, mit Zeitaufwand. Ich habe die Möglichkeiten, viel Zeit reinzustecken. Ich werde viel rumreisen. Ich werde versuchen, die Vernetzung in den Landesverbänden auch zu erhöhen und werde mich auch natürlich anbieten für Pressegespräche und Ähnliches, was als politischer Geschäftsführer ja eh gedacht ist. Die dritte Frage. Kannst du mit den gewählten Vorständen zusammenarbeiten und was tust du bei Problemen im Vorstand? Also ich halte mich für jemanden, der sehr teamfähig ist. Ich halte mich für jemanden, der eher sachlich und ruhig ist und ich halte mich für sehr in der Lage, meine Leidenschaften hinter einen konstruktiven Ansatz zurückzustellen. Demzufolge, wenn es Probleme im Vorstand geben sollte, werde ich halt versuchen, diese zu lösen. Ich werde diesen nicht aus dem Weg gehen. Ich werde sie auch nicht hintenrum irgendwie breittreten. Ich werde sie versuchen, mit der betreffenden Person unter vier Augen zu klären. Die nächste Frage. Worin wärst du besser? Im Betreiben eines Barbershop für Politiker oder im Führen einer Show für Polizsatire? Also es wäre beides reizvoll, aber ich glaube, dann wäre die Show für Polizsatire eher was für mich. Die nächste Frage. Das ist die fünfte Frage. Ich bitte weiterhin um Ruhe. Kannst du dir vorstellen, gut mit Thorsten zusammenzuarbeiten? Also wir hatten im Landesvorstand 2007 durchaus Probleme miteinander. Aber ich denke, dass wir beide professionell genug sind, um darüber hinwegsehen zu können, weil wir schließlich beide einen guten Buch vorhaben wollen. Wir haben gerade noch Schwierigkeiten, die letzte Frage zu entziffern. Wir bemühen uns redlich. Im Zweifelsfall aber, wenn wir eine Frage nicht lesen können, nehmen wir einfach die nächste. Also schreibt bitte leserlich. Ein Interviewer fragt dich nach Schuldenbremse und Austeritätspolitik. Was sagst du? Ich halte Austeritätspolitik nicht für den richtigen Weg in diesem Land, weil es halt Investitionen verhindert und uns letztlich wirtschaftlich beschränkt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in diesem Land vorankommen. Da müssen wir Wachstum erreichen, Arbeitsplätze schaffen. Ich halte Austeritätspolitik für eine Sackgasse. Das war die letzte der gelosten Fragen. Seid ihr der Meinung, dass der Kandidat ausreichend befragt wurde? Bitte um das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich der Fall. Damit ist die Befragung beendet. Gut, der nächste Kandidat, Florian Lang, kandidiert nur für die Stellvertretung. Damit ist der nächste Kandidat, der sich vorstellt, Christoph Canhin. Christoph hat bereits für ein Amt kandidiert und hat damit eine Minute Zeit, sich vorzustellen. Ich bitte euch, zur Ruhe zu kommen, damit wir beginnen können. Und diese Redezeit beginnt jetzt. Ja, ich habe jetzt nur eine Minute. Die möchte ich nutzen, um nochmal mein Angebot klarzumachen. Ich bin das letzte überlebende Mitglied des letzten Bundesvorstandes. Ich möchte diesen Bundesvorstand in Kontinuität bringen und die Strukturen, die angefangen wurden zu schaffen, auch weiter schaffen. Nach außen möchte ich kommunizieren, dass wir das Thema von uns zusammenhängen. Dass, wenn Leute was zur Asylpolitik machen wollen, dann können wir denen das nicht verbieten. Dann können wir nicht sagen, hier, das ist nicht Kernthema. Dann müssen wir erklären, warum unsere Vorstellung von einer freien Kultur, von WeMix und Sharing dazu führt, dass unser Kulturverständnis nicht von Angst geprägt ist, dass wir ein Leitkulturgedanke einer CDU. Nur so als Beispiel. Wir müssen die Dinge zusammen verbinden. Wir müssen klar machen, wie die Dinge bei uns zusammenhängen, damit jedes Mitglied in der Basis die Möglichkeit hat, Politik vor Ort zu machen und auf der Bundesebene die Metaebene zu finden. Möchtet ihr, dass der Kandidat befragt wird? Ich bitte um das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich der Fall. Der Kandidat wird befragt. Ich bitte euch jetzt, euch mit euren Fragen zu der Urne zu begeben und das möglichst zügig. Dankeschön. Bitte werft dann eure Fragen ein. Je kürzer eure Fragen sind, desto größer ist auch die Chance, dass die Versammlungsleitung sie lesen kann. Stürmt jetzt noch jemand zur Urne? Ich sehe niemanden. Da kommt noch jemand. Jetzt scheint niemand mehr unterwegs zur Urne zu sein. Dann bitte ich jetzt, die Urne nach vorne zu bringen zur Auslosung der Fragen. Die erste Frage. Wie stehst du zum Basisentscheid und was willst du tun, um diesen voranzubringen und die Bekanntheit zu steigern? Also ich finde schon mal gut, dass wir mal angefangen haben. Ich persönlich bin eher ein Freund von der SMV, aber ich unterstütze auch den Basisentscheid, solange wir nichts anderes haben. Da vorne gibt es Flyer. Ich weiß nicht, ob es die heute immer noch gibt. Die hat die SG Gestaltung gemacht. Und da kann man sich dann auch informieren. Und man kann sich heute auch akkreditieren, übrigens, für den Basisentscheid. Ich unterstütze das, weil es Dinge voranbringt. Aber ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen. Die zweite Frage. Wie möchtest du die Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden, wie zum Beispiel die Ärzte, positiv entwickeln? Ja, wir sollten, glaube ich, schon schauen, dass wir ein bisschen respektvoll umgehen. Allerdings, wenn man verklagt wird, gab es kein Gespräch vorher und dann darf man auch mal eine scharfe Kante zeigen, auch wenn man die Ärzte mag. Die nächste Frage. Was genau verstehst du unter einer Strategie? Unter einer Strategie verstehe ich vor allen Dingen, dass wir bei den Themen, die wir kommunizieren, uns im Klaren sind, was wir da als Aussage haben. Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir im Wahlkampf kreuz und quer Aussagen gemacht haben, die zu 90 Prozent der Fälle einfach waren. Wir finden es doof. Und das, so schön es ist, auf die Straße zu gehen und Protest zu machen, kann auf Dauer nicht unsere Message sein. Unsere Nachricht muss immer in einem klaren Lösungsangebot sein. Und das ist für mich eine Strategie, die auch tragfähig ist, die wir auch teilen müssen in der Partei, damit jeder weiß, okay, das will diese Bundespartei bei diesem Thema aussagen und bei unseren Themen insgesamt. Die nächste Frage. Wirst du weiter nach dem Prinzip ich mache alles mit meinem Team bitte nicht stören verfahren oder wirst du den Gedanken der Mitmachpartei verfolgen? Ich verfolge sehr gerne den Gedanken der Mitmachpartei. Nur mal so zur Info, die Plakatreihe ist mit zwei Lime-Survey-Umfragen und etlichen Erinnerungen und Blog-Einträgen begleitet worden. Wenn Leute das dann nicht mitbekommen, dann beschweren sie sich natürlich, aber grundsätzlich bin ich auch dafür, dass wir Prozesse einhalten. Wenn Leute sich bei einem Mitmachprozess am Anfang eingebracht haben, dann darf man die nicht absägen, wenn mal so, weil irgendjemand was nicht mitbekommen hat zwei Monate später. Das heißt, ich muss selber darauf achten, dass wir Prozesse vorher schon gut ankündigen, damit jeder mitmachen kann, aber wenn dieser Prozess gestartet ist, können wir ihn nicht zwei Monate später wieder in den Haufen schmeißen. Das ist auch scheiße für die, die dann schon zwei Monate daran gearbeitet haben und dann, ja, das ist auch für Ehrenamtliche äußerst frustrierend. Wir kommen zur fünften Frage. Erläutere uns kurz dein Kulturverständnis und den Zusammenhang zum Grundsatzprogramm. Mein Kulturverständnis ist das von einer Kultur, die es als positiv sieht, geteilt zu werden, verändert zu werden, geremixt zu werden. Kultur muss in Bewegung sein. Leitkultur ist eine tote Kultur. Das ist mein Kulturverständnis. Und dieses Kulturverständnis speist sich für mich aus dem File-Sharing-Gedanken, aus dem Free-Culture-Gedanken, wo Lawrence Lessing ein Vorreiter ist, aus dem Umgang, wie wir beim Urheberrecht, wie wir mit dem Urheberrecht umgehen wollen, mit den Creative Commons eine Lösung haben, wie wir Remix ermöglichen. Das ist mein Kulturverständnis und ich glaube, das steht auch so in unserem Grundsatzprogramm. Die letzte geloste Frage. Hast du vor und wenn ja, wie und mit welchen Themen das positiv gestalterische Element unserer Politik in der Öffentlichkeit wieder in den Vordergrund zu rücken? Ja, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Leute sind, die mit dem Schild das Ende ist nah rumlaufen auf der Straße. Wir müssen, wenn wir sagen, wir finden irgendwie, das darf nicht passieren, das finden wir blöd, müssen wir auch immer dem positiven Gesellschaftsentwurf dagegen stellen. Es wurde hier schon ein paar Mal die Frage nach der Austeritätspolitik gestellt. Das Erste, wo gespart wird bei solchen Sparzwängen, sind Sozialleistungen. Und wenn dann der Überwachungsstaat bereitsteht mit Schlagstöcken und Kameras für die Leute, die auf die Straße gehen, weil sie sich das nicht mehr gefallen lassen, das ist der Zusammenhang und das ist das, wogegen wir uns aussprechen, weil wir eine freie Welt haben wollen und eine solidarische Welt. Das war die letzte geloste Frage. Seid ihr der Meinung, dass der Kandidat ausreichend befragt wurde? Das ist mehrheitlich der Fall. Damit ist die Befragung beendet und wir kommen zum nächsten Kandidaten. Der nächste Kandidat ist Paul Weiler. Paul hat bereits für ein anderes Amt kandidiert und hat deshalb eine Vorstellungszeit von einer Minute. Wie immer, ihr könnt auch jetzt während der Vorstellung bereits Fragen an die weiteren Kandidierenden einwerfen. Jetzt hat Paul das Wort für seine Vorstellung. Also ich finde es sehr wichtig, dass wir das Amt des Polgf auch mal ein bisschen definieren. Gestern fragte mich Pirat Alius, in welcher Rolle ein Polgf denn auszufüllen gedenkt. Ich finde, ein Polgf sollte ein Vermittler zwischen Basis und Bufo sein. Er sollte die politische Willensbildung voranbringen. Er kann sich auch in der Öffentlichkeit präsentieren, falls kein Themenbeauftragter zuständig sein sollte oder der Bufo selbst. Das ist meine Meinung. Der Polgf sollte vorwiegend ein Ideengeber sein und Strategien vorschlagen können, über die die Basis und letztendlich der Bufo zu entscheiden hat. So im Groben würde ich eben halt den Polgf definieren. So sehe ich das. Danke. Ja, okay. Vielen Dank. Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Bitte das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Der Kandidat wird nicht befragt. Liebe Wahlhelfer, wir kommen jetzt zur letzten Kandidatenvorstellung. Also geht schon mal Richtung eure Urne und bereitet euch geistig auf die kommende Wahl vor. So, wir haben noch einen weiteren Kandidaten, weil die anderen beiden, die auf der Liste stehen, nur für den Stellvertreterposten kandidieren. Der nächste Kandidat ist Klaus Sommerfeld. Klaus hat noch auf kein Amt kandidiert und hat deshalb eine Vorstellungszeit von drei Minuten und ihr könnt die wie immer nutzen, um bereits Fragen einzuwerfen. Dann beginnt, wenn ihr jetzt zur Ruhe kommt, die Vorstellungszeit von Klaus. Bitte schön. Hier, hallo Parteitag. Warum stehe ich hier? Wir, die Pirate, sind längst über das Stadium raus, eine Internetpartei oder eine Ein-Thema-Partei zu sein. Da draußen gibt es immens wichtige Dinge, andere Dinge und Themen, auf die wir uns konzentrieren sollten und um die wir kümmern sollten. Heute zum Beispiel ist Welt-Aids-Tag und vor kurzem ist bekannt worden, dass in Afrika überall immer mehr junge Menschen daran sterben und das ist unsere Verpflichtung auch dagegen was zu tun und dafür sollten wir auch stehen und dafür müssen wir uns selbst im Inneren weiter entwickeln und zwar für alle da draußen. Wir sollten viel mehr auf die Menschen draußen hören und nicht immer uns hier innen in der Filterblase bewegen und überlegen was für uns wichtig ist, sondern wir machen die Politik im Grunde genommen und sollten die nur für die Menschen da draußen machen und dafür möchte ich stehen und dafür stehe ich bereits seit eineinhalb Jahr als Mitglied im Pol-Gef-Team dessen erhalte ich hiermit auch im Grunde genommen mit vordere auch von der anderen Kandidaten wenn andere gewählt werden sollten. Gestern wurde unter anderem ich und noch jemand hier als mit einem Sockenschuss bezeichnet davor eine Respektkarte dafür hochgehalten die Presse hat es als Suppenschuss weiter rausgebracht und das ist unsere Außendarstellung und diese Außendarstellung die muss unbedingt aufhören und deshalb müssen wir intern an uns arbeiten und das ist meiner Meinung nach die Aufgabe von der politischen Geschäftsführer auch im Inneren Versöhnung und vor allen Dingen Verbindungen zu schaffen die Polgevs der Länder zu verbinden zu vernetzen damit wir unsere Themen besser nach außen bringen und zwar nur unsere Themen und nicht solche Dinge wir müssen endlich aufhören Politik für Medien oder sonst irgendjemand zu machen sondern wirklich für die Menschen an den Stellen wo wir erkennen in diesem Staat läuft so viel falsch und wir sind still an lauter Sachen wir durchdringen sind interne Querele sind irgendwelche Dinge und das muss auf den Schlag aufhören und das ist eine der Aufgaben im Inneren eines politischen Geschäftsführers und das möchte leisten und damit es zu lang wird ganz kurz ich bin Klaus Sommerfeld ich bin der Vater zweier wundervoller Töchter 57 Jahre alt Dankeschön das war die letzte Kandidatenvorstellung ich bitte um das Handzeichen ob ihr möchtet dass der Kandidat befragt wird das ist mehrheitlich nicht der Fall damit ist die Befragung des Kandidaten beendet und wir bekommen jetzt zur Behandlung des Antrags zur Geschäftsordnung diese Wahl per Präferenzwahl Verfahren durchzuführen zum kurz zur Erklärung dieser Antrag bezieht sich nur auf die Wahl zur politischen Geschäftsführung nicht auf eine etwaige Wahl einer Vertretung und wir haben dazu eine Gegenrede eine Verständnisfrage bitte schön Hallo ja lieber Jochen eine kurze Frage bevor ich abstimme sind die Schwierigkeiten die gestern die Auszählung so lange haben dauern lassen sind die inzwischen behoben Radio Erevan würde antworten im Prinzip ja aber nach unserer Einschätzung dauert das jetzt mit Bewertungswahl zu machen etwa 50 bis 60 Minuten länger als mit approval und wir haben so ein bisschen Sorge es könnte hinten raus knapp werden aber wenn ihr das machen wollt dann werden wir alles in unseren Kräften stehen und wir haben schon ein paar Ansätze womit wir das beschleunigen können gut gibt es jetzt noch eine Gegenrede ja am Kontra Mikro bitteschön wir haben noch ungefähr sechs Stunden Zeit damit bis die ersten Busse hier auch abfahren sollen wir haben noch mehrere Wahlgänge zum einen zu den verbleibenden Bundesvorstandspositionen zum zweiten zum Schiedsgericht auch das könnten bei den vielen Ämtern die wir brauchen mehrere Wahlgänge werden und schließlich müssen wir auch noch Kassenprüfer wählen von Programm wollen wir ganz schweigen ich empfehle deshalb dringend dass wir das bewährte Akzeptanz Wahlverfahren jetzt einfach fortsetzen wir kommen jetzt zur Abstimmung über den GO Antrag wenn ihr für diesen Wahlgang das Präferenz Wahlverfahren verwenden wollt bitte die gelbe Karte wenn ihr das Approval Wahlverfahren verwenden wollt die rote Karte die Wahlhelfer sollen bitte ihren Eindruck durchgeben und ich bitte die Versammlung und Ruhe und ihre Karten oben zu halten Dankeschön Das sind mehr rote Karten es wird also per Approval Voting abgestimmt Dann übergebe ich jetzt an die Wahlleitung Gut die Wahlhelfer in Position bitte die Wähler auch wir verwenden ein ganz normales Approval wie wir das heute schon zweimal getan haben verwenden dafür Stimmzettel 7 ich glaube das nennt man Flieder Farben die Nummern die ihr ankreuzen sollt oder könnt sind die Nummern die dort oben stehen habt ihr Fragen wenn du Fragen hast gehst auch du ans Mikrofon Christian Herr Pokor wir haben zwei fliederfarbene Stimmzettel die 7 und die 3 welche möchtest du da oben steht 7 ich weiß dass du lesen kannst ist das aber Tat zu wir verwenden den Akzeptanz Wahl Stimmblock und da ist der fliederfarbene mit 7 gekennzeichnet gibt es weitere Fragen ich sehe das ist nicht der Fall deshalb bitte ich die Wahlhelfer die Urnen zu öffnen hoch zu heben und zu zeigen dass sie leer sind die Urnen öffnen und zeigen dass sie leer sind vielen Dank jetzt könnt ihr die Urnen wieder runter nehmen zumachen noch keine Stimmzettel einwerfen Urnen wieder runter und zumachen und zumachen die Urnen wieder runter ich würde diesen Wahlgang gerne eröffnen und zumachen gut ich eröffne diesen Wahlgang jetzt könnt ihr Stimmzettel einwerfen eine wichtige Durchsage zur Sicherheit vor den Notausgängen stehen Koffer die müssen dort schnellstmöglich weggeräumt werden Dankeschön Liebe Wähler einige von euch bekommen das sehr gut hin irgendwie später zu wählen deshalb dauert es manchmal ein wenig länger andere meinen alle auf die gleiche Urne gehen zu müssen ich habe mir das mal von irgendjemandem erklären lassen der sich Gedanken zu Loadbalancing in Menschenmengen gemacht hat Schlangenbildung ist das ineffektivste Loadbalancing das es gibt geht einfach durch die Gegend bis ihr eine freie Urne findet falls ihr keine seht geht ihr ein bisschen weiter irgendwann kommt schon eine vorbei bzw. ihr an einer vorbei Danke Noch eine Sicherheitsdurchsage bitte holt eure Koffer aus den Notausgängen ab wenn ihr keinen Ort habt um sie abzustellen könnt ihr sie dort hinten zu meiner linken am hinteren Ende auf dieser kleinen Bühne abstellen und einen Namensschild dran machen dann sind sie aus dem Weg Dankeschön Ich warte noch auf ein paar Wanderuhren und diese Zeit könnt ihr nutzen um zu wählen Das war wohl der Applaus für den Stream der ganz wunderbare Arbeit macht vor allem mit den Kätzchen Also ich warte noch auf eine einzige Urne die aus dem Pressebereich kommen müsste wenn die wieder da ist schließe ich den Wahlgang also seid nicht überrascht bewegt euch jetzt zu den Urnen meine Wahlhelfer stehen da gelangweilt daneben und würden sich freuen wenn ihr noch Stimmen abgeben könnt wenn ihr das tut So die letzte Wanderurne ist wieder im Saal deshalb jetzt der allerletzte Aufruf wer noch wählen will bitte sichtbar machen Ich sehe niemanden Ich schließe diesen Wahlgang und bitte meine Helfer auszuzählen Dann übergebe ich jetzt die Versammlungsleitung an Miriam So liebe Versammlung wir würden jetzt gerne weitermachen und zwar haben wir hier zunächst einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung Dieser GO-Antrag ist unter anderem von Klaus Polkert und Svanhild Götze und zwar geht es darum dass der Satzungsänderungsantrag 018 in eine der Auszählpausen vorgezogen werden soll Klaus kannst du vielleicht kurz hochkommen und das irgendwie ganz kurz begründen Okay gut das war gerade ein Fehler von mir und zwar ist es so dass Tatsun ja nur der Antragsteller des Antrages ist der vorgezogen werden soll aber ich habe hier leider keine Informationen wer diesen GO-Antrag gestellt hat wir stimmen den jetzt einfach ab wir haben einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung der Satzungsänderungsantrag 018 soll in einer der Auszählpausen vorgezogen werden das ist der Antrag bist du denn schon groß genug dafür da geht es um eine Mindestgröße für Gliederungen wer ist für respektive gegen die Annahme dieses GO-Antrages auf Änderung der Tagesordnung ich bitte um die Stimmkarten wer ist dafür respektive dagegen dass der Satzungsänderungsantrag 018 Mindestgröße für Gliederungen in einer Auszählpause vorgezogen wird können die Bereichsleiter mal Eingaben machen vielen Dank können die Bereichsleiter Eingaben machen bitte haltet die Karten noch kurz oben damit die Bereichsleiter auch gucken und uns die Informationen übermitteln können danke gut wir haben eine knappe Mehrheit gesehen das melden auch die Bereichsleiter das bedeutet die Tagesordnung wird geändert und dieser Antrag wird verhandelt vielen Dank ich habe gesehen dass du einen GO-Antrag stellen möchtest wir müssen ganz kurz was in der GO nachgucken ich nehme dich gleich dran warte kurz gut Klaus Klaus Sommerfeld hallo wir würden jetzt ich nehme gleich deinen GO-Antrag dran ich würde euch aber trotzdem mitteilen dass wir doch jetzt nochmal eher auszählen würden das heißt falls das dein GO-Antrag gewesen wäre alles klar gut du hättest auch beantragt dass wir es auszählen wir zählen das aus damit hier keine Zweifel aufkommen ob wir das irgendwie absichtlich anders gesehen haben wollen oder so das heißt wir müssen auszählen das heißt wir brauchen Wahlhelfer hier vorne ich übergebe an die Wahlleitung so liebe Wahlhelfer geht ihr bitte in Positionen dass ihr auszählen könnt können wir das zurückstellen was die GO-Einderung an ach das stimmt die wir können gerade nicht auszählen weil die Wahlhelfer beschäftigt sind ich bin richtig wach ihr merkt das tut mir leid wir müssen also die Auszählung dieses GO-Änderungsantrages auf Änderung der Tagesordnung bis nach der Verkündung des nächsten Wahlergebnisses verschieben okay gut ich hoffe ihr habt das alle verstanden ich erkläre es einfach nochmal zur Sicherheit wir können zurzeit diesen GO-Antrag nicht auszählen weil die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gerade damit beschäftigt sind das Ergebnis der Wahl auszuzählen die wir gerade eben durchgeführt haben das bedeutet dass die Auszählung dieses GO-Antrages verschoben wird auf den Zeitpunkt wo wir das Ergebnis der Wahl da haben und die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sozusagen wieder frei sind um irgendwas auszuzählen das heißt wir machen jetzt erstmal weiter und zwar ist als nächstes die Vorstellung und Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten zum stellvertretenden Generalsekretär dran und dafür übergebe ich an die Wahlleitung so ich hätte gerne von allen Kandidierenden zum Generalsekretär die vorhin kandidiert haben und nicht gewählt wurden eine schnelle Rückmeldung ob sie stellvertretende Generalsekretär kandidieren wollen oder nicht des weiteren ist die Kandidatenliste noch offen und ich fange an mit denjenigen die sich explizit für dieses Amt des stellvertretenden Gensex beworben haben lose zu basteln und ich nehme an du hast eine Frage Ja Verständnisfrage wollten wir nicht erst abfragen weil es optionale Wahlen sind ob die Posten besetzt werden sollen oder nicht so stand es zumindest vorhin auf der Wand optional und vorher wird gefragt ob wir sie wählen wollen der erste stellvertretende Gensex ist nicht optional ein zweiter stellvertretender Gensex ist optional Ja du hast eine Frage bitteschön Ja noch eine Frage können wir die Frage ob wir einen zweiten Stellvertreter wählen wollen eventuell vorziehen dann könnten wir das in einem Wahlgang machen eventuell Wir werden uns dazu mal ganz kurz besprechen und ich werde die Frage gleich beantworten Ich bräuchte mal Flo Bokor und Lara Lembke hier vorne bei der Versammlungsleitung Flo Bokor und Lara Lembke bitte Ich habe jetzt vier Kandidaturen zum stellvertretenden Gensex und Ich habe jetzt vier Kandidaturen zum stellvertretenden Gensex und wenn jetzt niemand laut aufschreit oder winkt oder Rauchzeichen gibt Hiermit schließe ich die Liste Hiermit schließe ich die Liste der Kandidaten für den stellvertretenden Gensex und wir kommen zur Auslosung der Reihenfolge So ich bitte um eure Aufmerksamkeit Hier kommt die Beantwortung der Frage die eben gestellt wurde und zwar ging es darum ob wir nicht jetzt schon entscheiden können ob wir diesen optionalen zweiten stellvertretenden Gensex nicht jetzt auch gleich schon mitwählen können in dem gleichen Wahlgang dazu gibt es verschiedene Dinge zu bemerken erstens wir können den ersten stellvertretenden Gensex den wir wählen müssen gemäß der Satzung und den zweiten stellvertretenden Gensex den wir wählen können wenn wir das entscheiden nicht in einem Wahlgang wählen weil es sich so verhält dass wir Ämter gleicher Gewichtung und Bezeichnung zwar zusammen wählen können sind sie in diesem Falle aber nicht weil sie erster und zweiter heißen das heißt um es nochmal zu erklären wir könnten zum Beispiel die Beisitzer die alle gleich heißen gleichgewichtet sind in einem Wahlgang wählen dies trifft allerdings nicht darauf zu wenn wir ein Amt haben das zum Beispiel erster stellvertretender Gensex heißt und zweiter stellvertretender Gensex das heißt das gemeinsam in einem Wahlgang wählen fällt aus hinzu kommt dass wir vorhin ja schon Lara hat das vorhin schon erklärt wir könnten jetzt nicht direkt im Anschluss an die Wahl des ersten stellvertretenden Gensex die Wahl des zweiten stellvertretenden anschließen weil das nicht besonders viel Sinn ergibt denn es kann ja sein dass Leute die in dem Wahlgang zum ersten stellvertretenden Gensex nicht gewählt werden dann vielleicht gerne kandidieren würden auf den zweiten stellvertretenden Gensex aber eben die Informationen darüber ob sie gewählt wurden oder nicht noch nicht haben deswegen ergibt es keinen Sinn das direkt im Anschluss zu machen deswegen haben wir das ja so ineinander geschachtelt dass die ähnlichen Ämter immer ein bisschen voneinander getrennt werden die Stellvertreter hinzu kommt was Lara euch auch heute Morgen schon erklärt hat wir müssen versuchen die Wahlen die wir satzungsmäßig durchführen müssen tatsächlich zuerst alle durchzuführen und deswegen ist in dem TO-Vorschlag den wir heute Morgen beschlossen haben den Lara vorgeschlagen hat dass wir es so machen würden dass wir erst die Ämter wählen die wir wählen müssen und danach der Reihe nach die optionalen Ämter abfragen ob ihr die auch noch besetzen wollt oder nicht ich mache es aber so um sozusagen dem Fragesteller entgegen zu kommen ich werde jetzt ein Meinungsbild abfragen und zwar ob ihr tendenziell gerne einen zweiten stellvertretenden Gensex wählen würdet das heißt dann habt ihr schon mal die Informationen darüber wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist dass ein solcher zusätzlicher Wahlgang stattfinden wird die tatsächliche Abstimmung darüber würde ich aber erst später durchführen wenn wir sehen ob wir noch genug Zeit dafür haben oder nicht das heißt jetzt kommt das Meinungsbild ich bitte euch jetzt mir anzuzeigen mit euren Stimmkarten könnt ihr euch vorstellen einen zweiten stellvertretenden Gensex zu wählen würdet ihr das gerne machen das ist dieser optionale Amt zweiter stellvertretender Gensex wer würde gerne dieses Amt noch besetzen ich teile mir selber dem Fragesteller und der Versammlung mit dass das Meinungsbild extrem durchmischt ist aber ich habe den Eindruck dass es leicht negativ ausfällt vielen Dank so zum weiteren Vorgehen es verhält sich so dass wir ein Wahlergebnis haben zu dem Wahlgang der eben durchgeführt wurde wir machen es jetzt so dass zuerst das Wahlergebnis verkündet wird als zweites werden wir die Reihenfolge auslosen in der wir die Kandidatinnen und Kandidaten zum stellvertretenden Generalsekretär befragen werden und wenn wir die Reihenfolge ausgelöst haben dann werden wir diese Auszählung zu dem GO-Antrag machen die wir eben verschoben haben und ich übergebe jetzt an die Wahlleitung um das Ergebnis bekannt zu geben gut das Ergebnis 814 Wählerinnen haben sich beteiligt 806 davon haben gültig gewählt von diesen empfehlen 430 Stimmen auf Björn Niklas Semrau das sind 53,3% Björn Niklas kommst du bitte auf die Bühne Björn Niklas Semrau bitte nimmst du die Wahl an Dankeschön Dankeschön vielen, vielen Dank eine wichtige Durchsage für die Presse in 20 Minuten findet eine Pressekonferenz im Pressebereich statt zu unserem neu gewählten politischen Geschäftsführer in 20 Minuten findet eine Pressekonferenz dazu statt und zwar hinten im Pressebereich jetzt kommt die Reihenfolge in der sich gleich die Kandidatinnen und Kandidaten zum ersten stellvertretenden Generalsekretär vorstellen werden als erstes haben wir hier Marco Golpert als zweites Veronik Schmitz als drittes Thomas Gaul und das war's die Wahlleitung klärt das ich bitte die Versammlung und insbesondere die Menschen am Front Office darum Ruhe zu bewahren die Wahlleitung klärt das gerade es geht gleich weiter vielen Dank uns ist ein kleiner Fehler unterlaufen wir haben eine Wahlanmeldung oder Kandidatur übersehen Gefion Türmer kandidiert auch es kann sein dass wir noch weitere Listen die gestern abgegeben wurden übersehen haben ja gut haben wir noch eine Liste übersehen es tut mir schrecklich leid wir haben hier irgendwie in dem Formularkaus ganz kurz den Überblick verloren wir losen gleich nochmal aus lieber Scream ich würde jetzt auch viel lieber Katzenvideos gucken aber wir müssen da noch so ein paar Ämter wählen es geht ja leider auch nicht darum was ich gerne möchte so wir haben das jetzt aufgelöst wir haben das jetzt geklärt wie gesagt wir hatten hier mit den ganzen Formularen so ein kleines bisschen durcheinander vor allem mit den Sachen die gestern schon eingereicht wurden die aber für heute sind wir haben das jetzt geklärt und wir werden deswegen weil wir es jetzt geklärt haben diese Reihenfolge erneut auslosen es geht jetzt um die Reihenfolge in der sich die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen werden bei der Wahl zum ersten Generalsekretär und wir losen das jetzt nochmal aus also der erste Kandidat der sich vorstellt ist Thomas Gaul die zweite Kandidatin die sich vorstellt ist Veronique Schmitz die dritte Kandidatin die sich vorstellt ist Gefion Thürmer und der nächste Kandidat ist Christian Werner und das war's das sind eure Kandidatinnen und Kandidatinnen die wir gleich befragen werden für die Wahl zum ersten stellvertretenden Generalsekretär die können ja vielleicht schon mal auf die Bühne kommen oder in die Nähe der Bühne weil sie sich gleich vorstellen müssen das wäre super so jetzt zu diesem Punkt den wir eben noch offen hatten es sah ja bis eben so aus als müssten wir diesen GO-Antrag auf Änderungen der Tagesordnung auszählen lassen nochmal zur Erinnerung das war ein GO-Antrag um die Tagesordnung zu ändern dass der Satzungsänderungsantrag vorgezogen wird der Antrag ist von Tatsun und Tatsun hat gesagt er zieht diesen Antrag jetzt zurück das bedeutet dadurch wird dieser GO-Antrag hinfällig denn wenn dieser Antrag zurückgezogen ist dann kann er jetzt auch nicht auf der Tagesordnung kommen ich frage ob jemand diesen Antrag übernehmen möchte den Satzungsänderungsantrag ich sehe das ist nicht der Fall oder doch du möchtest den übernehmen gut komm bitte ans Mikrofon bitte komm ans Mikrofon und erklär warum du diesen Antrag übernehmen möchtest das steht bei uns so in der GO wenn jemand den Antrag übernimmt das auch am Saalmikro machen ich habe das Saalmikrofon schon aufgemacht okay danke nur kurz ich war selber dabei einen entsprechenden Antrag etwas weniger scharf zu formulieren für unseren Kreisverband weil wir uns gerade mit der Tatsache herumschlagen dass zwei Leute einen Ortsverband gründen wollen und das Partour nicht einsehen wollen und seit drei Wochen die Arbeit des gesamten Kreisverbandes in der Vorbereitung auf die Kommunalwahl aufhalten damit als ich den gesehen habe in der Antragsfabrik und in dem Antragsbuch dachte ich mir okay wenn man das auf der Bundesebene machen kann gute Sache gute Sache wenn man das auf der Bundesebene machen kann ich habe ein paar Für und Widerargumente gehört als ich die Unterschriften gesammelt habe und ich würde ihn gern besprechen damit auch vielleicht in der breiteren Partei ein bisschen ins Bewusstsein kommt dass in diesen kleinen Gliederungen da durchaus Probleme auftreten können wenn sehr wenige Leute versuchen Obstruktion zu machen und destruktiv einfach nur solchen Formalfuh anzufangen die sollen schon sich ein bisschen Mühe geben und auch Mitglieder haben damit sie ihre Ortsverbände gründen können dass da Substanz dahinter ist Ortsverbände und Kreisverbände mit drei, vier, fünf Mitgliedern das macht keinen Sinn und wenn hier ein Zeichen ausgeht von der Versammlung dann finde ich das gut ganz egal ob das Zeichen jetzt heißt wir können das auf Bundesebene nicht regeln oder wir regeln das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig Alles klar damit ist der Antrag übernommen das heißt wir haben jetzt weiterhin diesen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung den wir vorhin abgestimmt haben wo das Ergebnis nicht richtig deutlich war das bedeutet wir müssen diesen GO-Antrag jetzt tatsächlich doch auszählen weil der Satzungsänderungsantrag weiter besteht das heißt wir brauchen die Wahlhelfer ich übergebe an die Wahlleitung so die Wahlhelfer bitte jetzt in Positionen dass sie die Tischreihen auszählen können alle anderen setzen sich bitte hin bitte setzt euch hin insbesondere solltet ihr aufhören rumzugehen bewegliche Ziele werden nicht gezählt anscheinend sind noch nicht alle Wahlhelfer da liebe Wahlhelfer ich brauche euch jetzt so dann bitte ich jetzt die Akkreditierten die Stimmkarten zu heben und so lange oben zu lassen bis ihnen ein Wahlhelfer sagt dass sie sie runter tun können bitte zählt aus und meldet das Ergebnis eurem Bereichsleiter so wir haben ein Ergebnis zur Auszählung des Geschäftsordnungsantrages auf Änderung der Tagesordnung beim zweiten Mal abstimmen ist das deutlich anders ausgefallen denn dieses Ergebnis hätten wir glaube ich auch von der Bühne aus sehen können es sind 68% gegen die Änderung der Tagesordnung gut vielen Dank dann haben wir das erledigt und dieser GO-Antrag ist abgearbeitet und wir kommen jetzt zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten der erste Kandidat für das Amt des ersten stellvertretenden Generalsekretärs der sich vorstellt ist Thomas Gaul den habe ich gerade eben auch noch da sitzen sehen weiß nicht wo der sich hin materialisiert hat in der Zwischenzeit Thomas Gaul bitte auf die Bühne zur Vorstellung achso wo denn Thomas Gaul ja du genau du bist dran so und da Thomas schon für das Amt als Generalsekretär kandidiert hat hat er gemäß Geschäftsordnung nur noch eine Minute Zeit für die Vorstellung um zu begründen warum er auch für dieses Amt kandidiert während die anderen Kandidatinnen und Kandidaten jeweils drei Minuten bekommen bitteschön du hast eine Minute Zeit ja nochmal hallo Thomas Gaul die bitte näher ran auch die Position des stellvertretenden Generalsekretärs ist ähnlich gelagert wie die erste also insofern in einem guten Team zusammenzuarbeiten macht Sinn und dementsprechend trete ich hier nochmal an und ich erspare euch viel Redezeit gut Veronique Schmitz sie hat drei Minuten Zeit für ihre Vorstellung bitteschön ja hallo mein Name ist Veronique Schmitz im Internet unterwegs als Niki ich bin 33 Jahre ich komme aus Köln ich habe mich ursprünglich als Beisitzerin beworben die Posten haben wir abgeschafft deswegen stehe ich jetzt hier als stellvertretender Gensek die Aufgaben die ich angekündigt habe möchte ich trotzdem machen denn sie fallen nicht weg zu mir ich bin seit April 2012 in der Partei ich habe angefangen im Themenbereich Gesundheitspolitik und habe mich aber schnell ja zu den organisatorischen Aufgaben in der Partei begeben ich bin seit September 2012 beauftragte für die Antragskommission des Bundesparteitags das heißt ich bin mit der inhaltlichen Vorbereitung des Bundesparteitags beschäftigt und seit einem Jahr bin ich Assistenz des Bundesvorstands was mache ich da ich betreue zum Beispiel den Request-Checker ich bereite die Tagesordnung für die Sitzung vor ich führe Protokoll ich füttere das Redmine mit Anträgen betreue das Vorstandsportal und alles was sonst noch so anfällt und ich dem Bundesvorstand helfen kann die Aufgabe hat dazu geführt dass ich sehr gut weiß worauf ich mich hier einlasse ich weiß was auf mich zukommt ich kenne die Arbeitsmenge die da auf mich zukommt ich habe gesehen was es für schwierige Situationen gibt und dass man Entscheidungen treffen muss und dass die auch nicht jedem gefallen ich habe gesehen wie anstrengend das werden kann aber trotzdem ich weiß worauf ich mich einlasse und ich möchte es machen an Geschäftsbereichen die ich gerne übernehmen würde ist zu sagen die technische Organisation der internen Vorstandsarbeit das ist zum Beispiel Redmine, Request-Checker und so weiter das habe ich jetzt operativ schon begleitet ich würde mich aber im Bundesvorstand vor allem dafür einsetzen wollen dass vorwiegend das Redmine noch wirklich vom Bundesvorstand genutzt wird warum? mit dem Redmine kann man auch nach außen sehr gut transportieren was innen passiert wir können transparent darstellen wie wir arbeiten im Bundesvorstand welche Entscheidungen getroffen werden, welche Diskussionen vorweg gehen und das halte ich für sehr wichtig dann die Organisation und Vorbereitung der Bundesparteitage wir haben mit dem Florenz, der hinter der Bühne ist einen super Beauftragten mit dem habe ich im Vorfeld auch gesprochen ob wir zusammenarbeiten können und das wird funktionieren das Thema Rechtsangelegenheiten wir haben inzwischen ein Justiziat mit zwei Personen die sehr gut arbeiten die viel Arbeit in der letzten Zeit bekommen haben auch mit denen werde ich gut zusammenarbeiten können fernab dessen ist mir auch ein wichtiges Anliegen die Kommunikation zwischen Bund und Ländern du hast nur noch 15 Sekunden Zeit ich möchte, dass wir wieder mehr miteinander reden und dafür möchte ich auch als Schnittstelle dienen vielen Dank Dankeschön für diese Vorstellung dann frage ich euch jetzt möchtet ihr die Kandidatin befragen bitte zeigt mit den Stimmkarten an ob ihr für respektive gegen eine Befragung der Kandidatin seid ihr möchtet diese Kandidatin befragen vielen Dank das heißt ihr habt jetzt noch die Gelegenheit Fragen einzuwerfen ich gebe euch eine Minute circa Zeit da vorne in der Mitte in die entsprechende Urne Fragen einzuwerfen so wie sieht das denn aus gibt es noch weitere Leute die Fragen einwerfen wollen ich habe den Eindruck dass da gerade die letzte oder vorletzte Frage eingeworfen wird gibt es noch Leute die Fragen stellen wollen bitte winkt mal wedelt bewegt euch eilig ich sehe 1, 2 noch jemand ich glaube das war der letzte Schwung gibt es jetzt noch eine Person in diesem Saal die eine Frage einwerfen möchte ich sehe das ist nicht der Fall dann bitte ich darum dass die Urne nach vorne gebracht wird vielen Dank so die erste Frage lautet du sagtest du würdest dich mit den Abläufen und den Tools sehr gut auskennen warum hast du nicht als GENSEC kandidiert du hast zwei Minuten Zeit um auf diese Frage zu antworten dafür gibt es zwei Gründe erstens ist die GENSEC Wahl vorgezogen worden auf der Tagesordnung da war ich noch nicht da das zweite ist dass es wichtig ist dass man mit der Verwaltung vorher spricht vielleicht auch die Abläufe dort kennt ich halte es schon für entscheidend dass man ja weiß was da genau auf einen zukommt in der Mitgliederverwaltung der Schwerpunkt den ich auch vorher genannt habe es liegt eben woanders als der GENSEC es tun muss in der Mitgliederverwaltung gut vielen Dank die nächste Frage bitte die zweite Frage lautet würdest du deine jetzige Arbeit weitermachen oder gibt es jemanden der diese übernimmt nein die kann ich dann nicht weitermachen denn genau als Assistenz habe ich ja die den Bundesvorstand unterstützt und Arbeit abgenommen das heißt es passt beides nicht zusammen ich werde mich darum bemühen dass wir da jemanden bekommen der diese Aufgabe übernimmt aber ich kann nicht beides machen die dritte Frage lautet wie viel Tazun steckt in dir ja als hätte ich es nicht ich habe es natürlich erwartet insofern dass ich einige Geschäftsbereiche übernehme und ich weiß was da auf mich zukommt ansonsten bin ich eine eigenständige Person ich bin volljährig ich darf wählen ich darf mir also auch eine eigene Meinung bilden und wir sind nicht immer einer Meinung danke die nächste Frage bitte diese Frage fällt leider aus weil dazu aufgefordert wird bestimmte Handlungen auf der Bühne zu vollführen und das ist nicht Teil der Befragung die nächste Frage bitte es war nichts unanständiges nur zur Information es wäre lustig gewesen aber es ist trotzdem nicht Teil der Befragung die nächste Frage lautet was sind deine wichtigsten politischen Überzeugungen also meine wichtigste politische Überzeugung ist dass wir freiheitlicher leben müssen dass wir selbstbestimmt leben müssen ich komme aber auch aus dem Bereich Gesundheitspolitik angehangen mit Sozialpolitik das heißt das sind Themen die mir sehr wichtig sind und ja die ich gerne weiter vorne sehen würde danke die nächste Frage bitte die nächste Frage lautet siehst du eine Zukunft für Liquid Feedback sollte die Beteiligung gesteigert werden und wenn ja wie also die ist natürlich in letzter Zeit tatsächlich zurückgegangen ich weiß nicht genau wie wir das ändern können aber wir haben jetzt uns in Neumarkt entschieden einen Weg zu gehen den wir uns noch anschauen müssen ob der funktioniert mit Liquid Feedback ich weiß nicht ob es da tatsächlich langfristig eine Zukunft gibt habe ich mir noch keine abschließende Meinung zu gebildet vielen Dank dann kommt jetzt die letzte Frage die letzte Frage lautet hast du alle programmatischen Anträge zum BPT 13.2 gelesen? ähm ja ich habe sie zumindest alle überflogen allein schon deshalb weil ich in der Antragskommission sitze und wir schauen müssen ob die Anträge zulässig sind gut vielen Dank das war die letzte der ausgelosten Fragen ich frage euch jetzt wollt ihr die Kandidatin weiter befragen dann zeigt bitte die Ja-Karte wenn ihr der Meinung seid die Kandidatin ist ausreichend befragt worden zeigt die Nein-Karte vielen Dank ihr seid der Meinung ihr habt die Kandidatin ausreichend befragt vielen Dank für die Befragung die nächste Kandidatin die sich vorstellt ist Gefion Thürmer die hat auch drei Minuten Zeit um sich vorzustellen ich weise darauf hin dass ihr ab jetzt die Gelegenheit habt Fragen für Gefion einzuwerfen falls ihr das tun wollen würdet bitteschön du hast drei Minuten Zeit dankeschön hallo mein Name ist Gefion ich bin 30 Jahre alt wer mich kennt weiß ich dass ich sehr sehr ungern hier stehe weil ich Mikrofone hasse wie die Pest ich war schon mal im Bundesvorstand 2010 11 ich habe damals die Organisation der Pressearbeit gemacht dieses Mal möchte ich mich wieder organisatorisch anbringen in die Partei hineinarbeiten darum bewerbe ich mich auf den stellvertretenden Generalsekretär wie Niki schon sagte wir haben keine Beisitzer mehr die den Job machen können und gemacht werden muss es trotzdem ich lebe in Großbritannien sage ich gleich weil die Frage letztes Mal kam ich sehe darin kein Problem alles was ich in der Partei gemacht habe ist sowieso online wir sind die Piratenpartei von daher sehe ich darin kein Problem es hat schon jahrelang gut funktioniert und sehe keinen Grund warum das nicht so bleiben sollte ich habe in der Partei schon viel gemacht bin seit 2009 dabei mache seit 2010 die Flaschenpost die hier unter anderem gerade den Live-Ticker vom Bundesparteitag macht die ihr hoffentlich alle kennt und habe die Paratimes wird aufgebaut das Gegenstück Newsletter für Piraten International ich kann Orga ich mache professionell Projektmanagement Accountmanagement und ich denke dass ich den Job kann ich weiß dass ich den Job kann weil ich ihn schon mal gemacht habe und wenn ihr das auch so seht dann freue ich mich über eure Stimme Dankeschön gut vielen Dank für die Vorstellung dann frage ich euch jetzt möchtet ihr diese Kandidatin befragen dann zeigt mir die Ja-Karte wenn ihr die Kandidatin nicht befragen möchte zeigt mir die Nein-Karte vielen Dank die Kandidatin wird befragt das heißt ihr habt jetzt noch die Gelegenheit Fragen in die entsprechende Urne hier vorne in der Mitte einzuwerfen ich gebe euch wiederum ungefähr eine Minute Zeit so ich sehe euch immer noch aus allen Himmelsrichtungen in Richtung Urne strömen aber trotzdem wäre es gut wenn ihr damit langsam fertig werden könntet so ich habe den Eindruck dass sich der Auflauf an der Urne gelöst hat gibt es jetzt noch eine Person die eine weitere Frage einwerfen möchte dann möge sie bitte winken wedeln und sich schnell zur Urne bewegen ich sehe das ist nicht der Fall dann bitte ich darum die Urne nach vorne zu bringen Dankeschön so dann kommen wir zur Auslosung der Fragen die erste Frage bitte die erste Frage lautet wie willst du die Arbeit von London aus organisieren wie oft willst du den Vorstand live treffen bitteschön ich lebe nicht in London ich lebe in Oxford die Vorstandsarbeit das wisst ihr alle weil ihr hoffentlich regelmäßig bei den Sitzungen zuhört funktioniert sowieso primär online es gibt Mailinglisten es gibt Mumble Runden in meiner letzten Abendszeit haben wir so gehalten dass wir uns einmal im Quartal live getroffen haben das denke ich sollte man beibehalten weil es für das Teamwork unerlässlich ist ich werde so oft kommen wie es notwendig ist und so selten wie notwendig ist pflicht und ergreifend Vielen Dank die nächste Frage bitte Die nächste Frage lautet wie stehst du zu Stuttgart 21 Es ist lustig ich habe tatsächlich sogar eine meiner Hausarbeiten im Studium über Stuttgart 21 geschrieben und zwar über die Tatsache dass es ein Beispiel dafür ist wie Bürgerbeteiligung nicht funktionieren sollte und was man besser machen könnte das ist online verfügbar ihr könnt euch das auf meiner Homepage unter www.gevion.de runterladen und anschauen Danke die nächste Frage bitte Die nächste Frage lautet wie willst du von UK deine Reisekosten an die Partei abrechnen und hier sind drei Optionen nämlich selbst tragen spenden in Klammern zurück oder drittens behalten Ich finde das eine sehr unfaire Frage Und euer Applaus sagt mir dass ich sie nicht beantworten werde Alles klar die nächste Frage bitte Die nächste Frage lautet worin liegen deiner Meinung nach die Ursachen für das Bundestagswahlergebnis Das hat sicherlich viele Gründe das war unter anderem die Streitigkeiten im letzten Vorstand das war unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit die hier und da vielleicht nicht so gewirkt hat wie sie wollte Das war unter anderem andere Parteien die einfach unsere Themen gekapert haben und wir haben es in dem Moment nicht geschafft sie so zu positionieren wie wir es hätten müssen Es gibt unzählige Gründe und ich glaube eine vernünftige Analyse davon wurde gemacht Wir müssen halt gucken dass wir es als Partei schaffen es besser zu machen das kann aber der Vorstand nicht das müsst ihr tun Danke die nächste Frage bitte Tut mir leid die Frage ist eine Mischung aus einer Frage die schon beantwortet wurde und einer anderen Frage die nicht beantwortet wurde deswegen brauchen wir eine weitere Frage Die nächste Frage lautet Pirate Times Flaschenpost wie viel Zeit hast du für den Bufo? Ich habe sowohl bei der Pirate Times als auch bei der Flaschenpost ein wunderbares Team Beide brauchen mich nicht um zu funktionieren das ist das Großartige Ich werde sicherlich bei beiden involviert bleiben ich werde meine Zeit dort zurückfahren Zusätzlich habe ich gerade vor zwei Wochen oder so mein Studium abgeschlossen ich habe also da neue Freizeit dazu gewonnen und die möchte ich gerne in die Partei stecken und das denke ich kann ich im Bufo ganz gut Danke dann kommt jetzt die letzte Frage Die letzte Frage lautet was sind die drei größten Strukturprobleme der Partei Das ist jetzt dumm weil ich habe die Frage im Wiki beantwortet und ich erinnere mich typisch in Stresssituationen nicht was ich geschrieben habe ich glaube das Wichtigste war unsere Kommunikation und der Umgang mit unseren Leuten untereinander insbesondere mit den Leuten die wir uns Verantwortung übernehmen Es ist unsere Diskussionskultur und die Art und Weise wie wir Probleme angehen und der Unterschied zwischen dem was wir tun wollen nämlich Sachpolitik betreiben und ideologiefrei sein Und faktenbasierte Entscheidungen treffen und den was wir zum Teil beschließen was dem nicht unbedingt entspricht Vielen Dank dann sind wir damit am Ende der ausgelosten Fragen und ich frage euch hiermit wollt ihr die Kandidatin noch weiter befragen Dann hebt die Ja Karte wenn ihr der Meinung seid die Kandidatin ist ausreichend befragt worden dann hebt die Nein Karte Vielen Dank ihr seid mehrheitlich der Meinung die Kandidatin ist ausreichend befragt worden vielen Dank für die Vorstellung Der letzte Kandidat der sich vorstellt ist Christian Werner und ich weise euch darauf hin dass ihr ab jetzt auch schon die Möglichkeit habt Fragen für Christian einzuwerfen Da vorne in die Urne falls ihr das möchtet und wir uns nachher dafür entschließen ihn zu befragen Das ist ein Kandidat der darf auf die Bühne ich habe ihn gerade auf die Bühne gebeten Ich möchte an dieser Stelle die Security loben die dafür zuständig ist uns Leute davon abzuhalten auf die Bühne zu rennen wie das auf früheren Parteitagen ist und uns von der Seite aus anzuschreien Die lassen noch nicht mal Tarzoon hoch wenn er kein Batch hat die machen also richtig guten Job Vielen Dank Mich wollen die vorhin auch schon nicht hoch lassen die machen das echt richtig gut so Christian hat drei Minuten Zeit für die Vorstellung bitteschön Ja ich hoffe wir können mich alle verstehen Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt Ich halte solche Vorstellungsreden statistisch alle 16 Jahre Und ja Warum ich als stellvertretender Gensee kandidiere Ich denke unsere innerparteilichen Meinungsbildungsmechanismen sind arg verbesserungswürdig Ich bin damals in die Piratenpartei eingetreten weil ich die Vorstellung hatte dass wir die Mittel des einundzwanzigsten Jahrhunderts dazu nutzen um besseres besseres Programm zu machen um unsere um besser einen Konsens finden ausmachen zu können und um unsere Thesen gemeinsam online kollaborativ ausarbeiten zu können Aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler die ich kenne ist das leider nicht so Unser Liquid Feedback, unser Liquid Democracy Instrument ist praktisch tot und wir haben keinen Ersatz Wir haben nichts was die Erwartung der Techies die eigentlich mal unsere Stammklientel war da nur ansatzweise noch erfüllen würde Ich will als Gensee k Als Gensee k habe ich auch mit den Mitgliedern zu tun Möchte ich verstärkt solche Tools einführen fördern und auch in der Gesellschaft in zum Beispiel Hackergruppen oder bei Programmierervereinigungen bei der Free Software Foundation, You Name It dafür werben, dass die uns helfen unsere Mittel da zu verbessern Ich möchte dafür eintreten, dass die Partei auch Geld Notfalls Geld dafür in die Hand nimmt solche Tools zu schaffen zu erforschen und weiterzuentwickeln und ich möchte mit euch diese Tools dann ausprobieren Das soll kein Zwang sein, wir probieren das erstmal mit Freiwilligen aus und wenn es sich dann zeigt, dass es funktioniert, dass es Spaß macht, dass da was rauskommt dann sollte es auch ein leichtes sein, das für die ganze Partei einzuführen Solche Mechanismen würden uns meiner Meinung nach wirklich voranbringen Kein anderer Vorstandskandidat ist bisher auf die Wichtigkeit dieses Themas eingegangen und deshalb wünsche ich mir, dass ihr mich mit einer großen Mehrheit wählt, damit es eine Legitimation für Du hast noch 15 Sekunden und dass wir als Partei in dieser Hinsicht wieder vorankommen Vielen Dank Vielen Dank Entschuldigung, die Zeit ist vorbei Ich habe dir das Mikro abgerät Vielen Dank für die Vorstellung Dann frage ich euch jetzt Wollt ihr diesen Kandidaten befragen? Dann hebt die Ja-Karte Wenn ihr diesen Kandidaten nicht befragen wollt, dann hebt die Nein-Karte Die Ja-Karte, wenn ihr den Kandidaten befragen wollt, die Nein-Karte, wenn nicht Ich sehe, ihr wollt mehrheitlich den Kandidaten befragen Das heißt, ich gebe euch jetzt noch kurz die Gelegenheit, Fragen in die Urne da vorne in der Mitte einzuwerfen Gibt es denn noch Leute, die ihre Fragen noch nicht eingeworfen haben? Dann mögen Sie bitte kurz winken Ich sehe eine Person Eine zweite Gut Eine dritte So, der Tumult an der Urne hat sich gelegt Gibt es jetzt noch Personen, die eine Frage einwerfen möchten? Ja, eine? Gibt es jetzt noch jemanden? Wenn noch eine Person eine Frage einwerfen möchte, dann möge sie sich jetzt melden Ich sehe, das ist nicht der Fall, dann bitte ich darum, die Urne nach vorne zu tragen Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei unserem Urnenträger zu bedanken Bei Jossi, der das schon den ganzen Tag über macht Ich habe diesen Job noch nicht gemacht, aber GA sagt, das ist sehr anstrengend und sehr verantwortungsvoll Vielen herzlichen Dank, dass du uns unterstützt Dankeschön So, dann bitte ich jetzt um die Auslosung der ersten Frage Die erste Frage lautet, hast du alle programmatischen Anträge zum BPT 13.2 gelesen? Wie bitte? Achso, ob ich die alle gelesen habe? Nein, ich habe ungefähr zwei Drittel davon gelesen Danke, dann bitte die nächste Frage So, die nächste Frage ist ein bisschen länger geraten Ich lese sie mal vor Die nächste Frage lautet, als Mitglied des Bufos vertritt man die Piratenpartei in den Medien und vor der Öffentlichkeit Bist du in der Lage, Flagge zu zeigen und die Themen geeignet in die Bevölkerung zu transportieren und in diesem Zug bereit, notfalls überflüssigen Orga-Fu fallen zu lassen, um die Partei und die Themen zu streuen? Wenn ja, sehen wir dich jetzt bei vielen Demos Ja, ich bin nicht der Mensch, der dauernd vorangeht oder bei allen Aktionen mitmacht Aber wenn es wichtig ist, bin ich dabei Ich unterstütze allgemein viele Aktionen Häufiger bin ich eher im Hintergrund tätig Aber ich bin auch schon häufiger mit Fahnen durch die Gegend gelaufen und habe demonstriert Und ich denke, ich werde das als Bufo sicherlich nicht weniger tun Danke, die nächste Frage bitte Bitte Diese Frage wird euch überraschen Es geht um eine Großbaustelle Wie stehst du zu Stuttgart 21? Bitte schön Ja, ich sehe das ähnlich, wie es GFion schon gesagt hat Das ist ein Beispiel dafür, wie Volksentscheide nicht angewendet werden sollten Was da passiert ist, ist, dass man den Kreis der Befragten so weit ausgedehnt hat, dass einfach die tatsächlich Betroffenen, die tatsächlich Interessierten den geringsten Teil der Abstimmung ausgemacht haben Und dadurch eigentlich der Zweck der Abstimmung verfehlt war Vielen Dank, die nächste Frage bitte Die nächste Frage lautet, was wolltest du vorhin noch hinzufügen? Ich nehme an, das beziehe ich auf den Teil, wo du dich vorgestellt hast und ich dir dann das Mikro abgedreht habe, weil du über der Redezeit warst Bitte schön Ja Ich wollte hinzufügen, dass ich dankbar für den angenommenen Antrag zum Vorstands-BGE bin Ich bin ein Jahr Landesvorstand bei den Piraten Sachsen gewesen, war vorher selbstständig Und dadurch, dass ich in der Zeit nun kaum noch für Geld gearbeitet habe, sind meine finanziellen Reserven doch etwas ausgezehrt Und ohne diesen Vorstands-BGE-Beschluss hätte ich heute wahrscheinlich gar nicht kandidiert Außerdem wollte ich hinzufügen, dass ich es so eine gute Idee halte, auch einen zweiten stellvertretenden Generalsekretär zu wählen Weil da wirklich genug zu tun ist Danke, die nächste Frage bitte Bei dieser Frage ist leider nicht so richtig erkenntlich, was der Fragesteller oder die Fragestellerin wissen möchte Und deswegen nehmen wir eine weitere Frage Gut, die nächste Frage lautet, hast du die Weiterentwicklung von einer Techie-Partei zu einer Volkspartei verpasst? Entschuldigung, eine Was-Partei? Die Frage lautete, hast du die Weiterentwicklung von einer Techie-Partei zu einer Volkspartei verpasst? Wie lange habe ich Zeit zu antworten? Zwei Minuten trophüeren Beifall Nein, ich glaube, das habe ich nicht. Ich glaube, wir sind keine Volkspartei. Ich glaube, wir haben unter Umständen das Zeug zur Volkspartei, wenn wir die demokratischen Mittel besser zur Verfügung stellen können als das parlamentarische Parteiensystem in der Form, wie es jetzt existiert, werden uns irgendwann mal alle wählen, dann sind wir natürlich eine Volkspartei, aber im Moment kann ich das klar mit Nein beantworten. Gut, vielen Dank, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Die letzte Frage lautet, erzähle uns ein bisschen was von deinen Erfahrungen in der IT-Branche oder in der IT-Szene, welche sind das? Ja, angefangen hat es 1992 mit dem Computer meines Vaters, der wurde beruflich angeschafft. Ich durfte ihn zum Spielen nutzen, habe ihn dann ein bisschen zum Programmieren benutzt. In der Schule hatte ich Informatik, da habe ich Pascal gelernt und ansonsten die meiste Zeit gespielt, weil ich immer als Erster fertig war. Nee, eigentlich als Zweiter, aber der Erste, der hat sich dann egal. Ich habe 1999 angefangen Informatik zu studieren, habe das nach vier Semestern abgebrochen, habe dann ein bisschen freiberufliche Webseitenentwicklung oder selbstständige Webseitenentwicklung betrieben, habe dann später nochmal Verfahrenstechnik studiert, war dort Mitglied im Fachschaftsrat und habe im Zuge dessen ein Fondsystem für die Fakultät aufgebaut, was nach kurzer Zeit 2000 Mitglieder hatte und gut angenommen wurde. Mein letztes größeres Projekt war der Re-Lounge einer relativ großen Webseiten, wo ich ein kleines Team geführt habe und die Seite praktisch von Grund auf neu programmiert habe und besser, schneller, schneller, toller quasi dann dem Kunden übergeben habe. Ja, ansonsten Chaos Computer Club, Heise D, Fefe und alles, ja, ich löte auch und mache so, ja, ich mag alles, was irgendwie mit Strom zusammenhängt, denke ich. Danke, deine Zeit ist vorbei, Dankeschön. So, das war die letzte ausgeloste Frage, das heißt, wir sind vorerst zu Ende mit der Befragung, deswegen frage ich euch jetzt, möchtet ihr diesen Kandidaten weiter befragen, dann hebt die Ja-Karte. Wenn ihr diesen Kandidaten nicht weiter befragen möchtet, dann hebt bitte die Nein-Karte. Vielen Dank, ich sehe, ihr seid der Meinung, dass der Kandidat ausreichend befragt wurde, er ist damit entlassen und wir sind am Ende der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum ersten stellvertretenden Generalsekretär und ich übergebe jetzt an die Wahlleitung. Hallo, ich mal wieder, wir kommen zum nächsten Wahlgang, bevor wir den durchführen können. Jetzt bitte die Wahlhelfer an ihre Positionen. Wir verwenden den Stimmzettel Nummer 8, er ist deutlich gelb. Okay, bitte komme ich hier vorne ans mittlere Mikrofon. Miriam, mittlere Mikro auf. Ja, du hast das vorhin vielleicht nicht mitgekriegt, aber wir haben durchgegeben, dass ein gelber Wahlzettel bereits abgegeben wurde, deswegen können wir den leider nicht benutzen. Das ist tatsächlich nicht bei mir angekommen. Gut, von den Zustimmungswahlzetteln haben wir ja genug. Es tut mir schrecklich leid, dass ihr alle keine Einkaufszettel schreiben könnt in nächster Zeit. Wir verwenden also die Nummer 9 in rot. Könntest du noch mal erklären, wie ein leerer Wahlzettel beim Approval behandelt wird? Ein leerer Wahlzettel beim Approval ist eine Enthaltung. Diese Enthaltung erhöht das Quorum. Jochen, ganz kurz, warte ganz kurz. Und ich wiederhole eine Aussage aus Neumarkt. Ihr habt beim Approval eigentlich nur die Möglichkeit, Ja zu sagen. Und ein Nicht-Ja ist ein Nein. Ein leerer Zettel ist eine Ablehnung aller Kandidaten. Haben wir noch weitere Fragen? Ich wiederhole mich echt ungern. Schlangenbildung ist die schlechtes denkbare Load-Balancing-Lösung für Menschenmenge. Ihr könnt euch angesprochen fühlen hier vorne im Mittelgang. Gut, liebe Wahlhelfer, öffnet bitte die Ohren, hebt diese hoch und zeigt, dass sie leer sind. Liebe Wahlhelfer und liebe Wähler, diskutiert bitte nicht mit meinen Helfern. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Probleme habt, stellt euch ans Mikrofon, kommt zu mir oder sonst etwas. Aber stört nicht meine Mitarbeiter. So, und wieder hinstellen und zumachen bitte. Und runter, zumachen. Und damit eröffne ich jetzt die Wahl. Ihr dürft Stimmen abgeben. So, und während ihr anfangt zu wählen, noch eine kurze Durchsage für die Presse. Um 14 Uhr findet eine Pressekonferenz mit allen neuen Bufo-Mitgliedern hinten im Pressebereich statt. Danke. Hallo, jetzt geht's. Nur noch mal eine Erinnerung, dass auch dieser Wahlgang irgendwann zu einem Ende kommen soll. Alle meine Ohren sind wieder da, soweit ich das sehe. Wenn ihr noch eine Stimme abgeben wollt, beeilt euch. So, ich sehe im Augenblick keine Wahlhandlungen mehr. Ja, falls noch irgendjemand wählen will, bitte jetzt sich erkennbar machen. Da ist niemand mehr. Damit schließe ich diesen Wahlgang und bitte meine Helfer mit dem Auszählen zu beginnen. Gut, vielen Dank. Und ich übergebe jetzt die Versammlungsleitung wieder an Nora. Liebe Versammlung, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Nämlich zum Bericht des scheidenden Bundesschiedsgerichts. Ich bitte die Mitglieder des scheidenden Bundesschiedsgerichts nach hier oben zum Berichten. Könnt ihr mal winken, damit ich sehe, ob ihr auf dem Weg seid? Bundesschiedsgericht. Die Bundesschiedsrichter mit ihrem Bericht. Bericht. Ist schon da. Ich würde mich freuen, wenn meine Mitrichter, die da sind, es sind leider nicht alle da, auch noch auf die Bühne kommen könnten. Zunächst einmal etwas Persönliches. Nach dreieinhalb Jahren im Amt werde ich nicht mehr als Bundesschiedsrichter antreten. Ich habe mittlerweile einfach zu viel um die Ohren. 2010 habt ihr mich das erste Mal gewählt. Damals hat es gereicht zu sagen, ich bin Jurist und bitte wählt mich. Mittlerweile gibt es sehr viele fähige Menschen, die sehr gute Arbeit machen, die das auch können. Bericht des Bundesschiedsgerichts für die vergangene Legislatur. Wir sind seit Neumünster, das ist der Bundesparteitag 2012 1 gewesen, im Amt. Damit hatten wir jetzt eine längere Legislatur. Die Dauer der Legislatur ist vielleicht mit Ursache, aber sicherlich nicht alleinige Ursache, dass wir mit über 70 abgeschlossenen Verfahren mehr Verfahren bewältigt haben, als alle Bundesschiedsgerichte vor uns zusammen. Diese Flut hat uns leider verhindert, dass wir einen kleinen Tisch übergeben können. Das Bundesschiedsgericht, das ihr jetzt wählt, wird zehn offene Verfahren übernehmen. Auffällig an den Verfahren der vergangenen Legislatur war, dass wir uns ganz wenig nur noch mit tatsächlich originären Bundesdingen beschäftigen mussten. Der Großteil unserer Arbeit waren Berufungen gegen Entscheidungen von Landesschiedsgerichten. Sehr dominant in dieser Legislatur waren Anfechtungen von Parteitagen, insbesondere von Aufstellungsversammlungen. Das war natürlich daran gelegen, dass wir eine Bundestagswahl hatten. Besonders auffällig AV Thüringen, die haben wir für ungültig erklärt. Die AV Sachsen wurde für gültig erklärt. In dem Verfahren habe ich aber nicht mitgemacht als Richter, weil ich befangen war. Auch mit ein Grund, warum ich nicht wieder antrete. Ich bin höchstwahrscheinlich der meistbefangene Bundesschiedsrichter aller Zeiten. Gegen Ende der Legislaturperiode kamen wir dann auch zu ein paar Ausschlüssen aus der Partei. Und gegen Ende relativ hochfrequent haben wir Urteile zu Mailing-Listen-Ausschlüssen geschrieben. Ich glaube, das sind mittlerweile acht Stück oder so. Also liebe Menschen, die ihr von Mailing-Listen fliegt, schaut erst auf unsere Wiki-Seite, was wir dazu geschrieben haben. Denn irgendwie selber Copy-Paste machen macht uns auch nicht immer Spaß. Wir haben uns wöchentlich getroffen. Ich glaube, die kürzeste Sitzung war eine Viertelstunde. Regelmäßig war die Sitzung über eine Stunde. Es ist aber auch vorgekommen, dass wir drei Stunden in der Telco waren. Das jetzige Bundesschiedsgericht war ein super tolles Team. Wir haben echt gut zusammengearbeitet und ich bedanke mich bei meinen Mitrichtern. Jeder hatte seine persönlichen Stärken. Wir haben uns immer gegenseitig unter die Arme gegriffen, wenn es irgendwann mal knapp wurde. Ich habe oben erwähnt, dass die Tätigkeit als Berufungsgericht immer mehr in den Vordergrund rückt. Deshalb an dieser Stelle eine Bitte an die Landesschiedsgerichte. Ihr macht unser Leben einfacher, wenn ihr schöne Urteile schreibt. Das gilt aber auch für alle Leute, die Schiedsgerichte anrufen. Stellt die Sachverhalte klar. Schildert einfach, was passiert ist. Versucht nicht, die Sachverhaltsdarstellung und die juristische Bewertung zu durchmischen. Damit macht ihr uns nur wirr. Ein besonderer Dank an die Bundesgeschäftsstelle, die total toll mit unserer Post umgeht und sich auch teilweise um spezielle Kunden kümmert. Ein weiterer Dank geht an die IT des Landesverbandes Baden-Württemberg. Die uns dann doch relativ kurzfristig ein Ticketsystem zur Verfügung gestellt haben. Das hat unsere Arbeit enorm erleichtert. Danke. Und abschließend, der diesjährige Sonderpreis des Bundesschiedsgerichtes für auffälligen Landesverband geht an Niedersachsen. Vielen Dank, liebes scheidendes Bundesschiedsgericht. Vielen Dank auch von uns. Dann kommen wir jetzt. Dieses Bundesschiedsgericht tritt aus dem Amt. Das heißt, wir brauchen ein neues. Gibt es noch Fragen zu dem Bericht? Dann bitte jetzt hier am mittleren Mikro einfinden. Okay, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich der Vorstellung und der Wahl des neuen Schiedsgerichtes. Wir wählen nach dem Antrag, den ihr gestern angenommen habt, sechs Richter für das Bundesschiedsgericht. Und ich bitte einmal die Wahlleitung nach vorne. Die Wahlleitung. So, ich habe dort oben links schon einen Stapel an Kandidaturen. Ich werde jetzt wieder lose basteln. Während ich lose bastle, habt ihr noch die Gelegenheit, weitere Kandidaturen abzugeben. Sobald ich wieder da bin, was in hoffentlich ein bis zwei Minuten sein wird, werde ich die Liste schließen. Der Christian Löffelmacher möge sich bitte auf die Bühne begeben. So, hallo meine Freunde in der Halle und an den Mattscheiben. Die Minute kostet hier 100 Euro. Ich wurde von einem Piraten gebeten, auf eine E-Petition hinzuweisen. Und zwar, das ist die Petition 46 48 3 E-Petition Bundestag. Könnt ihr euch was sagen? Und zwar, der Text der Petition ist sinngemäß folgender. Der Deutsche Bundestag möchte beschließen, die Sanktionen, welche im SGB II verankert sind, also namentlich 31 bis 32 SGB II abzuschaffen. Wir haben noch kein BGE. Wir müssen kleine Schritte gehen. Und dazu gehört in erster Linie, dass das Sanktionssystem, was meiner Meinung nach gescheitert ist, wegkommt. Sanktionen 31, wer von euch noch nicht im Hartz IV-Bezuch ist, könnt ihr alle hinkommen, ist folgendermaßen. Eine Pflichtverletzung wird mit 30 Prozent Kürzung geahndet. Eine Pflichtverletzung kann sein, ein Verstoß gegen Meldepflichten. Es kann sein, ein Verstoß gegen die Eingliederungsvereinbarung. Oder einfach die Willkür der Sachbearbeiter. Es gibt Fälle in der Praxis, bearbeitet zum Teil, wo Leute, die Anfang 50 sind, kaum noch arbeiten können, Hunderte von Bewerbungsvorschlägen bekommen in Sachen, wo sie einfach nicht arbeiten können. Rücken kaputt, Kofferschlepper, Deutsche Bahn, ein Euro-Job, abgelehnt. Zack, 30 Prozent Kürzung beim zweiten Mal 60 Prozent. Die Leute rutschen unter das Existenzminimium, obwohl Hartz IV gerade genau das sichern soll. Deswegen bitte ich euch namens meines Piraten, der mich darum gebeten hat, der übrigens auch in Bezug von Leistung als B2 ist und deswegen eben nicht hier sein kann, diese Petition mitzuzeichnen. Es ist die Petition 46 48 3. Wer sich mitzifizieren kann, unterschreibt sie einfach. Kostet ja nichts. Vielen Dank. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Eine Kandidatin zum Bundesschiedsgericht hat bis jetzt mich bei der Wahlleitung unterstützt für diesen Wahlgang wird sie dies nicht tun. Sie hat im Publikum Platz genommen und wird vielleicht gleich auf der Bühne sein. Sie wird nicht an diesem Wahlgang mitarbeiten. für diesen Wahlgang und den Schuhen besitzen dürfen. Vielen Dank. Harald Kiebert. Florian Zumkella-Quast. Georg von Borowiczini. Claudia Schmidt Daniela Berger Markus Gerstl Benjamin Sigl Harald Florian Georg Claudia Daniela Markus und Benjamin Bitte findet euch in dieser Reihenfolge an der Bühne ein Merkt euch, wer vor euch und hinter euch ist, dann geht das gleich ganz fix. Der erste ist Harald Ich habe noch was vergessen Die Kandidatenliste ist jetzt natürlich geschlossen. Hallo, ich bin nicht Harald, sondern eine Freundin von ihm. Harald ist nämlich krank und zuhause. Der wäre sehr gerne hier gewesen, vor allem weil er ja auch ins Bundesschiedsgericht möchte, aber das war jetzt nicht möglich. Deswegen stelle ich ihn kurz vor. Harald ist, Kungler sagt 44, ich bin mir da nicht sicher, lebt in Braunschweig, hat eine Familie mit mit Töchtern und war bereits drei Jahre lang im Bundesschiedsgericht von 2008 bis 2011. Hat dann eine Pause gemacht, weil er Vorsitzender in Braunschweig wurde und zudem Direktkandidat war für die Landtagswahl in Niedersachsen, wo er relativ gut abgeschnitten hat. Ich kann gerne versuchen, Fragen zu beantworten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles beantworten kann, aber ich werde mir Mühe geben. Dankeschön. Ich bin auch nicht Harald. Harald hatte mich gebeten, das zu machen. Zu dem Zeitpunkt war unklar, ob Claudia noch rechtzeitig da ist, deshalb machen wir das jetzt zusammen. Außerdem wollte ich ja auch mal hier oben stehen, diesen Parteitag. Und was ich noch ergänzen wollte, Harald ist von Beruf. Er sagt, es ist ein Workshopleiter. Vielleicht wissen manche es auch sehr bekannt dafür, dass er Geschichtenerzähler hobbymäßig macht. Das ist auch vielleicht sein Wikiprofil noch zu entnehmen. Ansonsten auch ich kenne ihn ganz gut und werde gerne versuchen, Fragen zu beantworten. Möchtet ihr den Kandidaten bzw. dessen sprechende Vertreter befragen, dann hebt bitte jetzt die Ja-Karte. Ansonsten hebt bitte die Nein-Karte. Möchtet ihr jetzt Fragen stellen? Ihr dürft euch auch gerne beteiligen an der Abstimmung. Gut. Ja, das ist der Fall. Dann werft jetzt bitte Fragen in die dafür vorgesehene Urne. Ihr könnt euch jetzt auch schon mal überlegen, wenn ihr gleich irgendwelche Menschen befragen möchtet, dann könnt ihr die Fragen auch schon mal aufschreiben und bereithalten. So, ist noch jemand auf dem Weg, um einen Zettel einzuwerfen? Da bitte jetzt schnell winken und reinwerfen. Nee, ihr braucht eine Pause. Fertig? Was meint ihr damit? Pause. Es gibt ein kleines Beschriftungsding mit der Urne. Da werden gerade die Zettel dran gemacht, wem welche Urne gehört. So, wenn alle Zettel eingeworfen worden sind, bitte ich jemanden, die Urne nach vorne zu bringen. Herzlichen Dank dafür. So, die erste Frage. Wie stehst du zur Hamburger Elbphilharmonie? Was soll man denn da sagen? Sag nur. Kungler sagt, ich soll irgendwas sagen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie Harald zur Elbphilharmonie steht. Überteuertes Prestigeprojekt. Gut. Dann die nächste Frage. Wie sehr polarisiert deiner Meinung nach der Flausch- und Kuschelfaktor in der Partei? Der was? Flausch und Kuschelfaktor. Ihr könnt auch einfach nicht sagen. Ich glaube, manche Leute sind von Flausch zwischenzeitlich ein bisschen genervt. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich David Haralds Meinung auch treffe, weil er auch ab und zu mal so Katzenbilder und sowas twittert. Gut. Wie stehst du zu Stuttgart 21? Anzünden. Was wäre dir wichtiger? Die Parteifusionierung mit einer anderen, neueren Partei, neuer Parteiname oder Beibehaltung des Namen Piraten um jeden Preis? Also Harald ist schon seit sehr, sehr langer Zeit hier mit dabei. Ich war ja schon, er ist schon, glaube ich, drei Jahre im Bundes-Schiedsgericht, war ja, war 2009 hier schon dabei. Ganz früher Pirat. Von daher gehe ich davon aus, er will auch Pirat bleiben. So, und die letzte Frage. Seit wann hat Kungler Haralds Telefonnummer? Ich habe leider keine Vorratsdatenspeicherung der Speicherzeit in meinem Telefonbuch, aber es muss 2009 gewesen sein, kurz nachdem ich hier Mitglied geworden bin. So, dann vielen Dank für die Vertretung von Harald dort oben. Ich bitte jetzt Florian, bitte ich die Versammlung noch einmal darüber abzustimmen, ob sie die Vertreter weiter befragen möchte. Dazu bitte die Ja-Karte, ansonsten die Nein-Karte. Das ist überwiegend negativ. Vielen Dank dann für die Vertretung von Harald. Ich bitte jetzt Florian auf die Bühne. Den nächsten Kandidaten auf die Bühne, bitte. So, wenn ihr zu Florian schon Fragen habt, dann könnt ihr die auch jetzt schon fertig machen und beschriften, dann geht es gleich ein bisschen fixer. Und liebe Versammlung, das war jetzt ein bisschen lustig, aber jetzt hören wir wieder zu, ja? So, bitteschön. Hallo, ich bin Florian Zumkeller-Quast, meistens als Brandlab unterwegs, unter dem Namen kennen mich vielleicht ein paar mehr. Ich bin aktuell, wie einige von euch sicher wissen, Vorsitzender der Jungen Piraten noch und, so besser vielleicht, Jurastudent. Habe auch in meinen Vorstandszeiten, im Landesvorstand Baden-Württemberg, sowie eben bei den Jungen Piraten und in meiner Zeit als Ersatzrichter am Hessischen Landesschiedsgericht einige Erfahrungen mit gerade der Parteischiedsgerichtbarkeit auch von beiden Seiten gesammelt und würde diese Erfahrung kombiniert mit meiner juristischen Expertise aus dem Jurastudium gerne ins Bundesschiedsgericht einbringen. Zu der Frage, die wahrscheinlich kommen wird, ob ich das kombinieren kann mit dem Amt des Vorsitzenden der Jungen Piraten. Ja, kann ich. Auf der einen Seite, die Amtszeit ist begrenzt vom Vorsitzenden. Ich werde nicht nochmal kandidieren, weil ich gerne das Amt an neue, jungen Nachwuchs übergeben möchte und mich gerne neuen Aufgaben zuwenden möchte. Das wäre das Bundeschiedsgericht. Aus meiner Erfahrung vom Hessischen Landesschiedsgericht kann ich sagen, es hat mir Spaß gemacht, die Arbeit, und ich würde sie gerne fortsetzen am Bundeschiedsgericht. Danke. Liebe Versammlung, möchtet ihr den Kandidaten befragen? Dann jetzt die Ja-Karte, ansonsten bitte die Nein-Karte. Das ist überwiegend positiv. Dann werft jetzt bitte eure Zettel ein, eure Fragezettel ein. Ist noch jemand auf dem Weg, um eine Frage einzuwerfen? Ja, genau, noch jemand, super. Ist noch jemand auf dem Weg oder seid ihr fertig? Gut, dann bitte ich, die Urne mit nach vorne zu bringen, soweit der letzte Zettel gleich eingeworfen worden ist. Der Kandidat ist Florian, wenn ihr euch das gerade fragt. Die erste Frage. Hättest du den Mut, die Stuttgart 21-Frage nicht zu beantworten? Ich sehe keinen Grund, mich hier zu Stuttgart 21 zu äußern, also ja. Die nächste Frage. Wie stehst du zu Stuttgart 21? Ich habe es gerade gesagt, ich sehe keinen Grund, mich dazu hier zu äußern, also keine Äußerung. Wie kannst du, die nächste Frage, wie kannst du im Schiedsgericht sein und gleichzeitig Vorsitzender der Jungen Piraten? Die Jungen Piraten sind rechtlich eine komplett eigene Organisation, als eigener Verein, komplett rechtlich getrennt von der Partei. Und damit gibt es da keinerlei Probleme von wegen Konflikten im Vorstand und beim Schiedsgericht, weil ein Vorstand der Jungen Piraten nie klageberechtigt ist am Parteischiedsgericht. Angela Merkel steht vor dir. Was machst du? Ihr die Hand schütteln und sagen, dass ich ihre Politik für komplett falsch halte. Würdest du Mitglied bleiben, wenn wir vom Basis zum Delegierten System wechseln würden? Kannst du die Frage gerade nochmal wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Würdest du Mitglied bleiben, wenn wir vom Basis zum Delegierten System wechseln würden? Das kommt ganz darauf an, was für ein System. Es kommt darauf an, ob dieses System meinen Vorstellungen von einer breiten Basisbeteiligung noch irgendwie die Möglichkeit erschafft, Geltung zu erlangen. Dann ja. Gut, dann vielen Dank. Es gab nur fünf Fragen, alle anderen waren mehrfach. Dann die Frage an die Versammlung. Möchtet ihr den Kandidaten weiter befragen? Dann jetzt mit Ja, ansonsten mit Nein stimmen. Das ist fast einheitlich negativ. Vielen Dank. Dann bitte ich den nächsten Kandidaten auf die Bühne. Georg, auch für dich. Drei Minuten, danke. Ja. Einen schönen guten Tag an euch. Mein Name ist, wie es schon da steht, Georg von Boroviceni. Ich bin seit 2009 Mitglied der Piraten, habe da einige Ämter schon gehabt. Seit zweieinhalb Jahren, seit Heidenheim bin ich im Bundesschiedsgericht. Außerdem bin ich derzeit noch in der Bezirksverordnetenversammlung, das ist ja das kommunale Pendant in Berlin, für Steglitz-Zehlendorf als Verordneter drin, mit reichlich vielen Aufgaben. Die Arbeit im Bundesschiedsgericht, ich bin jetzt der Erste von den Vieren, die aus dem scheidenden Bundesschiedsgericht wieder antreten. Und deshalb bitte ich euch, dringend uns alle zu wählen, damit wir unsere Erfahrungen weiter mit einbringen können. Wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet, das hat ja Jochen schon gesagt. Und das ist mit für mich ein Grund, weiterhin im Schiedsgericht mitarbeiten zu wollen. Claudia, dann Benjamin und Markus sind sehr gute Juristen und achten darauf, dass unsere Entscheidungen rechtssicher sind. Denn wenn wir Fehler machen, wird es sehr teuer. Ich bin Sozialarbeiter, jetzt in Ruhestand, habe etwas mehr Zeit und habe damit einen etwas anderen Blick. Auf die strittigen Fragen, die zu entscheiden sind. Und ich glaube, auch das ist nötig, dass verschiedene Aspekte in die Urteile einfließen. Ganz, ganz wichtig für mich ist beim Bundesschiedsgericht, das Bundesschiedsgericht soll letztlich, wie die anderen Schiedsgerichte auch, den Rechtsfrieden, ja den Frieden in der Partei erhalten oder wiederherstellen. Und deshalb meine Bitte an euch, es gibt oft genug ganz andere Möglichkeiten, Streit, Konflikte zu lösen als über das Schiedsgericht. Also bitte versucht es erstmal anders. Und bevor ihr euch an ein Schiedsgericht wendet, bitte lest die Satzungen. Es macht gar keinen Spaß, jemanden abzuweisen, weil er nicht klageberechtigt ist, weil er falsch klagt oder sonst was. Am liebsten hätte ich da gar nichts zu tun, das wird sich leider nicht machen lassen. Und so stehe ich für euch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, liebe Versammlung, möchtet ihr den Kandidierenden befragen, dann stimmt mit ja, ansonsten stimmt bitte mit nein. Das ist überwiegend negativ. Vielen Dank. Wir unterbrechen an dieser Stelle mal ganz kurz, weil ich ein Wahlergebnis habe, des Wahlgangs zum stellvertretenden Generalsekretär. So, abgegeben wurden 781 Stimmen, 756 davon waren gültig. Es entfielen die meisten Stimmen 455 auf Veronique Schmitz, die ich jetzt auf die Bühne bitte. Niki, nimmst du die Wahl an? Ja, nehme ich und bitte wählt noch einen zweiten Stellvertreter. So, dann bitte ich jetzt Claudia auf die Bühne. Claudia? Claudia ist jetzt dran. Claudia, komm ruhig auf die Bühne. Ja, okay, Entschuldigung. Die Fotoapparate haben sich hinter dem Rechner versteckt. Hallo, mein Name ist Claudia Schmidt. Ich bin aus dem Landesverband Berlin. Ich bin Volljuristin, 56 Jahre alt, seit 2009 Mitglied. Ich war vorher im Landesschiedsgericht Berlin, dann seit Heidenheim jetzt im Bundesschiedsgericht und stelle mich erneut hier zur Wahl, weil, wie Jochen schon sagte und auch Georg, wir waren ein gutes Team und wir arbeiten auch vorwiegend im Team. Und ich würde gerne mit den anderen jetzt wieder eine neue Runde machen, um unsere Urteile noch ein bisschen zu vervollständigen, eine kleine Urteilsdatenbank anzulegen. Und ich würde mir auch wünschen, dass Antragsteller auch immer mal wieder auf unsere Seite schauen und gucken, ob nicht zu dem einen oder anderen Thema bereits von uns ein Urteil ergangen ist, was es dann sehen würde, dort weiter eine Klage einzureichen, die wir dann schon mal beschieden haben. Das wäre auch sehr, sehr schön und stehe jetzt für Fragen gerne zur Verfügung. Liebe Versammlung, möchtet ihr die Kandidatin befragen? Dann bitte jetzt die Ja-Karte, ansonsten die Nein-Karte. Das ist überwiegend negativ. Vielen Dank. Ich bitte Daniela auf die Bühne. Nach Daniela können sich Markus und Benjamin bitte bereithalten. Ja, die nächsten Kandidaten bitte bereithalten. Könnt ruhig schon mal hier vorne an der Bühne stehen. Piraten. Nach dem BPT ist vor dem BPT. Bei Liquid Feedback Shitstorm muss man Flagge zeigen, miteinander, nicht gegeneinander. Oh shit, das war das Bullshit, Bingo. Mein Name ist Daniela Berger, ich bin 36 Jahre alt, ich komme aus dem Landesverband Berlin. Ich bin Pirat, weil ich auf die Utopie stehe, von der wir träumen. Blöderweise habe ich absolut null Bock darauf, Politik in dem Sinne zu machen. Und deswegen betrachte ich es als meine Aufgabe, denjenigen, die sich politisch beteiligen wollen, den Rücken freizuhalten. Und mache das, indem ich zum Beispiel so Sachen wie Wahlleitung oder Schiedsgericht mache. Ich bin seit 21 Monaten, seit März 2012 Vorsitzende des Landesschiedsgerichts Berlin. Wir haben da drei PAFs verhandelt. Zwei haben wir abgeschmettert, eins ist durchgekommen. Wir haben Überordnungsmaßnahmen entschieden. Wir haben eine Wiederaufnahme der Liquidkriege an den Hals bekommen und haben das verkackt. Dieses Fail habe ich für mich analysiert. Und meine zu wissen, woran es gelegen hat und bin ziemlich sicher, dass das im Bundesschiedsgericht nicht wieder passieren würde. Ich bin keine Juristin, aber ich glaube, das ist kein Nachteil, weil ich finde, dass wir darauf achten müssen, dass unsere Schiedsgerichtsbarkeit so gestaltet ist, dass jeder einzelne Pirat sagen kann, ich habe hier ein Problem, ich lese mir unsere zehn Seiten Schiedsgerichtsordnung durch und dann kann ich das alleine, wenn ich das möchte. Es ist nicht so, dass ich ein Problem damit habe, wenn die Leute sich Rechtsbeistand mitbringen. Das ist sogar eine gute Idee. Aber ich möchte nicht, dass es hier zu einer Schiedsgerichtsbarkeit ausufert, in der die Leute glauben, dass sie das müssen, weil wir sie sonst über den Tisch ziehen. Im Vorfeld meiner Kandidatur hatte ich um Fragen gebeten und da sagte dann einer auf Twitter, scherzhaft, der Pompejus, sagte scherzhaft, er würde Schiedsgerichtskandidaten normalerweise fragen, ob sie die SGO gelesen haben. In meinem Fall ist das so, ich habe sie nicht nur gelesen, ich habe Teile davon geschrieben. Wir haben die Bochumer Schiedsgerichtsordnung, haben wir im Team entwickelt und haben sie zusammen hier eingebracht. Das war es soweit und ich würde mich freuen, wenn ihr noch Fragen an mich habt. Liebe Versammlung, möchtet ihr die Kandidatin befragen? Dann bitte jetzt die Ja-Karten, ansonsten die Nein-Karten. Das ist überwiegend positiv. Damit befragen wir die Kandidatin. So, alle, die Fragen haben, bitte einwerfen. Und die Kandidaten, die sich danach vorstellen möchten, bitte findet euch schon einmal an der Bühne ein. Das sind Markus und Benjamin. Bitte findet euch ganz super wunderbar. Ihr sitzt schon da, das ist wunderbar. Ich konnte euch bloß nicht sehen. So, gibt es noch Menschen mit Fragen? Dann bitte jetzt wedeln, winken, laufen. Ich sehe niemanden, der winkt. Ja, ja, das ist in Ordnung. Alles klar. Dann bitte ich gleich, die Urne nach dem Einwurf der letzten Fragen nach vorne zu bringen. Matthias Zehe bitte zum Frontoffice. Matthias Zehe bitte zum Frontoffice. Es ist dringend und es möge schnell gehen. Danke. Matthias Zehe zum Frontoffice. Matthias Zehe zum Frontoffice, bitte. Die erste Frage. Was hältst du vom Berliner Bildungssystem? Das ist nicht mein Spezialgebiet, wenn ich ehrlich bin. Ich bin Tochter einer Grundschullehrerin. Insofern bin ich so allgemein, wenn auch ins niedersächsische Bildungssystem etwas involviert und bin da mir großen Verbesserungspotenzials bewusst. Über das Berliner Bildungssystem im Speziellen kann ich nichts sagen. Die nächste Frage. Wie stehst du zum BER? Es gibt zu diesem BER eine tolle Doku. Und das Ulkige ist, dass ich als Softwareentwicklerin die ganze Zeit da gesessen habe und habe gesagt, die Probleme kenne ich. Dass Kunden aus allen Wolken fallen, wenn sie mit Extrawünschen kommen und man ihnen dann sagt, dann ist es teurer und dauert länger. Liebe Versammlung, ihr seid ganz schön unruhig gerade. Ich würde mich freuen, wenn das sich wieder ein bisschen legen würde. Wer rausgehen möchte, macht das bitte schnell und leise und unterhält sich dann draußen. Vielen Dank. Komm bitte zur Ruhe. Wie stehst du zum Thema Mailinglisten in der Satzung der Piraten? Ich finde, die haben da nichts zu suchen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Was würdest du in Stuttgart um 21 Uhr tun? Mir von örtlichen Piraten zeigen lassen, was man so an alkoholischen Getränken zu sich nehmen kann. Warum mussten zwei Urteile des Berliner Schiedsgerichts an andere Schiedsgerichte verwiesen werden? Und wie siehst du deine Verantwortung dafür? Ganz ehrlich, ich bin mir nur eines bewusst. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin mir nur... Also ich weiß nur von einem, bin etwas geplättet und das haben wir verkackt. Und das Problem ist, dass wir in Berlin übernommen haben, als gerade nicht so viel zu tun war. Unsere Vorgänger hatten genau null Fälle und wir haben es verpasst, uns Strukturen zu geben. Und unter anderem auch Strukturen, die auffangen, wenn ich mal nicht kann. Und das ist uns an einigen Stellen massiv auf die Füße gefallen. Und das würde ich anders machen, wenn ich nochmal ein Landesschiedsgericht übernehmen würde. Und ich weiß, ich bin mit einigen Bundesschiedsgerichtsrichtern befreundet und weiß daher, dass die Strukturen da anders aufgebaut sind, sodass es eigentlich unwahrscheinlich ist, dass solche Umstände nochmal auftauchen würden. Volker Pispas sagte mal, machen Sie es nichts vor. Würden Wahlen etwas verändern, so wären sie verboten. Zwar sagt er das in einer Polit-Talkshow, doch wie viel Wahrheit siehst du darin? Da ringt jetzt mein innerer Zyniker mit meinem inneren Träumer. Ich fürchte, da ist viel Wahres dran und ich hoffe, dass es nicht so ist. Vielen Dank. Liebe Versammlung, möchtet ihr die Kandidatin weiter befragen, dann hebt bitte jetzt die Ja-Karte, ansonsten hebt jetzt die Nein-Karte. Das ist nicht der Fall, vielen Dank. Ich bitte den nächsten Kandidaten auf die Bühne. Das ist Markus. Liebe Versammlung, muss ich jetzt Pause machen, bis ihr ganz leise seid oder geht das auch so? Bitte Markus. Ja, hallo. Ist das an? Ja, hallo. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich euch hier meine Lebensgeschichte erzählen soll. Ich denke, ich werde nur einen kurzen Ausschnitt damit machen. Stopp, stopp. Oder auch nicht. Also, ich war in den letzten eineinhalb Jahren im Bundesschiedsgericht, die letzten, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das war. Nein, ich war im letzten Bundesschiedsgericht als Vorsitzender Richter dabei. Ich denke, was die juristische Seite dieser Kandidatur angeht, wer das wissen will, der schlägt einfach irgendein Urteil auf. Ich erzähle euch stattdessen, was ich im nächsten Bundesschiedsgericht machen will. Ursprünglich bin ich angetreten für das Bundesschiedsgericht, um das Schiedsgericht auf Vordermann zu bringen. Um dafür zu sorgen, dass Sachen schnell, effizient und richtig abgearbeitet werden, dass Urteile verständlich, öffentlich lesbar sind und dass unsere per Definition etwas intransparenten Prozesse einigermaßen offen stattfinden. Das ist mittlerweile alles erreicht. Was ich in der nächsten Amtsperiode machen möchte, ist das Wissen, das wir im Bundesschiedsgericht haben, an die Landesschiedsgerichte weitertragen. Ich möchte, dass wir unsere Entscheidungen innerhalb der Partei, alle, also auch die der Länder, an einer Stelle gesammelt zusammenführen. Dass wir auch auf Sachen, die schon mal entschieden wurden und irgendwo im Wiki versteckt sind, dass wir eine Volltextsuche haben und solche Geschichten. Also ein Schlagwortindex, damit auch der Vorstand aus Buxtehude nachschauen kann, warum das PRV gegen XY gescheitert ist und wie man vielleicht seine Ordnungsmaßnahmen richtig macht. Wer meine Meinung zu S21 und einer Elbphilharmonie wissen will, der muss diese Frage leider dann selber einwerfen. Und ich werde das hier nicht beantworten. Ich glaube, mehr habe ich echt nicht zu sagen. Ich habe meine Redezeit hier oben schon ziemlich verbraucht. Vielen Dank. Liebe Versammlung, möchtet ihr den Kandidaten befragen? Das ist überwiegend negativ. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Nächste bitte. Benjamin, auch drei Minuten für dich. Bitteschön. Ja, mein Name ist Benjamin Sigel, besser bekannt auch als Crackpille, was by the way an dieser Stelle nichts mit Drogen eigentlich zu tun hat, auch wenn das immer alle glauben. Ich war im letzten Bundesschiedsgericht. Mir hat das meistens zumindest Spaß gemacht. Jochen hatte ja auch schon gesagt, war ein gutes Team. Ich hoffe, das nächste wird auch ein gutes Team. Ich habe eine juristische Ausbildung, also mein erstes Staatsexamen fertig. Ich werde heute Abend nach Hause flitzen und dann morgen mein Referendariat beginnen. Das wird, denke ich, zeitlich durchaus vereinbar sein mit dem Bundesschiedsgericht insbesondere, da ihr dankenswerterweise das Zweikammerensystem beschlossen habt. Das wird uns eine Menge Erleichterung bringen. Ja, ansonsten, keine Ahnung, was soll ich dazu noch sagen? Ich würde es gerne wieder für euch machen, wenn ihr mir euer Vertrauen aussprecht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie jetzt bitte. Danke. Sind ihr den Kandidaten befragen? Jetzt die Ja-Karte, wenn Nein, dann hebt bitte die Nein-Karte. Das ist überwiegend negativ, vielen Dank. So, damit sind alle Kandidaten durch. Die letzte Wahl ist abgeschlossen, sprich, ein neuer Wahlgang kann beginnen. Ich übergebe an den Wahlleiter. So, wir kommen zur Wahl des Bundesschiedsgerichtes. Liebe Wahlhelfer, bitte bemannt oder besetzt eure Urnen. Ich weiß, dass meine Personaldecke langsam dünn wird. Aber bitte, die, die noch da sind, geht an die Urnen. Fragen kommen wir gleich. Wir benutzen jetzt den Stimmzettel Nummer 10, Wahl durch Zustimmung. Das heißt, ihr dürft bei sieben Kandidierenden zwischen 0 und 7 Kreuze machen. So, jetzt Fragen, bitte. Wie viele Schiedsrichter wählen wir dann in einem Durchgang, also jetzt, gemeinsam? Nachdem Schiedsrichter gleich benannte und gleichwertige Ämter sind, werden alle sechs hoffentlich in einem Wahlgang gewählt. Keine weiteren Fragen? Gut. Ich sehe da noch eine Frage. Ich glaube, das geht schief. Es waren sechs Kandidaten, die hast du gerade genannt. Da stehen sieben. Und insofern würde ich gerne um Aufklärung bitten, welche sechs Kandidaten zur Wahl stehen. Nein, es sind sieben Kandidierende und sechs Richterämter zu besetzen. Das heißt, wenn sechs dieser Kandidierenden über 50 Prozent kommen sollen, naja, dann brauchen die viele Kreuze. Ein letztes Mal, Stimmzettel Nummer 10, irgendwie so grünlich. Und liebe Wahlhelfer, öffnet bitte die Urnen, hebt diese hoch, zeigt diese rum, dass die Menschen sehen, dass sie leer sind. Tja, da geht eine weitere Urne mangels Personal. Liebe Wahlhelfer, setzt die Urnen wieder runter, verschließt sie. Urnen wieder runter. Ihr da drüben, ich sehe noch eine Urne oben. Urnen wieder runter. Zumachen bitte. Zubachen. Danke. Damit eröffne ich jetzt die Wahl zum Bundesschiedsgericht. So, liebe Versammlung, geht wählen, geht wählen bitte. Sobald meine Wanderunnen wieder da sind, würde ich dann schließen. Liebe Versammlung, ich warte noch auf eine Wanderurne, die im Pressebereich unterwegs ist. Die anderen beiden sind schon wieder da. Das ist ein Hinweis an euch alle. Sobald die da ist, werde ich die Wahl schließen. Das kann sehr plötzlich passieren. Seid dann bitte nicht überrascht. So, wunderbar. Hinweis an den Ton. Irgendwie das Pultmikro scheint gerade nicht zu tun. Aber ich habe alle Urnen wieder. Folglich werde ich diesen Wahlgang schließen, wenn sich nicht jetzt irgendjemand dagegen wehrt. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Wahlgang geschlossen und ich bitte meine Helfer auszuzählen. Und zurück an die Versammlungsleitung. So, liebe Versammlung, ich bitte um etwas Ruhe. Wir wollen gerne mit den nächsten Tagesordnungspunkten weitermachen. Die Wahlhelfer können auch alleine zählen. Das geht am besten, wenn ihr leise seid. Alle Kandidaten zum Kassenprüfer finden sich bitte hier vorne schon einmal ein. Kassenprüfer, ich erkläre das nochmal. Das ist was anderes als Rechnungsprüfer. Kassenprüfer wählen wir für ein Jahr und nicht nur für den Parteitag. Also die Kandidaten für die Kassenprüfung finden sich hier vorne ein. So, erstmal, ihr seid ein bisschen laut, aber das ist okay. Ich fände es trotzdem nett, wenn ihr mir zuhört. Einen ganz lieben Gruß von der Orga. Die möchte nicht wieder, wie das letzte Mal in Neumarkt, hier nach dem Parteitag mit nur zwölf Leuten abbauen. Deshalb direkt im Anschluss an diese Versammlung treffen sich da hinten in der Ecke an dieser kleinen Bühne alle Leute, die beim Abbau helfen wollen. Und ich wäre sehr froh, wenn das möglichst viele sind. Also jeder von euch, der irgendwie noch ein paar Stunden Zeit hat, bitte da hinten in die Ecke. Dankeschön. Liebe Wahlleitung, ich brauche die Wahlleitung hier oben. So, die Wahlleitung besorgt sich jetzt die vorliegenden Bewerbungen. Wer das noch machen möchte, der meldet sich. Gut, ich habe hier drei Bewerbungen für Kassenprüfer. Thomas Gaul, Matthias Zehl, Christoph Löhr. Achso, ja. Gibt es da noch weitere Bewerberinnen? Ich weiche jetzt ein wenig vom bisherigen Prozedere ab, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Und zwar starten wir die Vorstellung, solange die Liste noch offen ist. Ich habe drei Kandidaturen vorliegen. Wie gesagt, Matthias Zehl, Christoph Löhr und Thomas Gaul liegen mir bereits vor. Wenn die jetzt bitte auf die Bühne kommen könnten, beziehungsweise irgendwie der Erste, der hier ist, darf sich als erstes vorstellen. Ja, Thomas, du darfst dich vordrängeln. Noch schnell eine Rückfrage, nachdem ich jetzt von dem üblichen Prozedere abweiche, weil ich hier noch Kandidaturen-Unterstützerlisten brauche. Habt ihr da etwas dagegen, dass wir so vorgehen? Könnte ich da eine Abstimmung haben? Oder ein kurzes Zeichen mit den Stimmkarten? Ja, wenn ich sofort fahren darf. Nein, wenn ihr dagegen seid. Vielen Dank. Dann verfahren wir so. So, ja, nochmal Thomas Gaul, diesmal auf dem Bereich des Kassenprüfers. Da hatte ich mich ursprünglich auch zuerst drauf beworben. Viele Sachen stehen im Wiki schon drin. Ich erspare euch auch wieder hier lange Redezeit. Sollte da nochmal bitte nachlesen, damit die anderen Kandidaten mehr Möglichkeiten haben. Danke. Mein Name ist Christoph Löhr. Ich hatte gestern schon das Vergnügen mit Rechnungsprüfungen. Mache seit mehreren Jahren Kassenprüfungen. Würde es gerne weitermachen und keine weitere Zeit verschwenden. Mein Name ist Matthias Zeher. Ich mache Kassenprüfungen für den Bund seit letztem Jahr. Ich bin 56 Jahre alt und möchte gerne diese Tätigkeit weiterführen. Vor allem möchte ich stärker einbinden, auch die unteren Landesverbände. Da wir im Augenblick ein bisschen Probleme in Bayern haben und wir ein Schlichtungsverfahren in einem anderen Fall haben, möchte ich darauf hinweisen, darum will ich gebeten, dass Astrid eine Kandidatur von mir als Kassenprüfer in Bayern nicht verhindert hat. Das soll ich bitte ausdrücken. Das möchte ich damit machen, damit die Region einfach befriedet wird. Danke. So, wir warten jetzt noch einen Moment auf die beiden anderen Kandidierenden, die noch Unterstützerunterschriften einreichen. So, hier wurden noch weitere Kandidaturen angekündigt. Könnten die sich bitte beeilen? Während wir hier rumsitzen und warten auf Kassenprüferkandidaturen, Ich hoffe, die Nächsten, die spontan überlegen, auf irgendetwas zu kandidieren, was wir noch wählen, bringen den notwendigen Papierkram ein wenig frühzeitiger in Ordnung. Würde uns alle sicherlich freuen. Die meisten haben das sehr schön geschafft bisher. So, das dauert noch etwas länger, deshalb fügen wir jetzt erst einen Redeslot ein. Ich bitte Pyth und alle Menschen, die er mitbringen wollte, jetzt auf die Bühne. Jetzt auf die Bühne und übergebe die Versammlungsleitung gleich. Pyth mit Menschen auf die Bühne bitte. Alle Menschen, die wissen, dass sie dazugehören, können auch ruhig schon mal hochkommen. Ja, genau. Komm. Möchtest du einfach anfangen oder wartet ihr noch, ja? Du kannst gerne von mir aus auch schon anfangen. Ja, bitteschön, das Buch. Hallo Parteitag. Ja, ich habe noch einen Kumpel mitgebracht, den Lukas Lammler. Wir beide sind im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Wir wollten euch einen kurzen Snapshot zu unserer Arbeit bieten. Wir haben, bevor wir zu diesem Parteitag gefahren sind, drei harte Plenartage hinter uns mit gefühlt 500 Anträgen. Und der Lukas wird euch jetzt zu dreien der Anträge, an denen wir beteiligt waren, was erzählen. Ja, hallo. Hallo Piraten. Wie gesagt, drei krasse Plenartage sind hinter uns. Das war auch relativ erfolgreich für uns, insbesondere was unsere Kernthemen angeht. Wir haben einen Antrag ins Plenum gebracht, dass NRW eine Bundesratsinitiative anstrengt, um sich den internationalen Open Government Partnership anzustrengen. Dieser Antrag, obwohl wir nur alleinige Antragsteller waren, wurde auch von SPD und Grünen mitgetragen und positiv abgestimmt und war wieder mal ein erfolgreicher Antrag von uns. Die zweite positive Nachricht war ein Antrag zum Thema Störerhaftung. Der Antrag hieß auch Störerhaftung abschaffen. Der Landtag NRW wird sich jetzt auch auf Bundesebene dafür einsetzen, die verdammte Störerhaftung endlich zu beerdigen. Und was mich besonders freut, nicht nur als Pirat, sondern als Freifunker, ist, dass wir es tatsächlich geschafft haben, auch dort wirklich in diesem Antrag den Unterschied herauszustellen, was sind eigentlich private Wähler und Anbieter und was sind Initiativen und die gibt es. Und das hoffe ich tatsächlich, dass es in den Verhandlungen, in den parlamentarischen Prozessen im Bundestag dann auch Einzug finden wird. Insofern muss ich da auch sagen, Piraten wirken und vertreten hier wirklich ein ganz wichtiges Thema. Ein nicht ganz so schönes Thema ist das Thema Vorratsdatenspeicherung. Einige von euch haben es vielleicht auch mitbekommen. Wir haben einen ähnlich lautenden Antrag, genau wie die Kollegen im Landtag von Schleswig-Holstein, ins Plenum gebracht mit dem Ziel, die Landesregierung aufzufordern, die Vorratsdatenspeicherung zu stoppen. Leider, leider, leider hat in NRW die SPD, die größte Fraktion, sich dagegen entschieden, hat gegen diesen Antrag gestimmt. Und was mich persönlich nicht nur überrascht, sondern auch enttäuscht hat, ist, dass die Fraktionen der Grünen NRW, die an der Landesregierung sind, ebenso gegen diesen Antrag gestimmt haben und somit für mich persönlich ihre Glaubwürdigkeit in diesem Thema für immer verspielt haben. Denn das wird man in jeder netzpolitischen Diskussion Ihnen aufs Butterbrot schmieren. Und wenn euch in Zukunft irgendjemand sagt, Piraten braucht man nicht, die anderen Parteien übernehmen unsere Themen und handeln unserem Sinne, nein, das ist absoluter Bullshit. Piraten werden gebraucht. Ich möchte dazu noch anführen, dass diese Abstimmung zur Vorratsdatenspeicherung namentlich und direkt war. Das heißt, die Entblößung der Grünen passierte namentlich und nicht nur als Fraktion. Darüber hinaus haben wir in der Aktuellen Stunde vorgestern die Militärforschung an deutschen Hochschulen und auch an drei NRW-Hochschulen thematisiert. Das wird im Zuge der Diskussion um das von den SPD und Grünen so blumig genannte Hochschul-Zukunftsgesetz auch noch Thema sein, Kontext Zivilklausel, Kontext Forschungsförderung, Kontext Drittmitteltransparenz. Auch da bleiben wir am Ball. Und das zeigt vielleicht der Partei auch, dass wir mit vielen verschiedenen Themen konfrontiert sind, die zunächst mal nicht unsere eigenen sind. Aber wir sind, glaube ich, in der Lage, aus der netzpolitischen Idee und aus unseren netzpolitischen und basisdemokratischen Ansätzen auch andere politische Themen zu kapern. Sonst laufen wir nämlich Gefahr, irgendwann von den anderen mit unserem Transparenzthema gekapert zu werden. Die versuchen das. Das sind in vielen Fällen Lippenkenntnisse, aber Bekenntnisse. Aber bei der Vorratsdatenspeicherung haben beispielsweise die FDP mit uns gestimmt. Und das hat auch unsere Anerkennung gefunden. Darüber hinaus, ich weiß nicht, wer von euch schon Gelegenheit hatte, in den Koalitionsvertrag auf Bundesebene zu gucken. Das ist eine Koalition der Scheriffs. Das ist klar, das wurde gerade schon angesprochen. Die Energiewende wird mit Unterstützung von Kohlekraft aus Nordrhein-Westfalen zur Energiebremse. Und europapolitisch enthält der Koalitionsvertrag keine konstruktiven Lösungsvorschläge für die Krisen im Euroraum. Das müssen wir thematisieren. Und ich bitte euch inständig, beschäftigt euch auch mit komplexen Fragen, wie beispielsweise Wirtschaftspolitik. Alles andere ist nach meinem Ausdruck etwas, was die Piratenpartei nicht verdient hat, nämlich Feigheit vor dem politischen Gegner. Das können wir uns nicht leisten. Und ich spreche dafür, dass wir das auch nicht leisten wollen. Wir beschäftigen uns in NRW jetzt auch mit dem, nicht ganz so neuen, aber immer brennender werdenden Thema, TTIP, TAFTA, Freihandelszone. Ich sage euch Leute, aus dem, was mir bislang zur Kenntnis gelangt wird, das wird Akta hoch drei. Und ich glaube, wir treffen uns auf der Straße wieder. Ja, da ist Widerstand angesagt. Innerparlamentarisch dort, wo wir es können und außerparlamentarisch. Ja, und jetzt möchte ich einfach schließen mit diesem Snapshot. Es wird sehr spannend in NRW, weil aufgrund der Koalitionsverhältnisse im Bund Rot-Grün sich in Nordrhein-Westfalen nicht mehr so lieb haben müssen. Da gibt es genügend Möglichkeiten für die Piraten, da richtig rein zu grätschen. Das haben wir mit der Vorratsdatenspeicherung schon gemacht. Und wir versprechen euch, wir machen das weiter. Jetzt möchte ich an Torge übergeben, aus Schleswig-Holstein. Vorher übergebe ich die Versammlungsleitung an Julia. Ja, danke schön. Ich bin Torge, ich bin der Fraktionsvorsitzende aus Kiel von den sechs Piraten. Wir sind, ich denke mal, eine recht kleine, aber dafür eine sehr feine Fraktion. Können natürlich nicht die Schlaghaft hinlegen wie eine Fraktion in NRW. Aber ich glaube, wir machen dennoch recht gute Arbeit in Schleswig-Holstein. Lukas hat das gerade angesprochen, den Antrag zur Vorratsdatenspeicherung. Wir haben einen ähnlichen gestellt in Schleswig-Holstein. Dieser sprach den Wortlaut des Koalitionsvertrages in Schleswig-Holstein, den wir damals mehr oder weniger als Forderung aufgestellt haben. Ich glaube, einige haben auch unseren Ministerpräsidenten deswegen zumindest sehr unter Druck gesetzt. Es war eine Forderung von uns, wenn wir ihn wählen wollten. Dieser Antrag wurde im Plenum gegen die Stimmen der CDU angenommen. Das bedeutet, Schleswig-Holstein als Bundesland hat sich klar gegen die Vorratsdatenspeicherung positioniert. Das klingt alles ganz schön. Ich muss jetzt einmal ein großes Aber setzen. Wir haben in Schleswig-Holstein einen Innenminister von der SPD, der sich leider gerade öffentlich auf Facebook, in Pressemitteilungen und sonst wie dafür ausspricht, die Vorratsdatenspeicherung möglichst schnell einzuführen. Der Ministerpräsident hält zwar dagegen, aber ich glaube, die SPD in Schleswig-Holstein wankelt. Wir haben das ganz große Problem, dass im Bund jetzt gerade CDU und SPD diskutieren über die Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube, die SPD wird wanken. Von daher müssen wir die SPD in Schleswig-Holstein jetzt bekräftigen, dass sie stark bleiben gegen die Vorratsdatenspeicherung. Wir werden das Thema noch einmal weiter thematisieren bei uns im Landtag. Wir möchten ein klares Nein zur Vorratsdatenspeicherung in Schleswig-Holstein haben. Ja, und wir behandeln natürlich noch weitere Themen in Schleswig-Holstein, auch wirklich klassische Piratenthemen, zum Beispiel die Nachnutzung von Werken. Da haben wir jetzt gerade zusammen mit der Regierungskoalition einen Antrag durchgebracht, der die Regierungen, die Ministerien auffordern sollen, ein Konzept zu erstellen, zu der kompletten Freistellung von Werken in Schleswig-Holstein unter freier Lizenz. Das ist der erste Schritt zu Umdater in Schleswig-Holstein. Wir kommen da wirklich weiter. Die Wikipedianer unter euch werden euch sich freuen. Ich glaube, das ist eine sehr super Sache. Wir sind gerade auch noch fleißig dabei, am Haushalt zu werken in Schleswig-Holstein. Ich glaube, wir müssen viel mehr darauf achten, auf unsere Finanzpolitik hier in der Piratenpartei. Wir vergessen dabei immer wieder, dass Finanzpolitik die Politik ist, die eigentlich all das ermöglicht, was wir eigentlich umsetzen wollen. Das bedeutet, wenn wir uns dort einfach nicht mit beschäftigen, haben wir Probleme, unsere Forderungen durchzusetzen. Von daher arbeiten wir gerade nicht nur einfach ein bisschen Zahlenschubsen im Landtag dran, sondern wir wollen versuchen, das, was wir in unseren Programmen haben, in Wahlprogrammen, auch einen wirklichen, einen aussagekräftigen Haushaltsantrag mit Zukunftsvision für Schleswig-Holstein zu gießen. Das ist jetzt das, woran wir gerade arbeiten. Das werden spannende Sachen. Da gehören solche Themen rein, wie digitales Schleswig-Holstein. Inklusion, nicht nur an Schulen, sondern im ganzen Land, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Thema darf nicht zu verkommen zu einem reinen Marketinginstrument von Regierungsparteien und Regierungen. Inklusion muss gelebt werden und es wird auch schmerzhaft werden. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Ding. Wir machen zwar auch gute Sachen, auch im Bereich Tierschutz zum Beispiel. Wir haben im letzten Monat hat Angelika Bär, unsere Abgeordnete, einen sogenannten Katzentammstammtisch gemacht im Landtag, wo sie die ganzen Tierschutzverbände, Jäger und so weiter, an einen Tisch geholt hat und gemeinsam erarbeitet hat, wie wir zum Beispiel das Problem einer Katzenplage in Schleswig-Holstein behandeln. Klingt alles sehr lustig, klingt alles so banal, ist aber ein wichtiges Thema. Und auch wirklich viele Leute hat dieses Thema bewirkt, quer durch die Bank. Wir haben Zusprüche aus der CDU bekommen von Mitgliedern, von der FDP, von allen Parteien. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Und das ist eigentlich nur im Prinzip das, was wir jetzt die letzten zwei Monate machen. Wir machen noch viel, viel, viel mehr und ich glaube, ich könnte hier noch stundenlang weiterreden. Ich möchte allerdings noch einen weiteren Appell machen. Wir haben in Schleswig-Holstein die Chance, wirklich gute Ideen umzusetzen im Parlament. Wir brauchen allerdings auch eure Mithilfe. Wenn ihr Ideen habt, Instrumente, uns helfen wollt, die uns in Schleswig-Holstein voranbringen, schickt uns das über einen Antrag, schickt uns das per Mail irgendwie in die Fraktion. Aber denkt dran, nicht nur einfach, ich möchte gerne das und das. Macht doch eine Ausgangslage. Wie sieht das aus, was möchte ich ändern, wo wollen wir hin? Dass wir auch wirklich das verstehen und nicht irgendwie tausend Nachfragen haben. Wir brauchen eure Hilfe, wir sind basisdemokratisch und wir können halt einfach auch nur gemeinsam stark werden. Ja, und ich soll euch noch... Ich soll euch noch aus dem Saarland ausrichten. Soll ich... Hille muss leider schon los, aber ich soll euch ausrichten. Das Saarland ist auch noch toll. Steht noch auf meinem Sprechzettel. Ich danke euch. Ahoi, ich bin der Alexander Spieß, Sozialpirat, seit Frühjahr Fraktionsvorsitzender, gemeinsam mit Olli Häufchenhoff, der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus. Am 18. September 2011 ist die gesamte Berliner Landesliste, also 15 Abgeordnete, ins Abgeordnetenhaus von Berlin eingezogen. Ich habe damals gesagt, das sind fünf Jahre ohne Bewährung. Zwei haben wir jetzt rum, aber drei liegen noch vor uns. Wir haben damals mit dem Hype und den weiteren Piratenfraktionen in den drei anderen Landtagen eine ganze Menge erreicht. Wir haben mehr erreicht, als wir uns 2009 überhaupt vorgestellt haben, erreichen zu können in dieser kurzen Zeit. Wir haben ACTA verhindert, wir haben Netzsperren verhindert und wir haben bislang auch die Vorratsdatenspeicherung verhindert. Wir sind das einzige Mitgliedsland der EU, was noch keine Vorratsdatenspeicherung hat. Aber die Zukunft sieht nicht so gut aus. Es gibt leider keine Piratenfraktion im Bundestag, obwohl sie nötiger wäre denn je. Denn was wir gesehen haben, alle Schrecklichkeiten der Überwachung und Vorratsdatenspeicherung kommen jetzt in geballter Macht auf uns zu. Aber unsere Themen sind eben auf Bundesebene, aber vor allem auch auf Europaebene. Insofern sollten wir uns in den nächsten sechs Monaten vor allem darauf konzentrieren, den Europawahlkampf zu rocken, um Piraten im Europäischen Parlament zu haben, um dort etwas gegen diese ganzen Überwachungs- und anderen Schrecklichkeiten tun zu können. Aber mit dem Einzug in die Landesparlamente begann natürlich auch ein anderes Kapitel für uns. Ich nenne das mal die Mühsal der Ebene. Wir müssen hier auch lernen, Landes- und Kommunalpolitik zu machen. Wir müssen dort unsere Themen einbringen und das sind natürlich vor allem Bürgerbeteiligung und Transparenz. Berlin war das erste Bundesland, das ein Informationsfreiheitsgesetz hatte. Aber es brauchte die Piraten im Abgeordnetenhaus, um zu erreichen, dass in allen Regierungsverwaltungen, den Senatsverwaltungen auch Aktenpläne angelegt wurden oder zur Verfügung gestellt wurden. Das war für uns völlig unglaublich, dass es über Jahrzehnte dort nicht dazu gekommen ist, diese wesentlichen Bedingungen des Informationsfreiheitsgesetzes zu erfüllen. Dazu braucht es erst Piraten. Und wir haben auch damit gearbeitet, also vor allem in dem Bereich der Jobcenter mehr Transparenz zu bringen. Das kann man ganz einfach sehen, wenn man im Berliner Parlamentsdokumentationssystem mal das Stichwort Jobcenter eingibt. Dann sieht man eben, welche Fragen wir dort gestellt haben. Wir haben über das Informationsfreiheitsgesetz die internen Dienstanweisungen der Jobcenter nach und nach bekommen. Wir sind da noch dabei zu klagen und dabei eben auch erstmals öffentlich belegen können, dass es einen Zusammenhang zwischen den Prämienzahlungen an die Geschäftsführer der Jobcenter und die Zahl der verhängten Sanktionen gegen die Leistungsbezieherinnen und Bezieher gibt. Die sind spitze in Berlin. In diesen Fragen und den anderen Fragen werden wir noch viel zu tun haben in der nächsten Zeit. Und wir können als Mitglieder des Parlaments eben mitgestalten, wir können Missstände offenlegen, wir können eben auch Transparenz herstellen und dadurch eben erreichen, dass sich einiges verbessert. Aber natürlich, was uns schwerfällt und vor allem in Berlin, wo wir ja schon die große Koalition haben, also in anderer Reihenfolge, das ist natürlich unsere Politik eins zu eins umzusetzen. Das ist eben in diesem parlamentarischen Regierungssystem für die Oppositionsparteien so nicht möglich. Aber wir haben ja auch, als wir ins Abgeordnetenhaus eingezogen sind, eine Verfassungsklage eingereicht. Wir klagen für die Rechte der Einzelabgeordneten und auch das wird in Berlin positiv aufgenommen. Gut, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir die nächsten Jahre noch viel gemeinsam erreichen können. Wir haben ein Wahlergebnis, dafür gebe ich an die Wahlleitung. So, Wahlergebnis der Wahl zum Bundesschiedsgericht. Abgegeben wurden 648 Stimmen, 642 davon waren gültig. Gewählt wurden eigentlich alle. Aber nachdem nur sechs Ämter zu vergeben sind, bitte ich jetzt Florian Zumquäller-Quast, Georg von Borovicini, Claudia Schmidt, Daniela Berger, Markus Gerstl und Benjamin Sigl auf die Bühne. Auch an euch drei die Frage, nehmt ihr die Wahl an? Ja, alle nicken. Claudia, nimmst du die Wahl an? Du nickst auch. Alle nicken. Protokoll, bitte aufschreiben, dass alle genickt haben. Georg nickt auch. Mir wird gerade mitgeteilt, dass Florian zum Keller-Quast im Keller ist und uns nicht hört. Der wird die Wahl sicherlich nachher noch annehmen. Ich werde es persönlich erledigen. Damit können wir jetzt weitermachen. So, als nächstes haben wir einen Redebeitrag von Norbert Hense, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Jungen Piraten. Bitteschön. So, ich hoffe, ich habe mehr als 30 Sekunden, wie hier auf dem Zettel steht. Ja, hallo, mein Name ist Norbert, ich bin stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Piraten. Das ist eure großartige Jugendorganisation und darf im Namen dieser ein paar Worte an euch richten. Und bevor ich hier ein paar Forderungen aus Sicht der Juppies formuliere, möchten wir Juppies erstmal bei euch bedanken. Wenn wir zurückblicken auf eine Zeit, wo wir uns genötigt sahen, wo wir uns gezwungen sahen, unseren offenen Brief zu schreiben damals, können wir, wenn wir die Partei von damals und heute vergleichen, eine starke Entwicklung feststellen, was die Awareness gegen Diskriminierung angeht. Dennoch, es gibt immer noch einige Baustellen. Für einen guten innerparteilichen Umgang und für eine starke politische Haltung ist es jedoch unabdingbar, dass wir diesen Weg konsequent weitergehen und uns klar als antirassistische und antisexistische Partei positionieren und auch innerhalb der Partei dagegen ankämpfen. Zurückblicken müssen wir aber dennoch, und zwar auf den Bundestagswahlkampf. Hier hatten wir uns zu sehr auf die klassischen Kernthemen versteift, wir haben uns thematisch verengt. In Pressemitteilungen und Plakaten las und sah man hauptsächlich Dinge zu Internet und Überwachung, Netzpolitik. Das Klischee von, die können nur ein bisschen was mit dem Internet, wurde zu oft bestätigt. Dabei haben wir ja mehr zu bieten. Ich weiß, dass viele von euch die Angst haben, dass wir unsere Gründungsthemen verleugnen, aber ich glaube, dass diese Angst unbegründet ist. Vor allem, wenn man Kernthemen als Demokratie, Teilhabe und starker gesellschaftlicher Zusammenhalt formuliert und definiert. Wir müssen uns bewusst werden, dass die Netzpolitik nur eine Form ist, wie sich diese Kernthemen bemerkbar machen. Wir müssen uns trauen, auch all die anderen Positionen, die wir haben, genauso stark und selbstbewusst nach außen zu kommunizieren, wie unsere Meinung zu den NSA-Enthüllungen von Edward Snowden. Und die Themen sind ja da. Wir sind die einzige Partei, die für eine deutliche Stärkung der Sozialsysteme eintritt und sich traut, das BGE überhaupt als ernsthafte Option in Erwägung zu ziehen, während Union und SPD, wie im Koalitionsvertrag nachzulesen ist, die Entsolidarisierung der Gesellschaft weiter vorantreiben wollen. Wir sind die einzige Partei, die sich traut, Asylpolitik offensiv nach außen zu vertreten, während die CSU die Mauern um Deutschland und Europa nicht hoch genug bauen kann und mit ihrer Forderung nach der PKW-Maut für Ausländer noch den Stammtisch bedient. Wir sind die einzige Partei, für die es völlig klar ist, dass Asyl nichts ist, worauf man sich bewerben muss, sondern ein Menschenrecht ist, auf das man Anspruch hat. Gerade im Hinblick auf den Europawahlkampf müssen wir klar machen, dass wir durchaus Kritikpunkte an den europäischen Institutionen haben. Aber als Lösungsvorschlag für uns ist ganz klar mehr Europa und nicht weniger. Wir wollen einen Stopp dieser Austeritätspolitik und ein Europa der Solidarität. Außerdem ein Wandel in der Flüchtlingspolitik, die Menschen hilft und nicht tötet. Das und noch viele weitere Themen werden wir in den kommenden Monaten gemeinsam offensiv vertreten müssen. Und dann klappt das auch mit der Europawahl, wenn wir dazu noch die zugehörigen Superkandidaten wählen. Aber ich glaube, dafür sind wir in der Lage. Ich wurde noch gebeten, euch darauf aufmerksam zu machen, dass wir Juppies auch immer ein bisschen auf Geld angewiesen sind. Wir tun damit ganz tolle Dinge, zum Beispiel Antifakons und Sommercamps zu organisieren. Hin und wieder werden wir auch von kleinen Splitterparteien aus dem rechten Spektrum verklagt. Das kann uns auch passieren. Und das kostet alles etwas Geld. Und dafür würden wir uns freuen, wenn der eine oder andere sich bereit erklären würde, uns etwas zu überweisen. Oder hier an der Seite gibt es die Möglichkeit, einen entsprechenden Lastschriftauftrag auszufüllen. Wichtig bei einer Überweisung bitte, macht nicht irgendwas mit Verwendungszweck, wo wir am Ende Summen haben, die wir nicht mehr ausgeben können. Und wir geben das Geld schon richtig aus und sinnvoll. Keine Angst. Würde mich freuen. Ansonsten sprecht mich an. Dann gibt es bei mir Formulare. Bei mir könnte Geld loswerden. Dankeschön. Vielen Dank. Bevor wir jetzt fortfahren. Bevor wir jetzt fortfahren mit der Wahl der Kassenprüfer, eine wichtige Ansage an alle Orga-Menschen. Um 16 Uhr müssen eure Reisekostenformulare bei der Schatzmeisterei abgegeben werden. Das heißt hier rechts von der Bühne bei der Akkreditierung. Das ist in 20 Minuten. Also sputet euch damit bitte. Ich übergebe jetzt wieder an die Wahlleitung für die Fortführung der Kassenprüferwahl. Gut. Ich habe dummerweise vorhin vergessen zu fragen, ob ihr Fragen an die Kandidierenden habt. Also auch die Kandidierenden, die sich schon vorgestellt haben vorhin. Thomas Gaul, Christoph Löhr, Matthias Zehe kommt ja noch mal nach vorn. Solange die unterwegs sind, könnte sich Ulrike als nächste Kandidatin vorstellen. Und solange Ulrike unterwegs ist, schließe ich die Liste. Ich habe jetzt lang genug gewartet. Mein Name ist Vika. Die Beleniner sagen eigentlich Ulrike. Man kann auch Ulrike sagen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Ich bin während der Krise fertig geworden. Ich habe noch Zusatzqualifikationen gemacht, weil ich im Bereich Rechnungswesen eingesetzt werden wollte. Aber mittlerweile im sozialen Bereich. Die Krise hat das Ganze verhindert. Aber ich weiß, wie wichtig Finanzen sind. Finanzen halten einem einfach den Rücken frei, wenn die solide gewirtschaftet werden. Kassenprüfer ist etwas, was ich zeitig sehr gut schaffen kann. Ich habe die Rechnungsprüfer gestern Morgen schon gemacht. Ich habe einen Einblick bekommen. Ich habe mich vorher schon mal mit Sage beschäftigt. Ich habe mir alles schon mal ein bisschen bereitgelegt, was ich mir alles anschauen möchte. Ich habe beim Kompass, beim Verein Denk selbst, Kassenprüfungen für letztes Jahr gemacht. Und mache das auch jetzt für dieses Jahr wieder im Januar. Und würde das Amt halt gerne mit den anderen Kassenprüfern zusammen ausüben. Dankeschön. Wir machen das jetzt so, dass sich vier der sechs Kandidatinnen schon vorgestellt haben, dass sich die anderen beiden auch noch kurz vorstellen. Und dann frage ich nach Fragen, wenn das für die Versammlung so in Ordnung ist. Dann wäre der nächste Kandidat, der sich vorstellt, Robert Geislinger. Ja, hallo. Ich bin Robert Geislinger, 24 Jahre, komme aus Winsen, kandidiere als Kassenprüfer im Bund, war vorher zwei Jahre lang im KV-Kassenprüfer und habe eine kaufmännische Ausbildung und habe Lust zu helfen bei den Kassenprüfern. Und die letzte Kandidatin, die sich vorstellt, ist Christina Mäthke. Bitteschön. Ja, hallo liebe Versammlung, mein Name ist Christina, vielen wahrscheinlich auch besser bekannt unter meinem Nickname Solzken. Ich bin seit gestern Finanzratsvertreterin AD, der wurde ja gestern abgeschafft. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert mit Schwerpunkt quantitativen Methoden, studiere derzeit Statistik, kann also ein bisschen was mit Zahlen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, ich möchte genau wie mein Vorredner gerne da auch ein wenig unterstützend helfen. Ich habe mich in der Vergangenheit oder in den vergangenen Wochen sehr viel mit der Finanzlage in NRW befasst. Also ich bin in den Themen, wie was Parteienfinanzierung angeht und dergleichen mehr, glaube ich, ganz gut in der Sache drin. Und ja, hoffe, dass ihr mir eure Unterstützung gebt. Danke. So, das waren die sechs Kandidaten. Dann bitte, es gibt gerade noch Uneinigkeit, wir unterbrechen für zwei Minuten. Ich eröffne die Sitzung wieder und übergebe an die Wahlleitung. Gut, eine Kandidatur ist rechtzeitig hier eingegangen, aber auf der Bühne in der Bürokratie verloren gegangen. Das ist die Sabine Augustin. Die ist anscheinend persönlich nicht da, deshalb wird Christopher sie vorstellen. Genau, ich habe das Vergnügen, meine langjährige Kollegin Sabine Augustin vorzustellen, die es jetzt auch seit 2011 Kassenprüfung macht und auch gerne weitermachen würdet, wenn ihr das Strauen aussprecht, obwohl sie in Abwesenheit kandidiert. Das war's schon. Gut, vielen Dank. Wir haben jetzt also diese sieben Kandidatinnen, die inzwischen auch auf dem BIMA so angezeigt werden. Bitte stellt euch auch in der Reihenfolge auf. Ich erkläre jetzt noch mal kurz, laut Satzung müssen wir mindestens zwei KassenprüferInnen wählen. Wir können auch mehr als zwei wählen. Für die Befragung würde ich jetzt von der Versammlungsleitung vorschlagen, dass ich euch einmal frage, ob überhaupt befragt werden soll und wenn ja, stimmen wir das für die Einzelnen ab. Dann würde ich einmal um das Kartenzeichen bitten, sollen die Kandidatinnen befragt werden. Das ist mehrheitlich negativ. Die Kandidatinnen werden nicht befragt. Das ist ein Amt. Wir haben eine Frage zum Prozedere. Bitte schön. Ich möchte nur kurz wissen, wie viele werden gewählt? Werden alle gewählt, die über 50 Prozent kommen oder bestimmen wir das vorher? Also, wenn sich kein Widerspruch dagegen findet, dann wählen wir dieses Amt offen nach dem Approval-Verfahren. Das heißt, alle Kandidierenden... Gut, also ich gebe gerade mal an die Wahlleitung am Pult. Also, zur Not stelle ich diesen Antrag. Also, wenn wir jetzt für so viele Kandidaten Approval, offen abstimmen und auszählen müssen, brauchen wir länger, als wenn wir es geheim machen. Wir stimmen jetzt geheim ab. Punkt. Gut, wir haben einen Antrag auf geheime Abstimmung. Der bedarf keiner Bestätigung. Bestätigung. Gibt es jetzt noch weitere Verständnisfragen? Laut Geschäftsordnung bedarf eine geheime Abstimmung. Quatsch, es ist eine geheime Wahl. Der Geschäftsordnungsantrag ist automatisch angenommen. Gut, ich sehe noch eine weitere Frage. Bitte bleibt noch eine Sekunde ruhig. Gut, die nächste Frage, bitte. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Kassenprüferinnen nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Partei stehen dürfen, noch sonst kein Parteiamt ausüben dürfen? Ist das bei allen Kandidatinnen der Fall? Soweit ich das sehe, darf natürlich zwischen dem Kassenprüfungsamt und der sonstigen Tätigkeit innerhalb der Partei kein Konflikt bestehen. Soweit ich das sehe, haben wir hier einen Kandidaten, der 1V in einem Kreisverband ist. Das ist der Robert Geislinger. Nächste Frage, bitte. Ist das jetzt geklärt worden? Würde er dann das Amt niederlegen? Ich habe das nämlich gerade akustisch nicht verstehen können, was dann passiert, wenn er gewählt wird. Also ich persönlich sehe dort keinen Interessenkonflikt zwischen Kreis und Bund. Da sind ein paar Ebenen dazwischen. Genau genommen ist es so, dass der Rechenschaftsbericht oder die Bilanzen des Bundes, da werden ja auch alle Gliederungen drunter konsolidiert. Das ist zwar eine theoretische Geschichte, aber von daher würde er dann mit seine eigenen Zahlen aus dem Kreisverband mit kontrollieren. Das ist zwar eine Formalie, aber ich weise auf diesen Faktor mal hin, weil das gab es auf Landesebene auch schon dieses Thema. Habe ich selber schon mal erlebt. Ja, besitzen alle Kandidaten die Fähigkeit, ein Parteiamt zu begleiten? Es ist im Augenblick eine Ordnungsmaßnahme im Laufen, die wir hier versucht haben, auch auf diesem Parteitag zu klären. Der Landesverband Bayern habe ich dort die Schlichtung beantragt und man hat auch mir hier signalisiert auf dem Parteitag, dass so eine Schlichtung gewünscht ist. Und wir möchten gerne die Probleme, die uns der alte Vorstand bereitet hat, friedlich und vernünftig lösen. Und deswegen wäre es konstruktiv, wenn dieser Punkt jetzt nicht so weit erörtert wird, damit man ein Verfahren einleiten kann, zu dem es noch kein abschließendes Ergebnis gibt, weil weder das Schiedsgericht sich mit diesem Thema endgültig befasst hat, noch ich persönlich diese Ordnungsmaßnahme zugestimmt hat und wir befinden uns in der Schlichtung. Und es ist einfach sinnvoll, dass Kassenprüfer nicht davon abhängig sind, dass eventuell Personen oder Vorstände Ordnungsmaßnahmen gegen Personen verhängen und die dann nicht mehr kandidieren können. Also es wurde auch vorher mit dem Schiedsgericht vom Bund abgestimmt, von Markus Gerstl, dass ich hier kandidieren kann heute. Und danke. Okay, Markus Gerstl weiß von nichts. Ich war bis gerade eben auch Bundesschiedsrichter, ich weiß auch von nichts. Mit uns wurde nichts zu dieser Kandidatur abgestimmt. Ich frage dich jetzt ganz konkret, besteht eine Ordnungsmaßnahme gegen dich, ja oder nein? Es besteht eine Ordnungsmaßnahme gegen mich, ja, aber wir sind in Schlichtung. Wir haben Schlichtungsversuch angefangen. Und noch einmal zur Konkretisierung, es gab ein Schreiben von, weil wir schon eine Kassenprüfung durchgeführt haben. Danke, danke. Es besteht eine Ordnungsmaßnahme. Das heißt, im Zweifelsfall wird der Bundesschiedsgericht, falls er gewählt wird, wieder rausgenockt aus dem Amt. Die nächste Frage, bitte. Hat sich jemand aus dem betreffenden Landesvorstand an die Versammlungs- oder Wahlleitung gemeldet zu dem Thema und irgendetwas vorgebracht, so transparenzmäßig? Das war sehr schwer zu verstehen, aber die Frage war, soweit ich sie verstanden habe, ob uns der Landesvorstand informiert hat. Ja, und ob er auch irgendwas dazu gesagt hat, wie er die Sache sieht. Nein, der Landesvorstand ist nicht auf uns zugekommen, aber wir kommen jetzt auf den Landesvorstand zu, in Form des Versammlungsleiters. Gut, bis wir das geklärt haben, unterbrechen wir jetzt die Versammlung für fünf Minuten. Kann der Matthias Zehe mal hierher zur Bühne kommen, hier an die Ecke? Matthias Zehe, bitte hier an die Ecke. Danke. So, ich eröffne die Sitzung jetzt wieder. Bevor wir zu dem geheimen Wahlgang schreiten, nochmal die Information für alle, bitte hört gut zu. Derzeit ist eine Ordnungsmaßnahme gegen den Kandidat Matthias Zehe offen, allerdings noch nicht rechtskräftig. Das heißt, er kann kandidieren, sollte diese Ordnungsmaßnahme rechtskräftig werden und er ist gewählt, dann würde er dieses Amt wieder verlieren. Gut, als erstes noch den letzten Schritt zur Schiedsgerichtswahl abschließen. Ich habe eine schriftliche Annahmeerklärung von Florian zum Kellerquast vorliegen. Liebe Wahlhelfer, bitte rennt Richtung Urnen, es kann jetzt gleich zu einer Wahl kommen. Liebe Wahlhelfer, bitte bemannt eure Position. Und ja, ich sehe den Matthias Schrade schon und bitte. Die Frage von vorhin ist immer noch offen. Werden alle, die über 50 Prozent kommen, gewählt oder legen wir vorher fest, wie viele Kassenprüfe wir haben? In der Satzung steht, es müssen mindestens zwei gewählt werden. Es gibt keine Obergrenze. Du kannst jetzt natürlich in Form eines sonstigen Beschlusses diesen Parteitag beschränken, wie viele Kassenprüfer erwählt. Andernfalls würde ich es so auslegen, dass alle gewählt sind, die mehr als die Hälfte der Stimmen erreichen. Haben wir weitere Fragen? Wo sind denn meine ganzen Wahlhelfer? Ich sehe hier viel zu wenig Wahlhelfer. Solange ich hoffe, dass noch mehr Wahlhelfer kommen und und bespielen können, weise ich euch darauf hin, dass wir den Stimmzettel Nummer 11 benutzen auf dem Stimmblock Zustimmungswahlen. Er ist weiß, Nummer 11 in weiß. So, Wahlhelfer steht mal auf. Nehmt eure Urnen in die Hand. Hebt diese hoch. Zeigt, dass sie leer sind. Hallo, Wahlhelfer, ich rede mit euch. Urnen hoch. Vielen Dank. Jede Urne, die mehr da ist, ist wertvoll. Liebe restliche Versammlung, falls ihr mich noch unterstützen wollt, wäre das super toll, denn meine Personaldecke wird echt dünn. Wahlhelfer, ihr könnt jetzt die Böden in die Urnen reinlegen, wieder die Urnen hinstellen und verschließen. Gut. Damit eröffne ich diesen Wahlgang. Ihr dürft Stimmen abgeben. Schon mal zur Information für euch. Während der Auszählpause der Ersatzrichter und Ersatzrichterinnen, die jetzt im Anschluss gewählt werden, während der Auszählpause bekommt der neue Vorstand kurz das Wort. So, das Warten auf die Wanderurnen beginnt. Diese Zeit könnt ihr noch nutzen. Gelangweilte Wahlhelfer durch die Abgabe von Stimmen zu unterhalten. Tut das bitte. Sobald die Wanderurnen wieder in ihren Plätzen sind, ist Schluss mit diesem Wahlgang. Torsten Wirth, bitte mal zum Front Office. Torsten Wirth, bitte. Eine organisatorische Durchsage. Wer noch Sachen in der Schlafhalle hat, der muss die jetzt abholen, weil es später nicht mehr möglich ist. Den Schlüssel für die Halle könnt ihr euch aus meiner Sicht links vom Streaming bei der My Little Pony Flagge abholen. Okay, eine Wanderurne ist wieder da. Zweite Wanderurne ist wieder da. Ist die Presseurne wieder da? Presseurne. Könnt ihr winken, falls ihr mich hört. Ja, ist auch wieder da. Alle Urnen da. Hoffentlich sind alle Wahlhandlungen abgeschlossen. Bitte, wenn ihr noch wählen wollt, jetzt winken. Da wird noch gewunken. Kommt zum Schluss. So, da ist jetzt ein Stimmzettel abgegeben worden. Winkt sonst noch jemand? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich meine Wahlhelfer. Nein, dann schließe ich den Wahlgang zuerst natürlich und bitte jetzt meine Wahlhelfer auszuzählen. Vielen Dank. So, wir fahren jetzt gleich fort. Bitte kommt wieder zur Ruhe. Wir machen jetzt weiter mit der Wahl der Ersatzrichter und ich übergebe für die Eröffnung der Kandidierendenliste an die Wahlleitung. Ein paar Kandidaturen liegen mir schon vor. Wir müssen zwei Ersatzrichter wählen und ich werde jetzt ein Vorstellungslose basteln. So lange habt ihr noch Zeit, hier Kandidaturen einzureichen. Ich habe jetzt Lose gemacht. Wenn kein Widerstand laut wird, dann schließe ich hier mit die Liste. Gut, die Liste ist geschlossen. So, wir kommen jetzt zur Feststellung der Reihenfolge der Kandidaturen. Die erste ist Lara Lembke. Harald Kibbert. Und Ruben Bridgewater. Das waren alle Kandidaturen. Ich bitte die drei schon mal nach vorne zu kommen. Wir kommen jetzt zur Vorstellung der Kandidierenden. Die erste ist Lara Lembke. Lara hat noch auf keinem Amt kandidiert und hat damit eine Vorstellungszeit von drei Minuten. Ich bitte euch jetzt zur Ruhe zu kommen, damit wir anfangen können. Lara, du hast das Wort. Dankeschön. Ja, ich bin Lara Lembke. Ihr kennt mich von diesem Parteitag eher von da drüben. Ich hoffe, dass ihr das gerade irgendwie trennen könnt, dass ich gerade keine Versammlungsleitung bin. Ich kandidiere zur Ersatzrichterin. Und ja, ich würde das einfach gerne machen. Ich glaube, dass ich das kann. Ich kann stringente Texte verfassen und verschwurbelte Texte lesen und verstehen. Ich weiß, wie ein Urteil aufgebaut zu sein hat. Ja, befragt mich, wenn ihr das wollt. Das war es auch schon. Danke. Gibt es Fragen an die Kandidatin? Also, möchtet ihr die Kandidatin befragen? Ich bitte um die Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Die Kandidatin wird nicht befragt. Der zweite Kandidat ist Harald Kibbert. Harald hat bereits für ein Amt kandidiert, also kann sein Proxy ihn jetzt noch mal eine Minute lang vorstellen. Dafür hat Matthias jetzt das Wort. Ja, wir beide sind immer noch nicht Harald. Ihr habt vorhin im Harald bereits über 60 Prozent Zustimmung gegeben. Ich würde euch bitten, dass er das jetzt für das Amt als Ersatzrichter dann zumindest tut. Bitte bestraft nicht ihn dafür, dass er nicht anwesend sein kann wegen Krankheit oder weil er durch mich vertreten wird und ihr mich aus irgendeinem Grund nicht so gut findet. Dankeschön. Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Der Kandidat wird nicht befragt. Dann kommen wir zur Vorstellung des letzten Kandidaten. Das ist Ruben Bridgewater, der ebenfalls noch nicht kandidiert hat und deshalb eine Vorstellungszeit von drei Minuten hat. Und die beginnt jetzt. Ja, hallo. Wie eben gerade gesagt, ich bin Ruben Bridgewater. Ich bin 25 Jahre alt. Das ist jetzt eine Spontankandidatur. Das hat damit zu tun, dass Michael Ebner entgegen meiner Annahme nicht kandidiert hatte. Und dann habe ich mich jetzt doch entschieden zu kandidieren, wenigstens als Ersatzrichter. Ich bin drei Jahre lang im Landesschiedsgericht gewesen. Ich habe in Hessen zuletzt den Vorsitz innegehabt. Wir haben dort eine ganze Reihe an komplexen Verfahren gehabt, die, würde ich jetzt mal behaupten, wir haben uns keinen großen Fails diesbezüglich geleistet. Es ist natürlich immer irgendwie ein Verbesserungsspielraum nach oben möglich. Ich bin juristischer Laie. Allerdings glaube ich auch, gerade durch mein Mathe-Studium, ein gutes analytisches Verständnis zu haben, welches ich als Richter anwenden kann. Man würde mich innerhalb der Partei durchaus als Satzungsnerd bezeichnen. Ich bin unter anderem Mitantragsteller der aktuellen SGO mit dem Satzungsänderungsantrag 002 und habe auch bereits mehrere Satzungen geschrieben. Und ja, ich würde sagen, das ist erst mal soweit zu mir. Und ich freue mich auf Fragen. Dankeschön. Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Der Kandidat wird nicht befragt. Dann schreiten wir jetzt zur Abstimmung. Ich warte noch darauf, dass die Wahlleitung wieder auf der Bühne ist und dann übergebe ich das Wort an die Wahlleitung. So, damit diese Wahl noch einen Schritt schneller geht als die letzte Wahl, die auch hervorragend geklappt hat, wäre es super toll, wenn ich noch Freiwillige hätte. Wir können spontan circa acht bis zwölf Leute in der Halle verteilen, ohne dass wir irgendetwas systematisch ändern müssen. Bitte kommt jetzt zu Daniela, die euch verteilen wird. Hier vorne an die Bühne. Entschuldigen Sie die Verzögerung im Betriebsablauf. Martin Hase zur Bühne, bitte Martin Hase. Wir können jetzt nicht zur Wahl der Ersatzrichter schreiten, weil wir noch kein Ergebnis der Kassenprüfer haben. Da hatte ich echt einen Knoten in meinem Kopf. Bitte entschuldigt das. Die Versammlungsleitung hat aber noch andere Sachen für euch. So, da wir jetzt noch nicht die nächste geheime Wahl starten können, machen wir erstmal die Formalia, die noch notwendig sind. Wir haben noch drei optionale Vorstandsämter, bei denen wir darüber abstimmen müssen, ob wir diese Vorstandsämter wählen wollen. Das betrifft einmal das Amt der stellvertretenden politischen Geschäftsführung, der stellvertretenden SchatzmeisterInnen oder einer zweiten stellvertretenden GeneralsekretärInnen. Ich würde vorschlagen, dass wir der Reihe nach abstimmen und zwar beginnen mit dem Amt des stellvertretenden politischen Geschäftsführers oder Geschäftsführerin und zu dieser Abstimmung sind Redebeiträge zugelassen. Da steht auch erstmal jemand am Mikro für eine Frage. Bitte schön. Ja, ich möchte mich dafür aussprechen, dass wir ausschließlich noch einen zweiten stellvertretenden Genseck wählen und zwar, weil in der Außenwirkung ein stellvertretender Polgf bringt nicht wirklich was. Das ist medial uninteressant. Einen stellvertretenden Schatzmeister hatten wir zwei Kandidaten, die weit unter der 50-Prozent-Marke geblieben sind. Beim stellvertretenden Genseck, das sind Orgasachen. Wir haben auch gesehen vom Wahlergebnis her, dass im Prinzip zwei Kandidaten sehr, sehr hohe Zustimmungswerte hatten, aber halt nur einer verfügbar war für den zweiten Stellvertreter. Deshalb meine Bitte, wählt nur ein weiteres Amt. Dann haben wir insgesamt sieben. Das ist auch eine gute Größe und zwar den zweiten stellvertretenden Genseck. Danke. Das war keine Verständnisfrage. Wenn ihr Redebeiträge zu der Frage, ob wir einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer stellen wollt, begebt euch bitte schon mal an die Pro- und Kontra-Mikros. Wir haben aber noch weitere Verständnisfragen. Wir haben keine weiteren Verständnisfragen. Dann kommen wir zum ersten Pro-Beitrag. Bitte schön. Ich weiß, dass einige sich vorbereitet hatten für einen Beisitzer. Die waren dann zum Teil gestern ein wenig überrascht oder zumindest hatten sie nicht damit gerechnet und haben jetzt sich überlegt, wie sie sich anders sinnvoll einbringen können. Wir sollten darum die Wahlen schon zulassen, insbesondere zum stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Da ist es tatsächlich so, dass wir mit Sicherheit bei den kommenden Aufgaben noch weitere Unterstützung gebrauchen können. Es wäre schön, wenn der jetzt gewählte politische Geschäftsführer dazu was sagt, ob er sich da vielleicht auch noch Stellvertretung wünscht. Ich vermute das mal stark. Falls der Björn irgendwo hier ist, wäre es schön, wenn er noch was sagen könnte dazu. Eine organisatorische Durchsage. Philipp Schnakel, bitte zur Bühne. Philipp Schnakel, bitte. Wir haben einen GO-Antrag. Komm am besten hier vorne an das Mikro und formuliere deinen GO-Antrag. Bevor wir die Debatte fortführen, hätte ich gerne ein Meinungsbild. Das ist jeweils zu den drei Ämtern, wer das gerne wählen würde, damit wir schon mal ein Stimmungsbild haben. Ich interpretiere das mal als drei Meinungsbilder. Bitte schreibt die auch noch mal auf und gib sie beim Front Office ab. Wir gehen die jetzt der Reihe nach durch. Das erste Meinungsbild ist, wer würde einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer wählen wollen. Bitte das Handzeichen. Das ist gemischt, aber leicht positiv. Das zweite Meinungsbild, wer würde einen stellvertretenden Schatzmeister oder Schatzmeisterin wählen. Bitte das Handzeichen. Das ist sehr gemischt, da kann ich keine Tendenz erkennen. Und die dritte Frage, das dritte Meinungsbild, wer würde einen zweiten stellvertretenden Generalsekretär oder Generalsekretärin wählen. Das geht überwiegend positiv aus. Dankeschön. Wir fahren dann in der Diskussion über den Antrag fort, eine stellvertretende politische Geschäftsführung zu wählen und haben dazu den nächsten Beitrag an der Kontraschlange. Steht dort jemand? Da ist jetzt eine Menschentraube. Steht jemand an dem Kontramikrofon? Augenscheinlich nicht. Dann machen wir weiter mit Pro-Beiträgen. Bitteschön. Wir haben einen GO-Antrag. GO-Antrag auf sofortige Abstimmung. Das ist kein GO-Antrag im Sinne der Geschäftsordnung. Wir fahren also fort, solange bis entweder keine Redebeiträge mehr da sind oder fünf der jeweiligen Schlange gehört wurden. Gibt es am Pro-Mikrofon jemanden, der einen Redebeitrag machen möchte? Du stehst da so am Pro-Mikrofon. Bitteschön, du hast das Wort. Ja, ich bin der Meinung, wir brauchen einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer in unserer Partei. Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Das kann ein politischer Geschäftsführer alleine nicht schaffen. Wir sind eine große Partei. Es passieren mal Dinge, wo politische Geschäftsführer mitteln müssen. Da müssen sie vermitteln. Da müssen sie sich einbringen. Und das kann einer alleine nicht machen, weil das für einen die Arbeit zu viel ist. Und wenn wir einen politischen Vertreter haben, weil der erste aus gesundheitlichen Gründen wegfallen könnte, ist es besser, aus Sicherheitsgründen für die Politik unserer Partei einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer zu haben. Danke. Dankeschön. Ich sehe immer noch niemanden am Kontra-Mikrofon. Also kommen wir zum nächsten Pro-Beitrag. Du hast das Wort. Ich bewerbe mich für das Amt des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Ich habe mir ein klar abgestecktes Aufmerksamfeld gesteckt. Ich weiß, dass der Björn, den ich auch schon länger kenne, dieses nicht abdecken kann. Und ich appelliere an euch, mich dafür zu wählen, weil ich brauche das Mandat des Bundesparteitags, um dieser Aufgabe gerecht zu werden und das ausführen zu können. Danke. Immer noch kein Kontra-Beitrag? Dann kommen wir zum nächsten Pro-Beitrag. Bitte schön. Hallo. So, ich mache es mal runter. Ich möchte die Versammlung darauf aufmerksam machen, dass, wenn wir keinen stellvertretenden politischen Geschäftsführer wählen, wir genau drei politische Ämter im Bundesvorstand haben. Den Vorsitzenden, den Stelf und den Polgf. Und sonst nur Verwaltungsämter. Danke. Jetzt haben wir einen Redebeitrag an der Kontra-Schlange. Du hast das Wort. Ja, das Ding heißt optional und ich freue mich darüber, weil das heißt, wir können das nicht machen. Und ich würde euch bitten, das nicht zu tun, weil ich kriege sonst echt einen Kotzkrampf. Also, wir sind sehr spät in unserer Line. Und wir haben Probleme, überhaupt noch Wahlen durchzuführen. Und ich kenne einen Menschen, der hat eine Beauftragung gemacht und hat in der Beauftragung verwaltet. Oder wie man das auch immer nennt. Dafür braucht es halt keinen optionalen politischen Geschäftsführer oder sonst was. Ich kenne Personen wie Henrik Stiefel, die halt gearbeitet haben, ohne dass sie dafür gewählt worden sind. Und die haben das gut getan. Deshalb, unsere Partei funktioniert auch ohne, dass wir uns jetzt hier nochmal drei Wahlen an den Hals binden. Danke. Zwei organisatorische Durchsagen. Einmal, wir haben einen Stromausfall im Serverraum. Deshalb gibt es gerade kein Internet. Macht euch keine Sorgen. Das Problem ist uns bekannt. Außerdem fährt um 17 Uhr der Bus der Berliner ab. Wir haben einen weiteren, wenn ihr zur Ruhe kommt, noch einen letzten Pro-Beitrag. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Ich bin der Meinung, wir sollten das mal mit der Politik machen. Insofern spreche ich sehr dafür, dass wir eine stellvertretende politische Geschäftsführung machen. Verwaltung haben wir im Bufo sicherlich lang genug gemacht. Dankeschön. Den nächsten Kontrabeitrag, bitte. Ja, also ich denke, wir sollten das mit der Politik machen. Und ich glaube, dafür haben wir die Themenbeauftragten gestern nochmal bestätigt, dass wir dieses Konzept verfolgen wollen. Und ich glaube, wenn wir mit der gleichen Anzahl von politischen Ämtern im Bundesvorstand weitermachen, ist das in Ordnung. Ich denke vielmehr, wir haben den Bufo auch umstrukturiert gestern. Und die Ämter, die in Beisitzerfunktion weggefallen sind, das sind eigentlich Ämter, die um die interne Organisation innerhalb der Partei sich drehen. Und um das zu ersetzen, glaube ich, ist ein stellvertretender Generalsekretär besser. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal dafür aussprechen, dass wir insgesamt den Bufo verkleinern und wieder auf eine Größe von sieben Leuten zurückkommen. Und ich glaube, deswegen sollten wir jetzt keinen politischen Geschäftsführer wählen. Wir hatten bereits fünf Pro-Beiträge, aber es kann noch einen Kontrabeitrag geben. Den nächsten Kontrabeitrag, bitte. Wir sind eine Mitmachpartei. Wir brauchen nicht unnötig viele Menschen, die uns repräsentieren. Wir können uns selber repräsentieren. Was wir brauchen, sind politische Inhalte, die wir im Straßenwahlkampf den Menschen auch offiziell in die Hände drücken können, wofür die Piraten stehen. Ich möchte nicht am Infostand stehen und sagen, wir haben kein Wahlprogramm oder das ist eine halbe Seite lang. Damit blamieren wir uns. Das ist wesentlich wichtiger. Danke. Gibt es noch einen weiteren Kontrabeitrag? Bitteschön, du hast das Wort. Ja, wir machen das mal mit der Politik. Das finde ich einen guten Ansatz. Und deshalb machen wir das mal mit der Politik freundlicherweise an der Basis. Wir sind hier nicht dazu da, um das alte Prinzip wieder hochzuhalten. Viele Häuptlinge, weniger Indianer. Wir brauchen vielleicht noch einen stellvertretenden Finanzmenschen, aber das war es dann auch. Danke. So, ich sehe jetzt keine weiteren Kontraredebeiträge. Damit kommen wir zur Abstimmung über die Frage, ob wir einen weiteren stellvertretenden politischen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin wählen. Ich bitte jetzt um das Kartenzeichen. Die Wahlhelfer mögen bitte Angaben in das Wahlhelfer-Tool geben. Nehmt die Karten bitte noch mal runter. So, liebe Leute, wir können gerade nicht wirklich auszählen. Wir haben einen Netzwerkausfall. Wir versuchen es bitte noch mal so. So, ich bitte euch noch mal um das Kartenzeichen. Wenn ihr einen weiteren politischen Geschäftsführer wählen wollt, die gelbe Karte, ansonsten die rote. Bitte bewegt euch mit den Karten nicht im Raum herum. Bleibt an einer Stelle. Jetzt alle Karten noch mal runter. Einmal nur die Ja-Karten bitte. Danke schön. Einmal nur die Nein-Karten. Noch einmal beide zusammen bitte. Wir stellen fest, danke, ihr könnt die Karten runternehmen. Wir können das hier nicht entscheiden. Wir müssen die Entscheidung zurückstellen, bis wir technisch dazu in der Lage sind, das auszuzählen. Wir machen jetzt weiter mit der Abstimmung darüber, ob wir einen weiteren stellvertretenden Schatzmeister oder Schatzmeisterin wählen wollen. Gibt es dazu Redebeiträge? Es gibt einen Pro-Redebeitrag. Bitte schön, du hast das Wort. Ja, mein Name ist Volker Neubert. Ich stand gestern auf der Schatzmeister-Wahlliste, obwohl ich gar nicht dafür kandidiert habe. Deswegen, ich habe nur für den Stellvertreter kandidiert und möchte bitten, die Wahl durchzuführen. Den Kontra-Redebeitrag bitte. Ja, ich bin Irmgard. Ich bin die, die die Bundesbuchhaltung macht. Und wir haben ein funktionierendes Schatzmeister-Team von ungefähr 20 Leuten, die den Stefan Bartels weiterhin voll unterstützen werden. Die Arbeit ist eingeteilt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Wir brauchen keinen weiteren Schatzmeister. Ich sehe keine weiteren Redebeiträge an der Pro-Schlange, also kommen wir zum nächsten Kontra-Redebeitrag. Ja, also wer Hilfe braucht bei den Ämtern vom Schatzmeister, da gibt es auch Leute, die können angesprochen werden. Die brauchen wir hier nicht noch extra mandatieren. Das ist übrigens genau der Unterschied zum Pol-GF. Und deswegen, wenn es um den Faktor Zeit heute geht und offensichtlich geht es um den Faktor Zeit, dann sollten wir lieber darauf verzichten. Ich bitte die Redner, sich nicht zu wiederholen und Argumente, die schon kamen, nicht nochmal aufzuführen. Den nächsten Pro-Redebeitrag bitte. Ich bin der Meinung, es geht nicht unbedingt nur um erweiterte Hilfe. Es geht vor allen Dingen darum, wenn einer aus dem Team völlig ausfällt, dass wir dann nicht nachwählen müssen, sondern dass dann wirklich einer in der Spur steht und das übernehmen kann. Das war der letzte Redebeitrag. Wir kommen jetzt zur Abstimmung darüber, ob wir einen stellvertretenden Schatzmeister oder Schatzmeisterin wählen. Ich bitte um das Kartenzeichen. Das ist überwiegend negativ. Wir wählen keinen weiteren Schatzmeister oder Schatzmeisterin. Dann machen wir gleich weiter mit der Frage, ob wir einen zweiten stellvertretenden Generalsekretär oder Generalsekretärin wählen wollen. Hierzu auch nochmal die Möglichkeit, einen Redebeitrag zu leisten. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir gleich zur Abstimmung. Ich bitte um das Kartenzeichen, ob ihr einen zweiten stellvertretenden Generalsekretär wählen wollt. Das ist mehrheitlich der Fall. Wir bereiten das jetzt vor und ich unterbreche die Sitzung für fünf Minuten. Zwei organisatorische Durchsagen. Das Protokoll benötigt dringend Ablösung. Das Dodo möge sich bitte beim Front Office melden. Eine Information zu den Bussen. Der Berliner Bus fährt um 17 Uhr. Alle anderen Busse, da sagen wir die Abfahrtszeiten noch durch. So, kommt bitte nochmal zur Ruhe. Der Berliner Bus Korrektur fährt um 17 Uhr 45. Wir bringen jetzt alle Abfahrtszeiten der Busse auf den Beamer. Alle Organisatoren der Busse mögen sich bitte zum Front Office begeben. Dankeschön. So, wir machen jetzt weiter. Wir haben ein Ergebnis der Wahl der Kassenprüfer und kommen danach zur Wahl der stellvertretenden Schiedsrichter. Für die Verkündung des Wahlergebnisses übergebe ich an die Wahlleitung. Ja, also wir haben das Ergebnis inzwischen hier auch technisch, sodass es auf den Beamer geworfen werden könnte. Das müsste nur jemand im Hintergrund tun. Also es wurden 470 Stimmen abgegeben, davon waren 464 gültig. Ich erinnere daran, dass alle die, die über 50 Prozent gekommen sind, dann auch gewählte Kassenprüfer sind. Das sind Thomas Gaul mit 53,9 Prozent, Christoph Lörr mit 66,8 Prozent, Ulrike Möß mit 59,3 Prozent, Robert Geislinger mit 59,7 Prozent, Christina Mäthke mit 73,7 Prozent, Sabrina Augustin mit 75,6 Prozent. Nicht gewählt ist Matthias Zehe mit 31,9 Prozent. Ich bitte jetzt die, die ich genannt habe, so weit nach vorne zu kommen, dass ich sie fragen kann, ob sie die Wahl annehmen. Also das wäre jetzt wichtig. Ach, da sind sie. Ja, dann frage ich Thomas Gaul. Wo ist er? Thomas, nimmst du die Wahl an? Ja. Super. Christoph Lörr, nimmst du die Wahl an? Ja. Ulrike Möß? Ulrike Möß? Ja. Nimmst du die Wahl an? Robert Geislinger, nimmst du die Wahl an? Ja. Christina Mäthke, nimmst du die Wahl an? Sabrina Augustin, nimmst du die Wahl an? Wo ist sie? Ich nimm die Wahl an. Danke, also alle Gewählten nehmen die Wahl an. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, wir bräuchten dann auf dem BIMA nochmal die Reihenfolge der Kandidaturen für das Amt der stellvertretenden Schiedsrichter, bitte. Da ist die Befragung bereits abgeschlossen und wir können dann zur Wahl schreiten und dafür wieder an die Wahlleitung. So, wir kommen zur Wahl der Ersatzrichter. Das ist, wie ihr da oben seht, der Stimmzettel 12. Jetzt bitte ich die für die Urnenverantwortlichen, die Urnen hochzuzeigen. Sind die alle an ihren Plätzen? Nein, ich sehe leere Uhren. Hier vorne fehlt noch eine Urne. Gebt die doch mal hoch, bitte. So, die Urnen sind leer. Dann, wie gesagt, Stimmzettel 12. Die Nummern seht ihr da. 1, 2 und 3. Es ist wieder Wahl durch Zustimmung. Das heißt, ihr könnt bis zu drei Kreuze abgeben und damit sind überall genug Wahlhelfer an den... Vielleicht erhebt noch jemand mal die Hand, wenn nicht genug Wahlhelfer an der... Hier vorne fehlt noch ein Wahlhelfer. Wir brauchen hier vorne unbedingt noch einen Wahlhelfer. Einer alleine kann das nicht machen. So, da sind jetzt auch Wahlhelfer. Super. Fehlt irgendwo noch ein Wahlhelfer? Jetzt bitte die Hand heben. Nein. Gut. Ist das dann ein Halt? Da hinten ist eine Hand. Da hinten werden noch Wahlhelfer vermisst. Wie viele? Zwei Wahlhelfer bitte noch. Da hinten hin. Da fehlt auch noch ein Wahlhelfer. Meine Güte. So, jetzt noch mal die Hand heben. Wo fehlt ein Wahlhelfer? Hier vorne fehlt noch ein Wahlhelfer. Bitte hier vorne noch mal, bitte. Es müssten doch genug noch da sein. Es fehlt immer noch ein Wahlhelfer. Wir können nicht wählen. Wir vergönnen jetzt Zeit. So, da hinten. So, sind jetzt. Fehlt jetzt noch irgendwo ein Wahlhelfer. Ich sehe keine Hand mehr. Ja, aber es ist läuft. So, jetzt müssten wir vollständig sein. Noch mal zur Kontrolle. Fehlende Wahlhelfer? Nein. So, jetzt bitte ich noch mal die Wahlhelfer, die Urnen hochzuheben. Ein letztes Mal. Gut, Urnen jetzt wieder runter und damit eröffne ich den Wahlgang Nummer 12. Dieser orangefarbene Stimmzettel ist es. Der Wahlgang ist eröffnet. Noch eine Orga-Durchsage. Ich sage jetzt noch mal die Abfahrtszeiten der Busse. Der Bus nach Berlin fährt um 17.45 Uhr. Der Sachsen-Bus fährt um 18.15 Uhr. Und das Treffen für den Bus 4 nach Frankfurt, Stuttgart und Ulm ist um 17.15 Uhr im Foyer. Der Bus fährt ab um 17.30 Uhr. Dankeschön. So, wir kommen langsam zum Ende des Wahlgangs. Gibt es noch Leute, die abstimmen wollen? Dann bitte jetzt an die Urnen. Es gibt viele freie Urnen im Moment. Also nur, falls sich Leute fragen, warum es noch dauert. Die Wanderurnen sind noch nicht zurückgekommen. Die müssen erst zurück, dann können wir erschließen. Auch wenn jetzt hier im Saal die meisten Urnen schon still sind. Ich bitte da die Wahlleiter entsprechend aufzupassen, dass nichts passiert. Auch an den Urnen zu bleiben. Wir warten nur noch auf die Wanderurnen. So, alle Wanderurnen sind da. Damit schließe ich den Wahlgang. Vielen Dank. So, dann übergebe ich die Versammlungsleitung an Lara Lemke. Dankeschön. Hallo, wir machen weiter. Es gibt noch einen Antrag, den wir behandeln müssen. Und zwar geht es um die Ämterkumulation des ersten Vorsitzenden des KV Heidenheim. Das ist Robert Geislinger, glaube ich zumindest, hoffe ich. Der wurde zum Kassenprüfer gewählt. Diese Ämterkumulation, erster Vorsitz KV Heidenheim mit dem Kassenprüfer für den Bund, muss von euch bestätigt oder abgelehnt werden. Ich bitte euch um das Kartenzeichen gelb für die An... Es gibt eine Frage, Sekunde, ihr könnt die Karten nochmal runternehmen. Der KV Heidenheim wurde vor zwei Wochen aufgelöst. Ich habe dich akustisch leider nicht verstanden. Nein, du hattest Heidenheim gesagt, da steht Heide, das ist irgendwo in Niedersachsen offensichtlich, da gibt es eine Differenz. Das ist nicht das gleiche Kuhdorf. Ja, das tut mir leid. Ich habe tatsächlich falsch gelesen. Also, ich stelle das nochmal kurz klar. Könnt ihr bitte einmal kurz ruhig sein? Okay. Liebe Versammlung, es ist 17.14 Uhr. Wir wollen offiziell nur bis 18 Uhr machen. Ihr würdet mir helfen, wenn ihr ruhig sein würdet, damit wir das Ganze schneller behandeln können. Dankeschön. So. Es geht um den Antrag, dass der erste Vorsitzende des KV Heidepiraten mit dem Amt des Kassenprüfers im Bund kumulieren darf. Wenn ihr dafür seid, dass diese Ämter-Akkumulation angenommen wird, bitte die gelbe Karte. Wenn ihr dagegen seid, bitte die rote Karte. Das ist deutlich angenommen. Dankeschön. Und jetzt übergebe ich einmal ganz kurz das Wort an Flo. Der hat etwas Wichtiges mit euch zu besprechen. Hallo Parteitag. Könnt ihr so ein bisschen Parteitag machen? Somit hinsetzen und ruhig sein und konzentrieren auf Dinge, die hier vorne passieren. Wir haben Viertel nach fünf am Sonntagnachmittag und es gibt Dinge, die wir noch unbedingt erledigen müssen, bevor wir hier zumachen können. Das ist jetzt als nächstes die Vorstellung und Befragung der Kandidaten für den zweiten stellvertretenden Generalsekretär. Dann die Wahl des zweiten stellvertretenden Generalsekretärs. Dann würde der neue erste Vorsitzende ein paar Worte an euch richten und dann ist es 18 Uhr und dann würden wir diesen Parteitag beenden. Die noch ausstehende Auszählung über den stellvertretenden politischen Geschäftsführer wird nicht mehr stattfinden, da wir einfach keine Zeit und kein Personal mehr haben, diese Wahl durchzuführen. Es tut uns leid. Soll heißen, Geschäftsordnungsanträge zur Änderung der Tagesordnung sind nur bis 15 Uhr zulässig. Lies bitte deine Geschäftsordnung. Soll heißen, wenn sich der Parteitag entscheiden würde, einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer zu wählen, könnten wir die Wahl nicht mehr durchführen. Es tut uns leid. Okay, ich glaube, ihr habt das alle mitbekommen. Ich hoffe es. Ich werde es aber auch nochmal wiederholen. Wir haben nicht die Kapazität, eine Wahl dann noch durchzuführen. Wir haben zu wenig Menschen und können es einfach nicht. Ich werde euch jetzt fünf Minuten Zeit einräumen, dass ihr vorne an dem Fragenpult dazu Fragen stellen könnt. Danach werde ich fortführen. Dankeschön. Ich habe grundsätzlich Verständnis dafür. Verständnisfrage, kann wir in Bochum dieses Amt nachwählen? Flo nickt. Ich weiß es nicht genau, wie die Fristen für die Einladung für Bochum sind. Wenn ja, müsste dazu nämlich gesondert eingeladen werden zu dem Bundesparteitag. Ich bitte dich, diese Frage... Niki wirft mir gerade zu. Die Einladung für Bochum ist leider schon draußen. Insofern geht es nicht. Ihr könntet dieses Amt in Bochum nicht wählen. Ganz kurz, wir haben zwei Grenzex. Können wir nicht die Wahl, wenn wir jetzt so wenig Zeit haben, wir können natürlich die Wahl mit einem Wahlgang beide kumuliert zusammen machen. Die können es sich zusammen vorstellen, kriegen unterschiedliche Nummern und dann könnte man einen Wahlgang machen, einmal auszählen, wäre die gleiche Zeit und würde kein Problem machen. Ich habe das gerade besprochen. Nein, es geht nicht, weil wir nicht einmal mehr eine Vorstellung realisieren können. Gut, wenn ich euch richtig verstanden habe, können wir eine Wahl mit Vorstellung jetzt noch durchführen. Dann würde ich fragen, ist es möglich, dass wir eine Abstimmung machen, welches Amt uns wichtiger ist, ob wir den zweiten stellvertretenden Generalsekretär oder ob wir den stellvertretenden politischen Geschäftsführer wählen wollen. Wir haben das noch nicht eröffnet. Da sind wir frei als Parteitag zumindest, wenn ihr das als Versammlungsleitung uns so ermöglicht. Und dann können wir zumindest das Amt jetzt wählen, das uns für das Wichtige erscheint. Okay. Danke für den Vorschlag. Also der Vorschlag eben war, dass wir abstimmen, welches Amt uns wichtiger wäre. Das wäre einer dieser, könnten bitte alle ruhig sein. Ganz ernsthaft, es ist gerade wichtig. Der Vorschlag ist, dass wir uns entscheiden, welches Amt ihr wählen wollt. Das ist ein klassischer Fall, wo man diesen GO-Antrag abweichen, der GO von der Versammlungsleitung ausstellen kann. Ich würde das gerne so machen. Wenn es ein eindeutiges Ergebnis gibt, würde ich mich bereit erklären, den TO-Änderungsantrag zu stellen, dass wir das andere Amt wählen. Ich werde diese Frage jetzt stellen. Und zwar, haben alle verstanden, was ich möchte? Gut. Also, wenn ihr dafür seid, dass jetzt der zweite stellvertretende Genseck gewählt wird, bitte die gelbe Karte. Wenn ihr dafür seid, dass ein stellvertretender Pol GF gewählt wird, bitte die rote Karte. Okay. Sowohl die Wahlleitung als auch mein persönlicher Assistent, als auch ich, sehen ein deutliches Gelb. Wir werden also den Genseck wählen. Ihr habt noch eine Minute für weitere Fragen. Also zuerst denke ich, dass du dann erst gefragt hast, ob wir das überhaupt möchten, weil du jetzt generell gesagt hast, möchtet ihr lieber dies oder möchtet ihr lieber das? Okay, also, das, was ihr gerade gemacht habt mit dem Pol GF gegen Genseck, war ein Meinungsbild. Ich lasse mir beide Karten zeigen, hole mir die Meinung der Versammlung ein, habe die Meinung gesehen, es war Genseck. Dass ein zweiter stellvertretender Genseck gewählt wird, wurde vorhin bereits beschlossen. Ich sehe einen GO-Antrag. Ich stelle den Antrag, die Versammlung zu schließen, da ich eine geordnete Beschlussfähigkeit nicht mehr erkennen kann. Das ist leider kein GO-Antrag im Sinne der Geschäftsordnung. Ich interpretiere das als Meinungsbild, ganz ruhig. Würdet ihr die Variante, wir schließen den Parteitag jetzt bevorzugen, dann bitte die gelbe Karte. Wenn ihr das nicht möchtet, bitte die rote Karte. Okay, ich teile den Antragsteller mit. Das Meinungsbild ist sehr, sehr durchwachsen. Wir können leider keine klare Sache feststellen und ich weise darauf hin, dass ihr den zweiten stellvertretenden Genseck bereits beschlossen habt, dass ihr den wählen wollt. Und einem einen vollständigen Bufo zu wählen, müsstet ihr den jetzt auch wählen. Weitere Frage? Nein. Ich gebe nur zu bedenken, dass vorhin die Frage nach der stellvertretenden politischen Geschäftsführung, die wurde also abgestimmt. Diese Sache, es wurde nicht ausgezählt. Ich habe Sorge, dass jemand, der sich für dieses Amt zur Verfügung stellen wollte, eventuell das anfechten wird, wenn ihr das jetzt einfach abwirkt, ohne es ausgezählt zu haben. Okay, ich bitte den Juristen vom Dienst. Herr Gerstel. Ich werde das klären lassen und die Beantwortung dieser Frage zwei Sekunden und werde erstmal eine weitere Frage. Okay. Gibt es rein rechtlich bzw. technisch und oder technisch die Möglichkeit, dass wir beschließen, dass die zweite Wahl, die wir heute zeitlich nicht mehr schaffen, dass die verpflichtend auf der Tagesordnung von Bundesparteitag 14.1 auftaucht? Eine ähnliche Frage hatten wir bereits. Wir können in Bochum kein Vorstandsämter wählen, weil dazu nicht eingeladen worden ist. Zu Vorstandswahlen muss gesondert in der Einladung eingeladen werden. Weitere Frage? Da jetzt irgendwie überziehen zu wollen, ist halt irgendwie ziemlich arschig, weil die Orga muss hier alles abbauen. Diese ganzen Kanäle müssen aufgebaut werden, Kabel rausgezogen werden und sonstiges. Überziehen ist eigentlich nicht drin, weil Leute dann viel, viel später nach Hause kommen. Also zwei, drei, vier, fünf Uhr nachts ist dann keine Zeit mehr. Also bitte, bitte überzieht nicht. Okay. So, ihr Lieben, der Fünf-Minuten-Timer ist bereits seit längerer Zeit abgelaufen. Ich werde dazu jetzt keine weiteren Fragen zulassen. Die Frage, die noch zurückgestellt ist mit dem Juristen von Diensten, wird geklärt. Ich sehe deinen GO-Antrag und der kommt jetzt dran. GO-Antrag auf Abwahl des Versammlungsteams, der Versammlungsleitung. Abwahl des Versammlungsteams. Hier. Okay. Hast du ein Alternativ-Team? Ich schlage dafür Gerd Anger vor. Alles klar. Ich frage deswegen diese Rückfrage, weil in der Geschäftsordnung nämlich drinnen steht, wenn du das VL-Team abwählen möchtest, musst du bereits die Alternative benannt haben. Kannst du die Alternative bitte nochmal sagen und auch feststellen, dass diese Alternative zur Verfügung steht? Ähm, wo ist er denn gerade? Okay. Bis du das geklärt hast und dann mit dem GO-Antrag beim Vorhelfest bist du... Wir können das ja nicht vorher... Ich erteile das Wort. Okay, lass mich bitte ausreden. Wenn du das Alternative VL-Team gefunden hast, kannst du diesen GO-Antrag gerne noch einmal stellen. Es gibt einen weiteren GO-Antrag. Der GO-Antrag ist nicht gestellt bisher, weil es kein Alternativ-Team gibt, das zur Verfügung steht aktuell. Gibt es weiteren Redebedarf? Lieber Bundesparteitag, ich weiß, die Situation ist jetzt mindestens suboptimal. Ich mag die Situation jetzt auch nicht, aber wir müssen leider damit leben. Wir haben beschlossen, den einen Wahlgang noch durchzuführen, also lass uns das machen. Der Beschluss, den anderen Wahlgang durchzuführen, wurde noch nicht gefällt. Also fällt er wie alle Programmanträge, die noch offen sind, die zwei Millionen Satzungsanträge, die noch offen sind. Und das ganze andere Zeug, das noch offen ist, hinten runter. Wir haben 17.30 Uhr am Sonntagnachmittag. Jetzt zu diesem Zeitpunkt noch eine GO-Schlacht, eine Neuwahl des Versammlungsleiters oder irgendetwas anderes zu machen, als das hier sauber und zügig zu Ende zu bringen, ist... Ich verstehe die Motivation dahinter nicht. So, ich habe eine Antwort vom Juristen vom Dienst. Der Jurist vom Dienst hat mir gerade mitgeteilt und auf sein Urteil werde ich mich blind verlassen, weil ich keine Juristin bin, dass wir definitiv den Jensek, den zweiten Stellvertretenden, wählen müssen, dass die zurückgestellte Abstimmung ein Anfechtungsgrund wäre. Wäre, ja, allerdings dadurch, dass die Abstimmung noch nicht beendet war und wir sie nicht auszählen konnten, deswegen eigentlich gar nicht stattgefunden hat, er da keinerlei Gefährdung für die Gültigkeit des Bundesparteitags sieht. Ist das ein GO-Antrag? Ja. Ist das ein GO-Antrag? Ja. Dann bitte. GO-Antrag auf Unterbrechung der Sitzung bis zum 4. Januar 2014. Dann hätten wir in Bochum einen Bundesparteitag, anschließend einer AV, anschließend einen Bundesparteitag. Mir wurde gerade gesagt, dass das allein von der Einladung her so verwirrend ist, dass das aufgrund der Einladung anfechtbar wäre, wenn wir probieren, das zu machen. Okay, also, du darfst sofort. Wir können das jetzt noch ganz lange weitermachen. Es ist jetzt 17.30 Uhr. Ich bitte euch, dass ihr Ruhe bewahrt, dass wir einfach weiter fortfahren. Ich werde jetzt dem GO-Antrag noch einmal, ne, GO-Antrag, bitte. GO-Antrag, wer ist der Meinung, dass wir jetzt mit dem, wie das vorgestellt wurde, weitermachen und keine weitere Diskussion über die Geschäftsordnung und die Tagesordnung und Abwahl und Sonstiges machen wollen? Okay, es gibt einen GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Wer ist dafür, dass wir so verfahren, wie es beschlossen war, sprich den politisch, den zweiten stellvertretenden Genseck wählen und keine weiteren GO-Anträge etc. zu diesem Verfahren machen? Bitte die gelbe Karte. Wer dagegen ist, bitte die rote Karte. Das ist sehr, sehr eindeutig positiv. Gibt es weitere GO-Anträge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Hast du einen GO-Antrag? Wenn du etwas anderes möchtest, melde dich bitte mal Front Office. Wir fahren jetzt also weiter fort. Alles klar, ich übergebe an die Wahlleitung zur Verkündung das Ergebnis zur Ersatzrichterwahl. So, ja, wir haben ein Ergebnis, das müsstet ihr auch da oben sehen. Also 325 gültige von 330 Stimmen. Und das Ergebnis ist, Lara Lemke hat 75,4% der Stimmen, Harald Kiebappert 74,2% und Ruben Bridgewater 72,3%. Das heißt, es sind alle über 50%. Ich bitte die Betroffenen, sich hier zu versammeln. Sind die da? Kannst du mal? So, also Lara Lemke, nimmst du die Wahl an? Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, es sind nur zwei gewählt. Also Lara Lemke, Harald Kiebappert 74,2%. Nimmst du die Wahl an? Harald? Ja. Ah, wir hören. Ja. Und Ruben Bridgewater hat eben weniger als die anderen Stimmen und da nur zwei Ersatzrichter gewählt wurden, ist er als der mit den wenigsten Stimmen nicht gewählt worden. Vielen Dank. Alles klar. Wir werden jetzt von unserem neuen Bundesvorsitzenden drei Minuten Redeslot haben. Ja, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Ich bitte um Entschuldigung. Wir wurden hier von der Bühne gezerrt, durch die Pressemühle gejagt und seither sind wir kaum noch dazu gekommen, unseren Mund zu halten, weil uns alle irgendwie was gefragt haben oder sonst irgendwas. Also, dass wir nicht hier in der Halle zugegen waren, war nicht unsere Schuld, sondern es war letztendlich, wir mussten etwas nach außen tragen. Sorry dafür. Ich möchte mich nochmal an dieser Stelle ganz deutlich für unseren alten Bundesvorstand bedanken, an unserem alten Bundesvorstand bedanken. Ich finde es sehr schade, dass der Bernd jetzt schon gegangen ist, aber er hatte den Geburtstag seiner Kinder, das ist auch zu verstehen, glaube ich, dass er jetzt da nach Hause gehen wollte. Eigentlich war vorgesehen, dass wir gestern den Bundesvorstand verabschieden, aber ich muss hier auch mal ein bisschen beklagen. Wir sollten da ein bisschen auf unsere Kultur achten. Das müsste eigentlich besser organisiert sein, dass wenn wir einen Vorstand haben, der dann geht, dass wir ihn auch anständig verabschieden. Das ist gestern nicht so gut gelungen. Das tut mir aufrichtig leid. Und ich möchte meine allerherzlichsten Grüße an unseren alten Bundesvorstand schicken. Ihr habt das toll gemacht. Dankeschön für die viele Arbeit. Ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, dass ihr alle im Aufbruch seid und ich habe auch nur drei Minuten. Es tut mir furchtbar leid. Alles, was ich zu sagen habe, kann ich nicht sagen. Ich werde diese Woche noch eine kleine Videobotschaft fertig machen, die ich vielleicht ins Netz stelle. Das Wichtigste. Ich möchte ganz gerne ein paar Hausaufgaben vergeben. Ihr erwartet unheimlich viel von uns. Wir werden für jeden Scheißendreck, den wir falsch machen, werden wir bestraft bis zum Dahinein. Das ist ein bisschen okay, geht okay, kann man aushalten. Aber deswegen möchte ich jetzt auch mal ein paar Hausaufgaben vergeben an euch. Ich möchte ein Mission-Statement haben. Was wollt ihr, dass der Bundesvorstand für euch tut? Ich möchte, dass ihr das formuliert und uns gebt. Und zwar möchte ich das von allen 16 Bundesländern haben. Und wenn es gerade geht, bis zum Ende dieses Jahres. Was ist ein Mission-Statement? Soll ein kleines Ziel sein, zwei, drei Sätze, in dem ihr sagt, was soll der Bundesvorstand in seiner Legislaturperiode reißen. Das heißt, wir haben jetzt ein Jahr vor uns. Das können wir dann veröffentlichen und können dann schauen, was wir von dem geschafft haben, was ihr von uns erwartet. Wie die Landesverbände es machen, ist mir letztendlich egal, aber macht es. Und als Tipp, gebt euch diese Mission-Statements auch selbst. Also die Landesverbände, was wollen die Landesverbände selbst machen? Das hilft. Weil wenn man ein Ziel hat, dann kann man darauf hinarbeiten, es zu erreichen. Wenn man es nicht formuliert, dann arbeitet man ins Blaue hinein. Eine kleine Sache noch. Wir sind uns einig als Vorstand, wir haben auch schon miteinander geredet, wir werden ein politischer Vorstand sein. Wir werden politisch nach außen wirken. Wir hatten viel zu lange Angst davor, nach außen zu gehen, um eventuell einen Fehler zu machen, um eventuell einen Shitstorm abzubekommen. Ich glaube, diese Angst sollten wir aufgeben. Wer nichts macht, macht keine Fehler. Und um den Leuten zu sagen, die Angst haben, dass wir jetzt mit einer politischen Vorgabe die Piratenpartei vereinnahmen, möchte ich gerne sagen, wir haben ein Grundsatzprogramm, auf das wir uns schon 2006 geeinigt haben. Wenn wir im Rahmen dieses Grundsatzprogramms politisch argumentieren, dann ist das okay. Dafür steht Konsens. Deswegen sind wir Piraten. Und ich bitte auch noch mal zum Thema Kultur. Die Leute, die andauernd rumrennten, weil irgendetwas nicht funktioniert, weil dieser oder andere kleine Fehler gemacht worden sind. Bitte haltet euch mal etwas zurück. Ich fände es sehr gut, wenn wir aufeinander Acht geben und wenn wir auch ein bisschen respektvoll miteinander umgehen. Unsere Fehlerkultur, die haben wir gezeigt in Berlin, wo der Andreas Baum, mal nicht wusste, wie die Verschuldung in Berlin aussieht. Am nächsten Tag hatten wir eine App dafür. Das ist eine Fehlerkultur, die ich befürworte. Dieses Rumrenten, dieses Haten, wo wir uns gegenseitig auf die Füße treten, das brauchen wir nicht mehr. Das macht unheimlich viel kaputt. Und es sind immer nur drei, vier Leute, die unheimlich laut in der Gegend rumrufen. Wir müssen mal davon weggehen und wir müssen den Leuten nochmal sagen, dass das nicht okay ist. Weil da stehen tausend Leute, die sagen das nicht. Die rannten auch nicht rum. Wenn wir Kritik haben, dann können wir diese Kritik äußern. Und dann brauchen wir diese Kritik auch. Aber wir brauchen keinen Arschloch ans Gesicht geworfen. Dafür machen wir das nicht. Wir machen alle ehrenamtliche Arbeit hier. Alle, wie wir hier sind. Er ist mir egal. Einen kleinen Satz noch, bitte. Wir haben... Ist unser Geld, genau. Wir haben... Ich habe hier mit so vielen Leuten geredet, die unheimlich viele Ideen haben, die unheimlich viele Pläne haben. Wir haben jetzt eine schwierige Zeit hinter uns gehabt. Ich sage euch eins, wir sind nicht tot. Wir werden wieder da sein, wo wir mal waren. Und wir werden eine Renaissance der Piraten erleben. Und die ganzen Journalisten, die uns abschreiben, die können mich direkt mal. Komm, wir gehen mal nach vorne. Komm, wir gehen mal nach vorne. Komm, wir gehen mal nach vorne. Danke schön. Ich weise euch aber noch mal kurz darauf hin. Wir wählen jetzt noch ein Mitglied dieses Bufos. Dazu übergebe ich zur Eröffnung der Kandidierendenliste an den Wahlleiter. Ja, wir eröffnen die Liste der Kandidaturen. Jetzt ist natürlich die Zeit knapp und ihr wisst, 20 Unterschriften und so. Deshalb werden wir so verfahren, dass wir auch noch während der Vorstellung die Liste offen lassen, sodass Leute noch kandidieren können. Und dann wird die Liste geschlossen. Ja, es sind beim Front Office Kandidaturen eingegangen. Genau, und die werde ich jetzt ziehen, in welcher Reihenfolge die sich vorstellen. Wie gesagt, ihr könnt weiterhin kandidieren. Bitte beim Front Office dafür melden. Marco Golpert. Gefion Türmer. Und Christian Werner. Ich bitte die Kandidierenden, insbesondere Marco, ich glaube, Marco ist nicht da. Gibt es einen Proxy? Wenn ja, dann bitte auf die Bühne. Zur Vorstellung. Hallo, ihr Lieben. Es ist spät, ich mache es kurz. Ich bin nicht Marco, das seht ihr selber. Marco kandidiert in Abwesenheit. Er kann heute leider nicht hier sein. Er arbeitet als Krankenpfleger, er muss heute arbeiten. Marco ist teamfähig. Marco kann organisieren. Marco möchte sich für euch den Arsch aufreißen. Ich glaube, die, die ihn kennen, wissen ganz gut, was sie an ihm haben. Die anderen kann ich jetzt leider auch nicht mehr überzeugen. Ihr kennt Marco als Duckkiller auf Twitter. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir. Ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Dankeschön. Möchtet ihr den Proxy dieses Kandidierenden befragen? Bitte die gelbe Karte. Wenn nicht, dann bitte die rote Karte. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dankeschön. Dann bitte die Vorstellung von Gefion. Gefion hat nur eine Minute Zeit. Du hattest dich ja schon mal vorgestellt. Genau. Ja. An dem Inhalt meiner Vorstellung von vorhin hat sich nichts geändert. Ich bin die gleiche Person. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich freue mich über eure Stimmen. Oder nicht. Wenn nicht, nicht. Aber ich stehe euch nicht die Zeit. Danke. Dankeschön. Möchtet ihr die Kandidatin befragen? Dann bitte die Ja-Karte. Wenn ihr sie nicht befragen wollt, bitte die Nein-Karte. Das ist nicht der Fall. Dann bitte die Vorstellung von Christian Werner. Verfolgen wir das Ziel einer Liquid Democracy? Wollten wir Piraten hier nicht Vorreiter sein? Und haben wir in der Vergangenheit genug dafür gegeben? Glaubt ihr nicht, dass wir hier dringend bessere Werkzeuge bräuchten? Und glaubt ihr nicht, dass der Vorstand sich aktiv bemühen sollte, dass so etwas geschieht? Wollt ihr einen Vorstand, in dem sich niemand explizit darum kümmern wollte? Bitte wählt mich. Sachsen vertraut mir. Viele Piraten, die ihr kennt, vertrauen mir. Ich kann das. Danke. Auch hier die Frage, möchtet ihr den Kandidaten befragen? Dann bitte die Ja-Karte. Wenn ihr ihn nicht befragen wollt, bitte die Nein-Karte. Das ist nicht der Fall. Dankeschön. Liebes Front Office, gibt es weitere Kandidierende? Okay, es sind uns keine bekannt. Dann übergebe ich an den Wahlleiter. Ja, damit schließen wir die Liste der Kandidatur und können in den Wahlgang einsteigen. Ja, die Namen könnt ihr da oben sehen. Da steht auch Stimmzettel 13. Wir sind ja alle nicht abergläubisch. Das ist dieser graue Zettel, auf den wir jetzt wählen. Jetzt haben wir das Problem, dass natürlich Wahlhelfer abgereist sind. Wir müssen überhaupt noch sehen, gibt es intakte Urnen. Das heißt, ich bitte die Wahlhelfer zu ihren Urnen zu gehen. Und die Urnen, wo wir keine zwei Wahlhelfer haben, die werden einfach beschlossen. So, jetzt Wahlhelfer zu den Urnen. Jetzt die Frage, sind irgendwo verwaiste Urnen, also Urnen, an denen nur ein Wahlhelfer ist? Bitte mal die Hand heben. Da hinten. Achso. Ja, also alle Urnen mit zwei Wahlhelfern. Gut, dann hebt bitte jetzt, toll, also ihr seid klasse. Dann hebt jetzt bitte die Urnen hoch. Okay, ihr seht, da sind die Urnen. Da ist noch eine, die nicht hochgehoben wurde. Seid ihr nicht fertig? Eine Urne muss noch hochgehoben werden. Die ist irgendwie jetzt. Ja, wunderbar. Gut, dann bitte ich jetzt die Urnen zu schließen. Und es ist wieder Wahl durch Zustimmung. Das Wahlverfahren kennt ihr. Und damit ist jetzt die Stimmabgabe. Gibt es noch Fragen zur Wahl? Ich sehe niemanden an dem Mikrofon. Also können wir mit dem Wahlgang beginnen. Wahlzettel 13, Namen stehen da oben. Der Wahlgang ist eröffnet. Ich hätte gerne mal den Markus Gerstel auf der Bühne. Herr Markus Gerstel. Markus Gerstel, bitte jetzt zur Bühne. Wenn er ihn irgendwo sieht. So, wir warten noch auf die Wanderurnen. Deshalb die Frage, hier sind jetzt alle fertig mit wählen. Letzte Chance. Sobald die zurück sind, die Wanderurnen, schließe ich den Wahlgang. Also wer im Saal? Okay. Eine Wanderurne ist zurück. Zwei müssen noch kommen. Die von der Presse und vom Catering. Okay, ich sehe, die Wanderurnen sind zurück. Ja, dann ist, da wird noch gewählt. Moment, da wird noch gewählt. So, ich sehe, es sind alle fertig. Jetzt nochmal die Frage, wird noch irgendwo gewählt? Dann jetzt ganz laut rufen, schreien, winken. Hinten rechts wird noch gewählt, okay. Hinten rechts, seid ihr fertig? Okay, ist fertig. Jetzt noch, zum allerletzten Mal, wird irgendwo gewählt. Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich hier mit dem Wahlgang. Wir kommen zur Auszählung. Okay, ich habe eine wichtige Information für euch. Ich würde euch nochmal bitten, ruhig zu werden. Also, wir haben den Punkt, dass wir keinen weiteren Wahlgang durchführen können. Für den hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass keine oder keiner der Kandidierenden über 50 Prozent kommt, hätten wir einen vakanten Pflichtposten für den Bufo und damit keinen handlungsfähigen Bufo. Sollte dieser Fall eintreten, würde die Versammlungsleitung den Antrag stellen, dass dieser Posten nicht gewählt werden muss, quasi diesen Antrag zurückzunehmen. Das wäre ein Satzungsänderungsantrag, den wir abweichend von der Geschäftsordnung stellen würden. Das müssen wir tun, weil wir sonst keinen Bufo haben. Ich weise euch nur darauf hin, dass das passieren wird, wenn ihr jetzt irgendwie komisch gewählt habt, was wir nicht hoffen. Ich übergebe jetzt an den Herrn Florian Bokoer. Kurzer Versprecher. Ja genau, ich habe mich versprochen, das ist natürlich kein Satzungsänderungsantrag. Das wäre Quark, weil Einreichungsfrist. Okay. Das weitere Verfahren sieht, wie gesagt, so aus. Wir zählen aus. Dann kommt vielleicht der Antrag oder auch nicht. Und dann schließen wir. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei den vielen, vielen Menschen bedanken, die diesen Parteitag überhaupt möglich gemacht haben. Als allererstes noch der letzte Orga-Hinweis. Ihr könnt die Auszählpause auch schon zum Aufräumen benutzen. Also Kabel einrollen etc. Tische zusammenklappen. Da hinten sind Tischstapel. Die Stühle da hinten stapeln. Das Wahlleiter-Lahn bitte noch am Leben lassen. Das sind die roten Kabel. Und der Stream auch die... Also nur die Stromkabel von den Tischen, die Switches von den Tischen, nichts, was in Kabelschächten verlegt ist, wegmachen. Die Switches, Tische, Stühle etc. an die Rückwand der Halle. So. Ich habe hier eine Liste. Das sind neun Seiten. Das sind über 250 Namen. Ich werde sie nicht vorlesen. Ich bedanke mich bei den Teams. Ich bedanke mich bei der Main Orga. Ich bedanke mich beim Netzwerk, bei dem Audio-Team, beim Strom-Team, beim Stream, beim Aufbau, bei der Sicherheit, die uns an mehreren Stellen mal wieder den Arsch gerettet hat. Ich bedanke mich bei der Ersten Hilfe. Ich bedanke mich beim Catering, der diesen Parteitag zu einem der angenehmsten Parteitage ever gemacht hat. Ich bedanke mich beim Gestaltungsteam, bei der Busanreise, bei der Hallenübernachtung, bei dem Awareness-Team, das viele Konfliktfälle, die ansonsten an der Versammlungsleitung hängen geblieben sind, uns abgenommen hat. Ich bedanke mich an der Leitung des Presseteams, bei der Akkreditierung der Presse, bei der Assistenz des Bufos, beim Content-Team, bei der Pressebetreuung, bei der Betreuung der internationalen Gäste. Mein ganz besonderer Dank geht an dieses Barrierefreiheitsteam, das meines Erachtens nach Unmögliches geleistet hat. Zum Barrierefreiheitsteam gehören die Gebärdendolmetscher, die hier Arbeitszeiten gemacht haben. Ich bin begeistert. Des Weiteren bedanke ich mich bei der Akkreditierung, ich bedanke mich bei der Wahlleitung, die immer kühl den Überblick behalten hat. Ich bedanke mich bei der Antragskommission, die die Arbeit der Versammlungsleitung überhaupt möglich macht, weil sie die ganzen Anträge für uns sortiert, dass wir sie auf der Bühne nur noch abarbeiten müssen. Und ganz besonders bedanke ich bei meinem Versammlungsleitungsteam, das so wunderbar selbstständig gearbeitet hat, dass ich definitiv nur noch schmückendes Beiwerk war. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich beim Protokoll, das Draflo sehr gut ersetzt hat. Und ich bedanke mich bei euch allen, die diesen Parteitag mal wieder zu einem sehr schönen Parteitag gemacht haben. Dankeschön. Ihr wart super. Ich muss auch noch mal ganz laut Danke sagen. Danke dir, lieber Flo, für die Leitung der Versammlungsleitung. Und außerdem bitte einen ganz, ganz dicken Applaus für insgesamt 64 Wahlhelfer und im Laufe der Veranstaltung zwölf Bereichsleiter, die reibungslos gearbeitet haben. Tolle Menschen. Vielen, vielen Dank. Habt ihr das Pult schon ausgestöpselt, lieber Ton? Habt ihr es gemutet? Jo, jetzt geht's noch mal. Wir haben heute Abend hier noch verdammt viel Arbeit und es wäre echt prima, wenn man nicht erst nachts um zwei oder drei fertig werden würde. Wer noch Zeit hat, bitte ganz hinten sammeln als Helferpool. Von da werden dann die Leute abgerufen von den einzelnen Gruppen, die hier abbauen. Also wer noch ein, zwei, drei Stunden hierbleiben kann, wäre echt klasse. Einfach ganz hinten in die Ecke und da werdet ihr dann auch versorgt mit Kaffee, mit Getränken und allen anderen. Da winkt gerade einer, seht ihr das? Wäre echt geil, wenn sich da ganz viele Leute versammeln würden. Danke. Da so hinten ist die Bühne, lieber Mensch auf der Bühne. Ich glaube, es ist Kungler, ich sehe es nicht genau. Winkt gerade dahin. Noch ein kleiner Hinweis an all die Menschen, die gerade Urnen flach machen. Die Deckel kann man auseinanderfalten wie Pizzaschachteln. Dann reißen die nicht so schnell. Und wenn ihr die Nummern jetzt abmacht, dann müssen wir das nicht im Laufe des nächsten Bundesparteitages machen. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es sich inzwischen erledigt hat, aber es wurde noch ein original verpacktes Smartphone gefunden. Wer so etwas vermisst und beschreiben kann, was für eins es ist, melde sich bitte am Front Office. Und jeder hat nur einen Versuch. Wenn ihr Pfandflaschen findet, die ihr nicht mehr mit raustragen wollt, stellt sie bitte wieder da, wie wir das gestern schon gemacht haben, vor dieses Rolltor rechts. Da stehen Tische rum. Stellt sie da bitte drauf. Ich habe wen vergessen. Wie konnte mir das passieren? Und zwar geht unser ganz besonderer Dank auch an Wolfgang Preiß, der das Streaming gemacht hat und der auf einen Teil seiner Rechnung verzichtet, um zu dem Ersatz des gestohlenen Streaming-Equipments beizutragen. Zu dem Streaming-Equipment. Die Sammelkasse steht immer noch bei der Akkreditierung und es fehlt leider immer noch Geld. Okay. Wenn ihr gerade so fleißig schon Stühle zusammenstellt, passt bitte darauf auf, dass es jeweils die gleiche Art Stuhl ist, also auch die gleiche Farbe. Stellt bitte jeweils zehn Stühle übereinander und wenn ihr die Tische stapelt, stapelt bitte so, dass ihr einen Tisch offen lasst und dann fünf oben drauf legt, die zugeklappt sind. Liebe Versammlung, wir haben ein Ergebnis. Wir haben eine total tolle Wahlhelfer schafft. Ich übergebe an den Wahlleiter. So, zum letzten Wahlergebnis des heutigen Tages. Abgegeben wurden 383 Stimmen, davon waren 377 gültig. 251 davon entfielen auf Gefion Türmer. Das sind 66,6 Prozent. Gefion, kommst du bitte auf die Bühne? Gefion, nimmst du die Wahl an? Natürlich, herzlichen Dank. Sehr schön. Wir haben alles geschafft. Deswegen schließe ich hiermit den Parteitag. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Helft bitte noch fleißig beim Aufräumen. Das Orga-Team, VL-Team, Security etc. Wären euch da echt dankbar für.